Einen wunderschönen guten Morgen aus Leipzig. Sabine Dahl hier, Moderatorin aus Berlin und Brandenburg. Hauptberuflich bin ich Inforadio-Moderatorin, das Inforadio des RBB, aber eben auch Tagungsmoderatorin, Medientrainerin und heute für Sie hier den ganzen Tag on Air. Ja, wir haben allerherrlichstes Wetter hier in Leipzig, blauer Himmel, Sonnenschein. Dem Wetterbericht nach, glaube ich, ist es in Berlin genauso schön. Ich hatte heute früh auch schon Kontakt nach Ostwestfalen, da ist das Wetter genauso schön. Also immerhin wettermäßig sind wir schon mal vereint. Ja, es wäre sehr, sehr schön gewesen. Eigentlich wollten wir alle heute hier in Leipzig sein zu unserer doch sehr, sehr wichtigen Tagung. Aber es ist Corona. Und ich bin aber trotzdem wirklich sehr, sehr froh, dass dieses wichtige Symposium stattfindet. Und wir werden versuchen, das, was wir geplant haben, auch wirklich über die virtuelle Bühne zu bringen, heute den ganzen Tag. Ich weiß, es ist auf digitalem Wege, es ist beschwerlich, miteinander zu diskutieren, miteinander irgendwie im Kontakt zu bleiben. Aber ich bitte Sie wirklich herzlich, bleiben Sie dran, beziehungsweise kehren Sie immer wieder zum Bildschirm zurück. Sie können sich auch in unseren Podiumsdiskussionen, können Sie sich auch einschalten über Chat oder über E-Mail. Das erkläre ich dann nachher, wenn es soweit ist. Aber ich finde es wirklich, auch wenn wir so weit verstreut heute alle sind, sind wir doch alle zusammen und wollen lebhaft miteinander diskutieren. Eigentlich wären wir im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Und ich bin richtig, richtig traurig, liebe Frau Brettschneider, dass ich dort nicht bin, obwohl ich in einem super tollen Fernsehstudio bin hier in der Leipziger Innenstadt. Weil ich war noch nie im Zeitgeschichtlichen Forum. Dr. Uta Brettschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums, spricht jetzt die Begrüßungsworte in ihrem Büro im Zeitgeschichtlichen Forum. Guten Morgen. Hallo und guten Morgen. Ja, es sind besondere Umstände, aber wir machen das Beste daraus. Sehr geehrte Damen und Herren, die Zeiten sind besondere und so ist irgendwie auch die heutige Veranstaltung ein besonderes Format. Angesichts der aktuellen Situation kann ich Sie, wie gesagt, nur aus meinem Büro digital begrüßen. Und viel lieber hätte ich Sie natürlich ganz analog im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig willkommen geheißen. Aber unser Haus ist seit dem 2. November wieder für Gäste geschlossen und alle Veranstaltungen sind abgesagt und das Team ist im Homeoffice. Und ich fühle mich dieser Tage ganz merkwürdig an meinen Start am 1. April erinnert, bei dem ich ein ebenso leeres Haus vorfand. Aber die Vorzeichen, die sind heute andere, denn wir haben ein bisschen was von der Pandemie gelernt. Und sie fordert uns immer wieder heraus, mit ihr zu leben und eben das Beste daraus zu machen. Und nun haben wir also ein digitales Symposium. Dabei lässt sich vielleicht auch direkt mal testen, wie es um die Gleichwertigkeit der digitalen Infrastruktur bestellt ist. Aber im Ernst, das Thema des Symposiums gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland halte ich für ein enorm wichtiges. Und so freut es mich besonders, dass wir heute dazu, wenn auch aus der Ferne, in Austausch treten. Erlauben Sie mir einen, im Folgenden einen Aspekt aus diesem großen Themenfeld der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost und West herauszugreifen, der mir ganz persönlich am Herzen liegt, nämlich die Angleichung der Lebensverhältnisse in ostdeutschen Dörfern. Dörfer gelten ja oft als Räume des Nicht-Mehr und Räume des Noch-Nicht. Sie sind, so könnte man vielleicht sogar sagen, Räume des Dazwischen. Und doch sind sie bestenfalls immer auch Möglichkeitsräume. Ihre Gestaltung ist im Sinne der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land sogar qua Gesetz festgeschrieben. Aber diese Gebiete rücken nicht erst in der Gegenwart in den Blick, sondern auch in der DDR, also im selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat, spielte die Planung, Gestaltung und auch die ideologische Kodierung ländlicher Räume eine ganz wichtige Rolle. Und vor allem zielte das darauf ab, dass das Land an das Idealbild einer sozialistischen Stadt angeglichen werden sollte. Und ein besonderes Beispiel dafür ist das sogenannte sozialistische Musterdorf Mestlin. Der eine oder die andere wird es kennen, 40 Kilometer östlich von Schwerin gelegen. 1952 gab es die Grundsteinlegung in Anwesenheit des Präsidenten Wilhelm Pieck. Und dann entstanden am zentralen Marx-Engels-Platz ein riesiges Kulturhaus im neoklassizistischen Stil, Ladenlokale, Kindergarten, Kindergriffe, eine Schule, ein Landambulatorium, eine Post, Sparkassengebäude, Gaststätte und so weiter. Und dieses Musterdorf sollte also alle Bedarfe decken, die man in einer Stadt auch hätte befriedigen können. Aber mit dem Ende der DDR hörte Mestlin auf, mustergültig zu sein. Und es wirkte nun eher wie eine seltsame Versuchsanordnung aus einem lang vergangenen Experiment. Dieses riesige Kulturhaus beherbergte nach 89 Messen, eine Spielothek, eine Diskothek und die Wahl zu Miss Mecklenburg 1990. Aus den Stallungen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, die am Rand des Dorfes gelegen waren, sollte ein Gewerbegebiet entstehen. In den bunten Wendeträumen durften auch ein Wellnessbad, ein Hotel und 100 Eigenheime nicht fehlen. Allerdings wurde diese Utopie vom idealen Nachwendet Dorf Mestlin niemals umgesetzt. Und dennoch kann ein Blick auf das Beispiel Mestlins leicht helfen, aktuelle Fragen zu beantworten. Etwa danach, wie das Dazwischendorf gestaltet und noch mehr zum Möglichkeitsraum gemacht werden soll. Denn bis heute prägen nicht nur die planerischen und baulichen Überreste der sozialistischen Visionen die ostdeutschen Dörfer, sondern auch die Idee, die Lebensbedingungen in Stadt und Land aneinander anzugleichen, ist aktuell bis heute. Oder vielleicht kann man sogar sagen, sie ist aktueller denn je. Auch die internationale Bauerstellung Thüringen konstatiert und fördert im Rahmen ihres Stadtland-Projekts ein Projekt verschmelzendes Urbanen und des Oralen. Und das ganz anders als in der DDR gefordert, nämlich als wechselseitigen Prozess und nicht als einseitige Adaption. Und da möchte ich ganz kurz zitieren aus dem Programm der IBA, den schönen Satz Kreativität gibt es auch in der Kleinstadt. Fortschritt findet auch auf dem Dorf statt. Kultur ist überall. Die Grenzen zwischen Stadt und Land verschwimmen. Und so eine Aufweichung der klassischen Dichotomie von Stadt und Land könnte natürlich auch die Regionen an den Rändern in ganz neue Situationen versetzen und neue Perspektiven eröffnen. Co-Working-Projekte wie das Kokonath, Hofgemeinschaften wie Kloster Posa und Initiativen wie Neuland 21 schaffen im ländlichen Raum Projekte, die die Dörfer immer mehr als immer mehr zu Möglichkeiten werden lassen. Und damit komme ich zum Schluss, um nochmal auf das Gesamtthema zu sprechen. Gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, das sollte immer mitschwingen, das müssen wir bedenken, heißt nicht identische, heißt nicht gleiche. Es bedeutet, Räume in ihrer Spezifik zu stärken und zugleich ihre Infrastrukturen auszubauen und sie kurzum lebenswert zu erhalten und lebenswert zu machen. Und das ist ein spannendes, ein wichtiges Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, egal um welchen Bereich der Gleichwertigkeit das gehen mag, um Stadt und Land, um Ost und West. Ich danke der deutschen Gesellschaft also ganz besonders für die achtsame Organisation und die Flexibilität bei der Planung sowie allen anderen Beteiligten für die Ermöglichung des heutigen Formats. Und ich wünsche dem Symposium spannende Beiträge, einen ganz anregenden Austausch, auch wenn er sozusagen vermittelt über die digitalen Medien passieren wird und einen fruchtbaren Verlauf. Alles Gute von mir hier aus Leipzig und bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank, Frau Brettschneider. Und da haben Sie auch wirklich schon die ersten Impulse geliefert, denn dieses, was Sie gesagt haben, inwieweit prägt denn die Vergangenheit? Hilft die Vergangenheit, dass wir noch mehr zusammenwachsen, dass sich die Lebensverhältnisse angleichen? Aber inwieweit behindert Sie das vielleicht auch, was früher so alles passiert ist? Und diese Breitbanddiskussion, fürchte ich, werden wir heute ein paar Mal berühren. Ganz, ganz lieben Dank für Sie und ich weiß und wir wollen alle gesund bleiben. Wir werden uns bald bei Ihnen im zeitgeschichtlichen Forum treffen, ganz, ganz sicher. Zu mir gekommen ist aber, und da freue ich mich ganz besonders, denn er ist ja auch nun mal Leipziger, ist Dr. Rüdiger Frey. Er ist Geschäftsführer des Bildungswerks Sachsen bei der Deutschen Gesellschaft, also praktisch Mitorganisator Rüdiger Frey. Ein paar Begrüßungsworte auch von Ihnen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Mitwirkung der Veranstaltung. Im Namen der Deutschen Gesellschaft heiße ich Sie ganz herzlich, es ist genau so groß zu bekommen. Wegen der aktuellen Pandemie-Jahre müssen wir leider heute ganz im Publikum auskommen. Ich möchte alle ganz besonders begrüßen, die uns im Livestream zuschauen. Es wäre selbstverständlich eine liebhaftere Diskussion gewesen, wenn wir hier alle zusammenkommen und miteinander diskutieren können. Ich lasse mich gerne ein, uns im Chat oder bei E-Mail Ihre Fragen und Kommentare zu schicken, die wir dann hier in die Diskussion einbinden werden. Und einen Vorteil hat die digitale Verbreitung zweifellos. Wir erreichen auch alle jene, die den Weg hier hätten heute nicht nehmen können oder wollen. Wir gewinnen gewissermaßen eine größere Reichweite und die ist für unser Anliegen ganz zentral. Seit nunmehr drei Jahrzehnten engagiert sich die Deutsche Gesellschaft im Bereich der Demokratieförderung. Gegründet wurde die Deutsche Gesellschaft nach dem Fall der Mauer als erster gesamtdeutscher Verein der Zivilgesellschaft, um den deutschen und europäischen Einigungsprozess zu begleiten und zu befördern. Jährlich führen wir über 700 Veranstaltungen und Projekte in Deutschland und in zahlreichen europäischen Ländern durch. 30 Jahre Deutsche Einheit sind uns Anlass, die Frage nach den Lebensverhältnissen zu stellen, nachdem in einem gigantischen Aufbauprogramm Ost Milliarden in die neuen Bundesländer geflossen sind. Man könnte daraus Schluss folgern, dass damit auch gleichwertige Lebensverhältnisse entstanden sind. Dem ist nicht ganz so. Es sind zweifelsfrei große Erfolge, aber auch Defizite. In der heutigen Veranstaltung werden Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus Politik und der Zivilgesellschaft diesen Fragen nachgehen und Lösungsansätze diskutieren. Es wäre daher wunderbar und sehr wünschenswert, wenn sich alle oder möglichst sehr viele Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen und Kommentaren einbringen würden. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden an diesem Symposium, die via Zuschaltung miteinander diskutieren werden. Dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, das aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages dieses Symposium fördert, sei besonders gedankt. Ich danke aber auch dem zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Leider können wir die vertraute Gastfreundschaft coronabedingt heute nicht genießen. Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen. Danke Ihnen sehr, Herr Frey. Und seien Sie uns auch herzlich willkommen, je nachdem, wie lange Sie noch bleiben können. Genau, würde mich freuen. Und ansonsten denke ich doch, Herr Frey macht es dann genauso wie Sie. Sie sind über YouTube dabei und können dann konsumieren. Und Sie können dann eben entweder über YouTube, über den Chat sich dann reinklicken, also Anmerkungen, Fragen reinschicken. Oder da sehen Sie auch in dem YouTube-Channel ist auch die E-Mail-Adresse. Das ist gl.deutsche-gesellschaft-ev.de. Dass wir nämlich möglichst viel und lebhaft miteinander diskutieren, auch wenn wir eben leider nicht zusammen sein können. Wir haben es ja eben schon von Herrn Frey gehört und auch von Frau Brettschneider, wie wichtig das ist, dass wir diese Fragen, ich meine, also dass wir alle diese Fragen, die die deutsche Einheit betreffen, dass wir die miteinander so intensiv und so lebhaft wie möglich diskutieren. Denn ich meine, Corona bedingt ist auch dieses Einheitsjahr. Das ist irgendwie, hm, fand statt. Die Einheitsfeiern, ist jetzt meine persönliche Meinung, waren eher mager. Die Einheitsexpo in Potsdam war gut gemeint. Mehr war wohl nicht drin. Das ist alles so schade. Aber deswegen finde ich es super, dass wir eben dieses Programm haben heute den ganzen Tag mit sehr vielen hochkarätigen Gästen, mit sehr vielen interessanten Vorträgen. Und da macht doch Herr Wanderwitz gleich den Anfang. Marco Wanderwitz liefert uns die ersten Impulse. Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Herr Wanderwitz, ich hoffe, Sie können mich schon hören. Warum sind denn das immer noch neue Bundesländer? So neu sind die doch gar nicht. Ich grüße Sie, hallo. Und grüße auch allseits. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde die Bezeichnung so schlecht nicht. Ich nenne sie auch gerne alle beim Namen. Aber es sind halt viele. Das wird dann relativ lang. Und irgendwie muss man ja eine sinnvolle Bezeichnung finden. Junge Bundesländer sagen ja auch manche. Also ich finde neue Bundesländer. Damit kann man gut umgehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatte um gleichwertige Lebensverhältnisse, die führen wir in den letzten Jahren wieder intensiver. Ich grüße bei der Gelegenheit meinen Kollegen Markus Kerber, der ja nachher auch noch einen Impuls geben wird. Wir haben zwei Jahre gemeinsam im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gedient. Und zwar im Bereich Heimat unter anderem gemeinsam, den es ja jetzt neu seit dieser Legislaturperiode auf Bundesebene gibt. Und in Heimat steckt, ich muss jetzt mal ein bisschen was abräumen schon, tut mir leid, Kollege. In Heimat steckt eben gleichwertige Lebensverhältnisse und gesellschaftlicher Zusammenhalt drin. Und es ist richtig und wichtig und gut, dass es jetzt in dieser Legislaturperiode diese Bundesregierung sich entschieden hat, dieses Thema stärker zu besetzen, auch auf Bundesebene. Weil es ein wichtiges Thema ist. Und natürlich ist es auch ein wichtiges Thema der neuen Bundesländer, aber nicht nur der neuen Bundesländer, aber eben auch. Warum? Weil wir natürlich 1989, 90 aus einer Situation gekommen sind, wo es sehr viel Ungleichwertigkeit bei den Lebensverhältnissen gab. Das ist ja auch in diesen 30 Jahren immer wieder ein Thema gewesen. Ich will mal ein paar Punkte herausgreifen, möchte aber bei der Gelegenheit schon mal das Auge auf die Regierungskommission gleichwertige Lebensverhältnisse lenken, die ja im Juli letzten Jahres ihre Ergebnisse vorgestellt hat. Kollege Kerber wird da sicherlich dann noch ein bisschen vertieft dazu ausführen. An der Stelle will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich will aber natürlich als Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Länder klar sagen, dass das für mich tagespolitisches Thema ist. Aber, und auch das ist ein Punkt, den man erwähnen muss, dass gewisse Disparitäten, gewisse Unterschiede, die auch Ost-West-Unterschiede sind, es auch innerhalb der alten Bundesländer gibt. Nämlich solche zwischen Nord und Süd, aber auch solche zwischen ländlichen und städtischen Regionen, zwischen strukturschwächeren und strukturstärkeren Regionen. Und da sind wir auch gleich bei einem großen Unterschied zwischen den neuen Ländern und den alten Ländern. Mal von Berlin abgesehen, gibt es eben solche großen, städtischen, boomenden Regionen wie Rhein-Main, Stuttgart, Düsseldorf, München, Hamburg. Die gibt es in den neuen Ländern nicht. Und ich glaube, die wird es auch auf mittlere Sicht nicht geben. Leipzig entwickelt sich beispielsweise ein Stück weit in so eine Funktion hinein. Aber auch das müssen wir natürlich sehen, wenn man sozusagen Vergleichen miteinander zieht. Und wir müssen auch sehen bei der Gelegenheit, Stichwort weiterer Aufholprozess, dass natürlich die alten Länder, insbesondere die Regionen, die ich jetzt genannt habe, aber im Grunde kann man das auf weite Teile Baden-Württembergs und Bayerns auch übertragen, sind die dynamischsten Wachstumsregionen innerhalb Europas auch in den letzten Jahren gewesen. Also sprich, wir haben es nicht mit einem auf dem Stand von 1990 stehen gebliebenen Westen zu tun, sondern der Westen hat sich weiterentwickelt und wir haben trotzdem aufgeholt. Und insofern ist die Entwicklung in den neuen Bundesländern wirklich eine ganz große Erfolgsgeschichte. Vor allen Dingen, wenn man eben bedenkt, woher wir kommen. Ich grüße jetzt sozusagen direkt aus dem Deutschen Bundestag, sitze in meinem Abgeordnetenbüro. Wir haben gestern eine Debatte gehabt im Wirtschaftsausschuss. Da ging es auch mal um den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Und ein Kollege von den Linken sagte so sinngemäß, 30 Jahre später kann man doch nicht ernsthaft noch Bezug nehmen, was da 1989, 90 gewesen ist, wenn es um Wirtschaft geht. Doch kann man und muss man, weil wir haben 1989, 90 eben eine Industrie vorgefunden, die so marode und nicht weltmarktfähig war, dass sie in weiten Teilen nur noch abgewinnt werden konnte. Und genau diesem Problem laufen wir teilweise immer noch hinterher. Trotz der vielen gelungenen Neuansiedlungen ist es so, dass die industrielle Basis in den neuen Ländern nach 40 Jahren Diktatur und Planwirtschaft eben auf einem desaströsen Zustand war und wir auch nach 30 Jahren noch nicht ganz dahin gekommen sind, wo wir hinwollen. Ich habe den Jahresbericht zum Standort der Deutschen Einheit schon angesprochen, den Jubiläumsjahresbericht. Deswegen ist er auch ein bisschen dicker geworden, weil er eine Bestandsaufnahme dieser 30 Jahre sein soll, auch in die einzelnen Fachbereiche, Fachministerien hinein. Nochmal den Rückschau, wo standen wir 1989, 90 und wo sind wir jetzt hingekommen und wie sind wir da hinbekommen. Und die Bilanz ist weit überwiegend positiv. Wir haben sehr, sehr viel geschafft in allen Bereichen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse mit der speziellen Brille, mit dem speziellen Blick neuer Bundesländer, alte Bundesländer ist wirklich weit vorangekommen. Die Wirtschaftskraft in den neuen Ländern steigt kontinuierlich und holt weiter auf, wenn auch in zunehmend kleineren Schritten. Aber das ist nichts Neues. Das kennen wir beispielsweise auch aus dem Umweltbereich. Da gibt es manchmal Situationen, dass, wenn es um Luft oder Wasser oder Boden geht, die letzten 5 % noch mal genauso viel kosten, wie die ersten 95 gekostet haben, weil es eben dann immer schwerer wird, noch weiter abzufeilen. Wir haben eine breit aufgestellte Unternehmens- und Forschungslandschaft mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Die ist im Regelfall kleinteiliger. Deswegen ist das Thema Wachstum von Unternehmen als Wirtschaftsministerium ein ganz wichtiges Thema. Mindestens genauso wichtig wie Neuansiedlungen ist das Wachsen der Unternehmen, die wir haben, denn die allermeisten ganz Großen in den alten Bundesländern sind eben auch gewachsen. Die haben nur längere Zeit zum Wachsen schon gehabt. Wir haben, bevor Corona kam, die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Niveau seit der Wiedervereinigung gehabt und haben auch jetzt im Grunde genommen die gleiche Betroffenheit in alten wie in neuen Ländern, was die Arbeitslosigkeit betrifft. Wenn man mal zurückdenkt, was der Transformationsprozess auf seinem Höhepunkt Ende der 90er, Anfang der 2000er für gigantische Arbeitslosigkeiten in den neuen Ländern mit sich gebracht hat und wo wir jetzt hingekommen sind. Und das ist nicht nur ein demografisch bedingtes Thema, sondern es ist der echte Zuwachs von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, die auch zunehmend besser bezahlt werden. Auch das natürlich ein Thema, was bei der Thematik Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse eine Rolle spielt. Die geringere Tarifbindung, die geringeren Löhne sind nach wie vor ein Problem. Die Infrastruktur ist grundlegend modernisiert worden. 1989, 90 war insbesondere die, ich will sagen, historische Bausubstanz, wobei ich mit historisch nicht nur irgendwelche alten Sakralbauten meine, sondern ich sag mal ein klassisches Wohnhaus, was aus der Jahrhundertwende kam, die Altstädte, das war eine Katastrophe und jetzt haben wir eine Situation, dass insbesondere dank der Städtebauförderung, die wirklich eine riesige Erwachsgeschichte ist, wenn man in einer Kreisstadt mit verbundenen Augen freigelassen wird, man eigentlich nicht erkennen kann, ob die Kreisstadt in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen oder in Rheinland-Pfalz sich befindet. Da muss man schon sehr genau hingucken. Die öffentliche Infrastruktur, Krankenhäuser, Straßen, alle Arten von Funktionsgebäuden hat wirklich einen gigantischen Wandel genommen und das ist auch beispielsweise der große Unterschied zu unseren östlichen und südöstlichen Nachbarn. Wenn man dort mal außerhalb der großen Städte sich umschaut, da sieht man noch den drastischen Unterschied zu den neuen Ländern. Ich habe schon das Thema kleiner geprägte Wirtschaftsstruktur angesprochen. Wir haben aber auch insgesamt eine ländlich geprägte Siedlungsstruktur. Es sind Flächenländer mit Ausnahme Berlins und das sind natürlich nicht unbedingt gute Voraussetzungen für einen Aufholprozess und wir haben natürlich auch eine schwierigere demografische Situation, die viel damit zu tun hat, dass einerseits vor 89 ist, einen großen Braindrain gegeben hat und dass der sich andererseits dann natürlich noch mal fortgesetzt hat nach 90. Mittlerweile sind die Wanderungszeiten erfreulicherweise ausgeglichen in innerdeutsch, aber die Leute, die da gegangen sind, die fehlen natürlich. Ich hatte neulich 25-jähriges Abi-Klassen-Treffen. Aus meiner Abi-Klasse 1994 sind nicht allzu viele da geblieben, um nicht zu sagen, die allermeisten sind gegangen, weil das waren die Zeiten, wo es eben keine Ausbildungsplätze gab, wenig Perspektive gab und die wenigsten davon werden und anstrengend können wir uns trotzdem natürlich wiederkommen. Und es ist natürlich auch kein repräsentativer Durchschnitt der Bevölkerung dort gegangen, sondern es sind junge, mobile, gut Ausgebildete gegangen und das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft gehabt, mit denen wir immer noch zu kämpfen haben. Die Finanzkraft der Kommunen liegt auch noch regelmäßig unter der durchschnittlichen Finanzkraft vergleichbarer Kommunen in den alten Ländern. Auch das ist ein Problem, an dem wir weiter arbeiten müssen. Es gibt im Durchschnitt leider weniger Bundeseinrichtungen nach wie vor in der Fläche in den neuen Ländern. Deswegen hat sich diese Bundesregierung das ganz massiv aufs Tablett geschrieben, aufs Tablett gehoben, dass wir da mehr tun müssen und haben es auch getan. Ich will mal als ein Beispiel aus dem Geschäftsbereich meines Hauses die neue Außenstelle des BAFA, des Bundesamts aus vor Angelegenheiten in Weißwasser in der Oberlausitz anführen. Da sind wir wirklich maximal in die Strukturschwäche ländlicher Region gegangen und dementsprechend ist es dort auch nicht so ganz einfach, eine Behörde arbeitsfähig zu bekommen, Menschen zu finden vor Ort oder anders Menschen zu begeistern, dort hinzugehen, obwohl doch Weißwasser so eine schöne Stadt ist und die Oberlausitz auch landschaftlich so schön ist. Aber wir arbeiten dran. Wir haben die Thematik, das Thema Repräsentanz und Führungspositionen für Menschen aus den neuen Bundesländern in den neuen Bundesländern. Da ist die positive Botschaft in der zweiten Reihe. Bei den Jüngeren funktioniert es recht gut, aber bei den Top-Entscheidern, auch in der Wirtschaft insbesondere, ist das nach wie vor ein Thema, dass die Repräsentanz zu gering ist und deshalb thematisiere ich das auch regelmäßig politisch und bin auch nicht der Einzige erfreulicherweise. Ich will noch den Blick kurz auf das Thema Ehrenamt lenken. Wir haben die neue Stiftung, die neue Ehrenamtsstiftung des Bundes in Neustrelitz etabliert, wieder im ländlichen Rahmen, diesmal in Mecklenburg-Vorpommern. Und diese Ehrenamtsstiftung halte ich für wirklich ganz wichtig, weil auch das Ehrenamt, das gesellschaftliche Engagement in den neuen Ländern ist weniger stark ausgeprägt als in den alten Bundesländern. Es ruht auf wenigen Schultern. Die Schultern sind meist die von, ich sage mal, multiplen Leistungsträgern. Und das ist in den alten Bundesländern einfach auf mehr Schultern verteilt. Und deswegen ist diese Stiftung ganz wichtig, weil sie eben unter die Arme greift, weil sie hilft, weil sie, wie man neudeutsch sagt, empowert, weil sie auch fördert, auch wenn sie keine Förderstiftung im eigentlichen Sinne ist. Sie vernetzt und arbeitet auch mit den einschlägigen Landes- und Kommunalstiftungen beziehungsweise Instituten zusammen. Ein schönes Beispiel auch, was mir gerade noch spontan einfällt, was das ergänzt, was unter anderem auch in meiner Heimat im Erzgebirgskreis angekommen ist. Aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt es im Rahmen des Buhle-Programms, des Bundesprogramms ländliche Entwicklung eine schöne neue Initiative. Es gab es zu Beginn der Legislatur. Sie ist jetzt in Arbeit als sozusagen Beispielprogramm, wo wir dann nach einer gewissen Zeit abrechnen und gucken, ob wir es übertragen. Hauptamt stärkt Ehrenamt. Also sprich, im Landkreis vor Ort gibt es hauptamtliche Ehrenamtskoordinatoren, die regional vor Ort den Ehrenämtern unter die Arme greifen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte jetzt noch eine ganze Menge zum gesamtdeutschen Fördersystem sagen. Können Sie bestimmt auch, lieber Herr Wanderwitz, können Sie bestimmt auch gleich, lieber Herr Wanderwitz, Sie dürfen nicht Ihr ganzes Pulver jetzt schon verschießen. Wir haben Sie ja nachher gleich noch in der Diskussionsrunde. Ich habe schon ab die Uhr geschaut und außerdem schaue ich ein bisschen in Richtung von Kollege Kerber. Das Thema habe ich jetzt mal bewusst liegen gelassen. Ich freue mich dann auf die Diskussion und erstmal auf die spannenden weiteren Impulse der Mitimpulsgeber. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wanderwitz. Ganz herzlichen Dank. Er hat es ja eben schon gesagt, zusammen mit Markus Kerber hat er in der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse gesessen und so wird Herr Kerber dann Herrn Wanderwitz Impulsvortrag ergänzen, fortführen. Also ich bin eigentlich gar nicht mehr nötig, weil er hat ja im Prinzip Herrn Kerber schon anmoderiert. Aber erstmal hat jetzt noch Dr. Karl-Heinz Parquet das Wort. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Otto von Gerico Universität in Magdeburg und Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und er wird jetzt Bilanz ziehen. 30 Jahre Einheit, 30 Jahre Aufbau Ost. Wo stehen wir heute und wie sieht es aus mit der Chancengleichheit? Guten Morgen nach Magdeburg. Okay, also ich darf Sie von meiner Seite her ganz herzlich begrüßen. Es ist sehr schön, dass ich hier teilnehmen kann bei der heutigen Veranstaltung. Und ich kann wunderbar anschließen an das, was Herr Wanderwitz eben sozusagen von der politischen Seite betont hat. Und zwar mit einem Blick als Volkswirt auf das, was wir erreicht haben an Gleichheit der Lebensverhältnisse. Ich stelle zunächst die Frage, wo stehen wir heute? Dann gehe ich darauf ein, wo gibt es, sagen wir mal, noch natürliche Unterschiede, die es auch innerhalb des Westens und innerhalb anderen Regionen gibt. Und wo liegen die eigentlichen Unterschiede, die wir noch vererbt haben aus der Zeit der Transformation und aus der Zeit der Isolierung der DDR-Wirtschaft vom Weltmarkt. Ich werde dann insbesondere auf die, was ich gerne die Innovationslücke nenne, eingehen. Ich werde dann die politischen Optionen kurz skizzieren und am Schluss nochmal auf die Gemütslage angehen, die wir insgesamt in der Bevölkerung haben. Das alles werde ich versuchen, in einer Viertelstunde im Galopp zu präsentieren. Ja, schauen wir zunächst auf die volkswirtschaftlichen Grunddaten. Da ist vielleicht das Allerwichtigste, die Frage, zunächst, wenn man startet, die Frage, wo steht der Osten heute in der Arbeitsproduktivität im Bruttoinlandsprodukt vor Erwerbstätigen gegenüber dem Westen? Die Antwort ist, gesamtwirtschaftlich bei 84 Prozent, wenn man nur die Industrie ansieht, bei 79 Prozent. Also es ist ein beträchtlicher Weg in Richtung Angleichung geschafft. 84 Prozent des Westens, nicht 89, ich habe mich eben versprochen, 84 Prozent des Westens im Bruttoinlandsprodukt vor Erwerbstätigen und 79 Prozent, wenn man nur auf die Industrie schaut. Es ist sehr viel erreicht worden. Das ist ganz offensichtlich. Ich kann das nur nochmal nachdrücklich unterstreichen, was Herr Wanderwitz gesagt hat. Aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Was die Arbeitslosenquote betrifft, haben wir inzwischen im Osten, wenn man auf das Jahr 2019 blickt, 6,4 Prozent Arbeitslosenquote, im Westen 4,7 Prozent. Da ist auch noch ein Unterschied. Aber der Unterschied ist wirklich minimal im Vergleich zur riesigen Lücke, die wir vor 15, 20 Jahren hatten. Ich weiß noch, ich war selber in der Verantwortung als Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt in dieser Zeit und da lag die Arbeitslosenquote im Osten weit mehr als doppelt so hoch als im Westen, weit über 20 Prozent. Also riesiger Fortschritt in dieser Hinsicht. Auch die Abwanderung, Herr Wanderwitz hat es erwähnt, ist einigermaßen gestoppt. Und die Löhne im Osten liegen heute gesamtwirtschaftlich bei fast 90 Prozent, in der Industrie bei 74 Prozent des Ostens. Also eine kleine Lücke bleibt, aber nicht allzu viel. Das ist umso beeindruckender, wenn man Ostdeutschland vergleicht oder die neuen Länder vergleicht mit unseren mittel- und osteuropäischen Nachbarn, Tschechien, Slowakei, Polen. Tschechien, eine Region, die früher ein ganz stolzes Industrieland war, etwa auf dem Niveau von Frankreich in der Vorkriegszeit, in den wesentlichen volkswirtschaftlichen Maßzahlen, liegt heute bei etwa 38 Prozent in der Produktivität, in der Wertschöpfung pro Erwerbstätigen Deutschlands insgesamt. Und wenn man Ostdeutschland da bei 75 Prozent in der Industrie ansiedelt, dann liegt Tschechien bei der Hälfte Ostdeutschlands. Und Tschechien hat keine wahnsinnigen Fehler gemacht in dem Aufbau, in dem Transformationsprozess, sondern hat das im Prinzip auch sehr konsequent und richtig gemacht. Polen liegt sogar bei 27 Prozent. Also da ist eine riesige Lücke zwischen den, ich nenne es mal früher sozialistischen Bruderländern, den östlichen Nachbarn, die auch eine Industrie zu restrukturieren hatten und dem, was Ostdeutschland macht. Also da ist viel erreicht worden. Übrigens ist die Lücke bei den Industrielöhnen auch noch größer. Da liegt Deutschland insgesamt bei 3.900 Euro pro Kopf, Ostdeutschland bei 2.900, die Slowakei, Tschechien bei 1.200 und Polen bei 1.100. Also man kann summa summarum eindeutig sagen, das ist ein großer Erfolg. Das muss man immer von vorne als allererstes hinstellen, auch um in der politischen Auseinandersetzung, Herr Wanderwitz hat das betont, klarzumachen, dass wir, wenn wir anschließend über das, was noch zu tun ist, über die Lücke reden, über etwas reden, was möglicherweise historisch auch unvermeidbar ist und wo wir uns jetzt aber heransetzen müssen. Ja, zu dieser Lücke, das ist mein zweiter großer Punkt zum verbleibenden Unterschied Ost-West. Da muss man zunächst natürlich sagen, dass gewisse Unterschiede ganz natürlich sind. Also der Osten ist insgesamt weniger urbanisiert als der Westen, wenn man vom Großraum Berlin absieht. Und auch innerhalb des Westens gibt es natürlich Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen, die beobachten wir zunehmend, auch in Ostdeutschland. Und da ist es natürlich ganz natürlich, dass der Großraum München ein erheblich höheres Niveau hat als der Großraum Bayerischer Wald oder dass der größte Großraum Hamburg oder Hannover vor Schleswig-Holstein oder dem ländlichen Niedersachsen liegt. Das sind Unterschiede, die wahrscheinlich auf Dauer bleiben werden, die sich übrigens in der Lebensqualität nicht so stark wie in der Wirtschaftskraft niederschlagen, weil typischerweise auch die lokalen Mieten und Preise in den Regionen deutlich niedriger sind und insofern die also in den ländlichen Regionen niedriger sind. Also insofern auch die Realeinkommen nicht so stark voneinander abweichen, wie es diese Unterschiede in den Löhnen und in der Produktivität nahelegen. Stellt sich die Frage, gibt es neben diesen natürlichen Unterschieden eben noch ein grundlegendes Problem? Ja, das gibt es. Und ich beschreibe dieses grundlegende Problem sehr gerne mit dem Begriff der Innovationslücke. Im Westen, auch Herr Wanderwitz hat das schon erwähnt, gibt es Zentren der Forschung und Entwicklung, Zentren der Produktentwicklung, auch Zentren der Verwaltungszentren der Unternehmen. Während der Osten immer noch ein wenig den Charakter einer verlängerten Werkbank hat, also hochmodern, weltmarktorientiert produziert, aber insgesamt das, was man an innovativer Entwicklung von Produkten, was man als dies bezeichnen kann, noch nicht in gleichem Maße das Niveau des Westens erreicht. Das kann man übrigens an einigen Maßzahlen sehen, dass Personal in Forschung und Entwicklung als Anteil des Gesamtpersonals in den Unternehmen, nicht im Osten, nur etwa bei der Hälfte des Westens. Bei den Patenten, die im Westen pro Tausende Einwohner generiert werden, liegt der Osten bei etwa einem Viertel des Westens. Ein solcher Unterschied ist natürlich nicht über Nacht korrigierbar. Das ist ein ganz langfristiger Strukturwandelprozess und da müssen wir uns auf den Weg machen, noch stärker als in der Vergangenheit, hier eigenständige Gründerzentren und Wachstumszentren im Westen zu schaffen und zwar Wachstumszentren, die die Produkte des 21. Jahrhunderts produzieren und nicht gewissermaßen die Strukturen des 20. Jahrhunderts reflektieren. Das ist natürlich ein Prozess, machen wir uns nichts vor. Das kann man nicht in ein paar Jahren beenden oder abschließen, erfolgreich abschließen. Das dauert Jahrzehnte. Das ist ein weiteres Generationenprojekt. Was sind die politischen Optionen, um hier weiterzukommen? Nun, ganz zentral ist aus meiner Sicht, sind aus meiner Sicht die gesunden, wieder wachsenden Städte Mittel- und Ostdeutschlands, die alle Universitätsstädte sind. Nehmen Sie Dresden, Chemnitz, Leipzig, Halle, Magdeburg, Erfurt, Jena, Cottbus, Potsdam, Rostock, Greifswald und natürlich vor allem Berlin. Berlin mit drei riesigen Universitäten, davon eine technisch orientiert. Also hier gilt es, diese Zentren der Wissensproduktion weiter zu stärken, gegebenenfalls auch auszubauen, gerade in den Regionen, die strukturell benachteiligt sind. Ich denke zum Beispiel an den Großraum in der Lausitz, wo die Braunkohle ja zu Ende kommen wird, die Förderung der Braunkohle in absehbarer Zeit. Hier sollte man darauf achten, dass man in der strukturellen Entwicklung zum Beispiel den Universitätsstandort Cottbus-Senftenberg stärkt. Hier sind großartige Möglichkeiten, aus der alten Technologie sich weiterzuentwickeln, zum Beispiel in Umwelttechnologie, die von klimapolitischer Relevanz ist. Also das sind durchaus große Chancen. Eine große Chance bietet natürlich auch das Wachstumspotenzial des Großraums Berlin mit seiner enormen Wissensproduktion und seiner starken Gründerkultur. Berlin ist seit etwa 15 Jahren das schnellstwachsende deutsche Bundesland. Leider, da bin ich jetzt mal etwas politisch, auch als liberaler Wirtschaftspolitiker, leider gibt es Kräfte in Berlin, starke Kräfte, die offenbar dieses Wachstum gar nicht mögen. Ich sage es manchmal etwas ironisch, die Landesregierung in Berlin tut alles, um das Wachstum zu verhindern, aber es gelingt ihr nicht, weil die Stadt einfach doch außerordentlich interessante Perspektiven bietet. Zum Beispiel sehr viele junge Israelis sind inzwischen, man spricht von 15, 20.000, die inzwischen in Berlin leben. Die sind früher nach New York und London gegangen, jetzt gehen sie nach Berlin. Das ist wunderbar, sind in der Start-up-Kultur tätig und hier gilt es, wenn man so will, einen Masterplan zu entwickeln, wie man die gesamten da rumliegenden, in etwa 150 Kilometer entfernt und da rumliegenden Universitätszentren auch stärker vernetzt im mitteldeutschen Raum mit diesem großartigen Potenzial von Berlin. Ich habe es eben erwähnt, die Städte im Osten wachsen auch wieder. Eine Stadt wie Leipzig, wie Potsdam, etwa seit im Zeitraum 2010 bis 2018 um 13 Prozent. Das hat kaum einer gemerkt, aber es ist so. Berlin, Jena, Dresden, Erfurt sind um fünf Prozent gewachsen, Rostock, Magdeburg um drei Prozent, Chemnitz, Halle um zwei Prozent. Es gibt kaum noch eine schrumpfende Großstadt. Wir müssen natürlich aufpassen und das ist die nächste Aufgabe, infrastrukturelle Aufgabe, dass dieses Wachstum der Zentren im Osten auch profitabel und interessant ist für die angrenzenden ländlichen Regionen, für die kleineren Unterzentren, wo wir auch Fachhochschulen haben und durchaus eine gesunde Infrastruktur und Bürgerstolz. Aber da müssen wir natürlich mit dem infrastrukturellen Ausbau, das gilt insbesondere natürlich für die Kommunikationsinfrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur ist schon ganz ordentlich, da muss eine Mängel getan wird. Letzter Punkt in den zwei Minuten, die ich noch habe. Ich wollte eine Bemerkung zum mentalen Zustand des Ostens machen. Der wirtschaftliche Zustand ist meines Erachtens außerordentlich ermutigend und ich habe kein Verständnis für diejenigen politischen Kräfte übrigens, die sind vor allem ganz links und ganz rechts angesiedelt, die gewissermaßen dieses Vorankommen, was wir erlebt haben, infrage stellen. Das sind Realitäten. Aber wir müssen einen weiteren Weg gehen und ich spreche sehr gerne von einer neuen Generation im Osten. Ich nenne das gerne die Generation Aufbruch. Nach der Generation Aufbau Ost kommt jetzt die Generation Aufbruch Ost, die durchaus eine positive Gemütslage hat. Es gibt einen Glücksatlas, wo die Lebenszufriedenheit der Menschen gemessen werden in West und Ost. Da liegt der Osten noch ganz leicht hinter dem Westen, aber wirklich nur ganz leicht. Und die Zufriedenheit mit der deutschen Einheit ist auch da. Es bleibt ein sehr kritischer Blick auf die Transformation in den 90er Jahren, insbesondere die Rolle der Treuhandanstalt. Das müssen die Wirtschaftshistoriker aufarbeiten. Tun die übrigens auch. Es gibt große Projekte in der Hinsicht, wo sich auch ein sehr differenziertes Bild zeigt. Aber ich glaube, das ist noch emotional sehr aufgewühlt. Da sollte man auch gar nicht zu lange darüber diskutieren. Ich glaube, die jungen Menschen, die interessieren auch ganz andere Fragen. Die interessiert die Globalisierung, die Digitalisierung, die Klimapolitik. Und die wollen nicht auf die Narben der Treuhandanstalt in den frühen 90er Jahren blicken. Das wird sicherlich historisch kommen. Aber das ist kein gewaltiges Problem für eine positive Stimmung im Osten. Und ein allerletzter Satz dazu. Wenn ich von Generation Aufbruch spreche, da meine ich natürlich die jüngere Generation. Und es gibt es natürlich im Zuge des Aufblühens der Städte und dem vielleicht ein Stück weit relativen Zurückfallen mancher ländlicher Räume, gibt es natürlich in diesen ländlichen Räumen eine gewisse Frustration. Aber das ist etwas, das beobachten wir nicht nur in Ostdeutschland. Das beobachten wir auch in Westdeutschland. Das beobachten wir übrigens sehr stark in den Vereinigten Staaten. Sie haben gestern die Trump-Wahl verfolgt. Trump wird wahrscheinlich die Wahl nicht gewinnen, sondern Joe Biden. Ich füge hinzu, ich bin da sehr froh drüber. Aber egal wie das ist, er hat seine Schwerpunkte in den ländlichen Räumen im mittleren ländlichen Amerika, weil dort sich eine Frustration aufgestaut hat. Das Gleiche können Sie in Großbritannien beobachten beim Brexit-Vote und bei der Unterstützung für den Brexit. Und Ähnliches können Sie in Deutschland bei der Unterstützung für die AfD beobachten. Aber ich formuliere es mal so, das ist überhaupt kein Grund zur Panik. Das ist ein Phänomen, mit dem wir umgehen müssen, gesellschaftlich. Wir müssen die mehr ländlichen Räume versuchen mitzunehmen und müssen die infrastrukturellen Möglichkeiten dafür schaffen und dieser Frustration entgegenwirken. Große Aufgabe, aber überhaupt nicht chancenlos. Das wäre meine Zusammenfassung in der Viertelstunde. Und ich bitte um Nachsicht, dass das mit der Stummschaltung am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat. Sie haben es gemerkt, in der letzten Viertelstunde war ich nicht stumm. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oh nein, lieber Herr Parquet, Sie waren nicht stumm. Und von wegen die Generationenaufbruch Ost. Das ist für Sie dann eher die jüngere Generation. Ich habe zwischendurch fast so etwas gehört, Sie sind ja Minister AD. Fast so ein bisschen was gehört wie eine Bewerbung für Berlin im kommenden Jahr als Abgeordnetenhauswahl. Wenn Sie denken, da muss noch was vorangebracht werden. Herr Parquet, bitte sagen Sie Bescheid. Da geht bestimmt irgendwas. Und wenn Sie mir noch eine Bemerkung erlauben. Aber eine kurze. Ich halte gerade ein Buch Buch hier rein. Gespaltene Nation, Einspruch. Was ich eben zusammengefasst habe, ist in diesem Buch, das ich zusammen mit Richard Schröder geschrieben habe, gerade publiziert, auch nachzulesen. Ich mache noch ein bisschen Selbstwerbung. Wollte ich gerade sagen, das war jetzt der kurze Werbeblock. Bitte bleiben Sie dran, lieber Herr Parquet, denn Sie sind ja auch gleich wieder zu Gast in unserer ersten Talkrunde. Eine Bestandsaufnahme in Sachen gleichwertige Lebensverhältnisse. Und jetzt gehen wir ganz flink rüber zu Herrn Kerber. Denn der wartet ja schon auf uns. Markus Kerber, Dr. Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat. Und da sitzt er auch. Und ich denke, Sie können uns noch ein bisschen mehr etwas sagen zum Plan für Deutschland. Was hat die Bundesregierung schon angepackt? Und was hat sie noch vor? Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, Frau Dahle. Ich kann in der Tat dazu ein paar Takte sagen. Ich will das auch auf 15 Minuten beschränken. Ich will aber den Ball von Herrn Professor Parquet aufnehmen und ihn weiter aufs Tor spielen. In der Tat zeigen die Entwicklungen in den USA, die uns ja seit gestern beschäftigen und die uns noch in Atem halten, worüber wir eigentlich reden bei der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und weshalb Politik sich um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu kümmern hat, in einem hohl dosierten Maß wohlgemerkt, auf das ich noch komme. Wir haben es damit zu tun, dass wir seit knapp 200 Jahren, seit dem Beginn der Industrialisierung in Räumen, der Begriff Raum ist etwas extrem wichtiges, in Räumen, die politisch, wirtschaftlich und geografisch determiniert sind, mit dynamischeren Gesellschaften zu tun haben. Die Industrialisierung hat eine ungeheure Dynamik ausgelöst in den Gesellschaften, insbesondere der westlichen Staaten. Dynamik dahingehend, dass Menschen beweglicher wurden, dass Menschen zum ersten Mal ihren Energieverbrauch selber überschreiten konnten. Bis zum Eintritt der Dampfmaschine war der Mensch in seiner Entwicklungsphase auch örtlich räumlich an die Energieverfügbarkeit gebunden. Seit damals, das ist ein industrieller, ein revolutionärer Prozess, haben wir wesentlich mehr Energie, als wir tagtäglich es selber herstellen können. Das heißt, wir können plötzlich mehr konsumieren, wir können mehr produzieren. Und diese industrielle Revolution hat die Gesellschaften ungeheuer dynamisch gemacht, die vorher rein agrarisch geprägt waren und nur in ausgesuchten Städten eine gewisse partielle Dynamik hatten. Das heißt, Dynamik bedeutet in offenen, demokratischen, marktwirtschaftlichen, freien Gesellschaften und Ordnungen, dass Menschen das tun, was sie wollen. Und das heißt, sie handeln und entwickeln sich zum Teilen, zum Beispiel zentrifugal. Sie wandern von A nach B, sie machen, was sie tun wollen. Und das führt dazu, dass es Ungleichgewichte gibt in oder Ungleichwertigkeiten in Gesellschaften. Das ist, das muss man zu Beginn meiner Ausführung sagen, auch gewollt in freiheitlichen, in freiheitlichen Systemen. Das ist der Fehler, den die Ostblockländer nach 1945 gemacht haben, diese Dynamik zu unterbinden, sie zu kanalisieren, sie irgendwie gleichförmig zu machen. Daran sind diese Gesellschaften letztlich gescheitert, weil diese Dynamik, also die Unterbindung der Dynamik, zwingend mit Unfreiheit verbunden ist und das ist etwas total dem Menschen zuwiderlaufendes. Auf der anderen Seite sind freiheitliche Gesellschaften in der Tendenz, Ralf Dahndorf hat da viel dazu geschrieben, auch nicht vor der Gefahr gewappnet, zu überschießen in der Ungleichwertigkeit. Und Politik hat die Aufgabe, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Räumen sicherzustellen. Das heißt, die Diskussion, die wir heute führen, ist nicht nur, und darauf hat Professor Bakke hingewiesen, eine reine Ost-West-Diskussion, sondern, wie Marco Wanderit sagte, eben immer schon in Deutschland in verschiedenen geografischen Formen auch eine Nord-Süd-Diskussion. Ich darf aus, wie Sie mir phonetisch anhören, aus Süddeutschland stammender darauf hinweisen, dass bis zum heutigen Tage, wenn Sie die Verkehrsinfrastruktur in deutschen Räumen anschauen, die Frage nördlich oder südlich des Limes eine Rolle spielt, bei der Frage, wie viele Verkehrswege hat man pro 100 Quadratkilometer, da wirken römische Infrastrukturinvestitionen heute noch nach, die hat man mühsam über Jahrhunderte hinweg, durch Kanäle, durch Fernstraßen im Norden und im Osten Deutschlands ausgeglichen. Aber das zeigt schon, wo ich Sie hinführen will, dass nämlich Ost-West-Nord-Süd, aber auch der Gegensatz Stadt-Land, die Achsen sind, entlang derer man Gleichwertigkeit immer messen muss und wo man dann korrigiert, aber immer nur durch eine Rahmenhandlung, durch eine ordnungssitzende Handlung. Und der Kern deswegen der Gleichwertigkeitspolitik, der Heimatpolitik des Bundesinnenministeriums war es und ist es, die regionalen und räumlichen Lebensverhältnisse in Deutschland mit dem politisch warmen Begriff der Heimat umschrieben, in die Planungen einzubeziehen. Und erlauben Sie mir eine Beobachtung für den Zeitraum 1990 bis 2020. Natürlich war die grundlegende Handlungsannahme nach 1990, nach der Überwindung des Ostblocks und des Sozialismus, eine weitgehende Selbstregulierung der Marktwirtschaft. Das war ein Stück weit weg vom Ordoliberalismus hin zum Neoliberalismus, ohne jeweils bei ihm anzukommen. Und was wir jetzt erleben mit der neuen Gleichwertigkeitspolitik, mit der Heimatpolitik, ist ein graduelles Zurückwanderen Richtung mehr Ordnungspolitik, will sagen, mehr Infrastrukturplanung, die weit über die Marktergebnisse hinausgeht und mehr Daseinsvorsorge. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Ich habe die letzten zwei, drei Jahre viel verbracht in den sogenannten neuen Bundesländern, wo mir immer entgegengehalten wurde, dass die Bahn bestimmte Kreise abgehängt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sich unter bestimmten Maßzahlen nicht mehr gerechnet hatten. Und wenn Sie in Berlin im Bahnhof sitzen und Sie haben eine bestimmte Zielvorgabe, wie wirtschaftlich Sie sein müssen, ist es zwingend logisch, dass Sie bestimmte ökonomisch unterausgenutzte Strecken schließen. Das führte dazu, dass Räume wie südlich von Rheinsberg bei der Mecklenburgs-Vorpommerischen Seenplatte oben plötzlich abgehängt waren und sich die Frage stellte, reaktivieren wir diese Bahngleise wieder. Und der privatwirtschaftlich agierende Betreiber, die Deutsche Bahn sagte, das rentiert sich aber für uns alleine nicht. Also brauchte man, das ist ganz konkrete Heimat- und Gleichwertigkeitspolitik, ein neues Verständnis, dass dieser Anbieter, wenn er die Kosten der Reaktion dieser Bahnstrecken nicht alleine tragen kann, dass das dann vielleicht geteilt wird zwischen der öffentlichen Hand und der Deutschen Bahn. Und so haben wir punktuell in vielen Bereichen ein Umsteuern, ein Umdenken hin wieder zu mehr staatlich orientierter Infrastrukturplanung. Es geht immer nur um die Infrastruktur und die Basisvorsorge. Es geht nicht um die einzelnen Wirtschaftsobjekte. Es geht nicht darum, denen die Handlungsfreiheit zu nehmen, sondern sie dort zu erweitern, wo wir mit staatlicher Infrastruktur dazu beitragen können, dass Menschen dort, wo sie leben, die gleichen Entwicklungschancen haben, wie andere Menschen sie in anderen Rollen haben. Was meine ich damit? Wenn Leute 30 Minuten nach München, nach Frankfurt oder nach Berlin pendeln, ist das das eine. Wenn sie freiwillig, weil sie nur dort ihre Lebenschancen sehen, irgendwann mal 60, 90 oder 120 Minuten One-Way pendeln müssen, kann es sein, dass diese Menschen sagen, da ziehe ich doch lieber nach Frankfurt, nach München oder nach Berlin, wenn man das nicht will. Wenn auch diese Menschen das nicht wollen, muss man die Voraussetzung dort, wo sie leben, wo sie wohnen, schaffen, dass sie an der Entwicklung, an der Dynamik dieser Großräume teilnehmen können. Und das ist im Kern das, was wir mit der Gleichwertigkeitspolitik zwischen Bund und Ländern erreichen wollen. Ein Rekalibrierung, keine Revolution, nur eine Rekalibrierung der Infrastrukturplanung und der Daseinsvorsorgeplanung. Wie immer in marktwirtschaftlichen Ordnungen geht es um Nuancen, um das Verschieben von ein, zwei Prozenten in den Anteilen am Sozialprodukt. Es geht eben nicht um die Gleichartigkeit der Lebensverhältnisse. Es kann nicht sein, dass wir Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in der Münchner Innenstadt haben, wie vielleicht im ländlichen Raum um Stendal. Darum ging es nie. Sondern es geht darum, dass jemand, der in Stendal lebt, vielleicht dieselben Bildungschancen, diese Entwicklungsschancen hat, wie jemand in Berlin oder Hamburg. Und da glaube ich, zum Abschluss meiner Ausführungen kommen, sind zwei Dinge nun in einer kongenialen Art und Weise zueinandergekommen. Ein positives und ein negatives. Die bereits in der Umsetzung befindliche Digitalisierung, die wir im Rahmen der Gleichwertigkeitspolitik mit einer massiven Milliardenspritze für eine Mobilfunkgesellschaft, für den Ausbau des Breitbands usw. unterstützt haben, wird jetzt noch mal forciert, durch die Bedingungen, die wir brauchen, um die Corona-Pandemie zu überwinden. Auch dort merken wir plötzlich, dass dezentrale Strukturen, gestärkt Krankenhäuser, öffentliches Gesundheitswesen, die Resilienz unserer Marktwirtschaft, unserer Ordnung erhöhen. Und weil Herr Professor Paquet so wunderbar auf die USA übergeleitet haben, wir haben eben nicht das, was man in den USA seit 20 Jahren mangels einer gewissen zentralen Infrastrukturplanung sich entwickelt haben sehen. Wenn Sie von New York an Los Angeles fliegen, als Angehöriger einer Rechtsanwaltskanzlei oder einer Investmentbank oder eines Filmstudios, haben Sie in den letzten 20 Jahren verächtlich in der Mitte des Fluges aus dem Fenster geschaut und über Flyover-America gesprochen, über das Leftover-America. Das sind genau die roten Staaten, die wir jetzt auf der Karte sehen, weil diese Staaten wirklich zum Teil abgehängt waren von der Wirtschaft im Dynamik der beiden Küstenstreifen. Das genau ist in Deutschland nicht eingetreten. Die Zahlen von Herrn Professor Paquet haben das eindrucksvoll unterlegt. Und damit dieses Zusammenwachsen sich noch stärker positiv in der nächsten Generation auswirkt, ist die Gleichwertigkeitspolitik ein kleiner, aber wie ich meine, gewichtiger Bestandteil. Wie genau wir das machen, was da ein Staatssekretärsausschuss zu tun hat, das überlasse ich dann vielleicht lieber der Podiumsdiskussion. Ich bedanke mich und freue mich jetzt auch auf dieselbe. Ihnen einen ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kerber. Und bleiben Sie einfach gleich dabei. Und genauso hoffe ich, dass auch Herr Paquet und Herr Wanderwitz noch dabei sind. Herzlich willkommen jetzt zu unserer Podiumsdiskussion beim Symposium der Deutschen Gesellschaft hier live aus Leipzig. Es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Und ich weiß, Video-Chat ist beschwerlicher als live. Aber bitte, bitte bleiben Sie dabei. Und wie gesagt, Sie können sich live reinschalten. Per Chat auf YouTube, auf dem YouTube-Chat können Sie Ihre Fragen stellen. Und genauso, da sehen Sie ja auch die Internetadresse von der Deutschen Gesellschaft eingeblendet, gl.deutsche-gesellschaft-ev.de. Können Sie uns gerne Fragen schicken. Und ich sehe auch, dass der Chat da so rumzappelt, da im Hintergrund. Ich kann es nicht ganz genau erkennen, aber ich glaube, es sind schon einige Fragen da. Und wer auch noch da ist, ist Antje Hermenau. Die ist jetzt auch uns zugeschaltet. Freue ich mich sehr. Ehemalige Bürgerrechtlerin in der DDR. Dann hat sie für die Grünen im Bundestag gesessen, im Sächsischen Landtag, war da Fraktionschefin. Nach, ich glaube, sechs Jahre ist es jetzt her, sind sie von allen politischen Ämtern zurückgetreten, aus den Grünen ausgetreten. Antje Hermenau war für die Freien Wähler in Sachsen aktiv, war unter Beschuss, weil sie eine Lesung auf einer AfD-Veranstaltung durchgeführt hat. Vielleicht gehen wir da später noch drauf ein. Frau Hermenau, erst mal einen schönen guten Morgen und vielleicht ein kurzes Statement von Ihnen, weil wir von Ihnen ja noch gar nichts gehört haben. Sie kennen den Plan für Deutschland. Geht der Ihrer Ansicht nach in die richtige Richtung? Naja, alle unsere Planungen basieren darauf, was wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Das Problem wird sein, dass sich gerade drastisch unsere Lebensumstände ändern, nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland, auch in Europa. Und wir aus alten Planungen heraus vielleicht gar nicht die richtigen Wege finden werden. Wir bräuchten jetzt eigentlich eine experimentelle, freie Zeit, um uns neu aufzustellen, auch als Volkswirtschaft. Und verharren aber in sehr strukturfesten und altmodischen Diskussionen. Das ist nicht sehr unternehmerisch, was gerade passiert. Was ist denn für Sie eine altmodische Diskussion zum Beispiel? Naja, also wir haben jetzt wieder heute aktuell, tagesaktuell einen Vorstoß von der SPD. Und zwar einen, von dem ich was halte, von Herrn Weil. Der meint, die Schuldenbremse hätte ihn eh nie interessiert. Das ist jetzt ein kleiner Punkt, interessiert nicht jeden. hat aber was mit der Stabilität unseres Geldes, mit der Funktionsweise unseres Geldes und mit den wirtschaftlichen Verpflichtungen Deutschlands innerhalb der Europäischen Union zu tun. Das ist also ein ganz schwer wichtiger Punkt. Kommt man nur nicht gleich drauf. Und im Osten Deutschlands, um mal dieses Schiss mal aufzunehmen, sind viele Menschen eben der Meinung, dass eine Währung stabil sein sollte und dass sie solide finanziert sein sollte. Und da bewegen wir uns gerade in eine andere Richtung. Also was ist konkret Ihr Vorschlag? Naja, mein Vorschlag ist, dass mehr öffentlich diese schwerwiegenden Themen diskutiert werden, die uns alle existenziell betreffen, als der kleine Pipifax sozusagen, hier noch eine Türklinke und da noch irgendwie einen Schlüssel reinstecken oder sowas. Ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Unbehagen darüber, bei der Mehrheit der Bevölkerung, ob das alles so funktioniert. Und da muss man die Grundfragen einmal öffentlich breit diskutieren, damit ein gewisses Grundverständnis bei den meisten Leuten da ist. Das fehlt nämlich. Und dann sind Verschwörungstheorien und Hysterien wirklich alle Türen und Türen geöffnet. Und das halte ich für falsch. Und deswegen habe ich auch bei Zeiten schon versucht, in einen streitbaren Diskurs mit Leuten von der AfD zu treten und vor allen Dingen deren Wähler, weil ich das für richtig halte, diese Sorgen und Ängste aufzunehmen. Das ist eine große Gruppe, soll man nicht vertun. Und das hat was damit zu tun, ob die sozialen Sicherungssysteme stabil bleiben. Das hat was damit zu tun, ob die Währung stabil bleibt. Das hat was damit zu tun, ob die Arbeitsplätze halbwegs stabil bleiben. Das sind die wirklich sehr praktischen Lebensumstände, die die Menschen interessieren. Ja, Herr Paquet, da will ich Sie mal direkt ansprechen, was Frau Hermenau gerade gesagt hat. Sie haben uns ja von der Generation Aufbruch Ost erzählt. Passt denn das mit dem zusammen, was Frau Hermenau gerade sagt? Also ich höre übrigens eine Doppelung. Ich weiß nicht, ob bei anderen das auch so ist. Also die Verhältnisse sind im Moment nicht angenehm, die akustischen. Ich höre mich direkt danach. Könnte man das technisch noch mal kontrollieren? Ja, ich glaube, die Jungs sind da dran. Versuchen Sie es mal zu ignorieren. Ich glaube, am wichtigsten ist das alles. Ja, also ich habe auch, wenn ich Frau Hermenau hörte. Also es ist schon sehr störend. Aber Herr Hermenau, was muss ich damit leben? Ja, also zunächst. Frau Hermenau hat die Währungsstabilität angesprochen. Also als Volkswirt hätte ich nicht die gleichen Befürchtungen wie natürlich der Bevölkerung insgesamt. Ich glaube, wir haben eine stabile, wir haben eine stabile und das wird auch so bleiben. Wir haben kaum Inflation, trotz der riesigen Sonderprogramme, die jetzt aufgelegt wurden im Rahmen von Corona. Aber ich gebe Frau Hermenau natürlich vollkommen recht und auch Herrn Kerber, dass wir uns um die Sorgen der Menschen in der Breite der Bevölkerung und vor allem in den ländlichen Regionen, dass wir uns um diese Sorgen und dass wir möglichst auch das Gespräch suchen müssen. Allerdings ist das nicht einfach, da oft von dieser Seite natürlich, also wenn man jetzt ganz konkret die AfD nimmt, auch eine ungeheure Unsachlichkeit in die Debatte kommt. Ich selber bin auf Twitter relativ viel unterwegs und weiß, von was ich da rede. Also die Kommunikation ist da sehr schwierig. Ich glaube allerdings, und jetzt komme ich auf die nächste Generation, die nächste Generation, die ich im Hörsaal erlebe, die ich unter den jungen Ostdeutschen erlebe, ist mit ihrem Leben, mit ihren beruflichen Perspektiven und mit unseren gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen beschäftigt. Und die haben eine viel positive Einstellung und da ist die Diskussion auch absolut möglich und die müssen wir führen. Nun ist das natürlich auch eine Elite, die bei Ihnen an der Universität studiert, das ist sicherlich ein Teil der jungen Generation. Aber ich will die Frage mal weitergeben an Herrn Randerwitz und auch an Herrn Kerber. Sie haben natürlich mit allen Fakten ein sehr, sehr positives Bild gezeichnet. Sie haben viele Punkte genannt, die wirklich gut laufen, die, wo wir schon viel erreicht haben. Sicherlich natürlich auch zwei, drei Punkte, wo noch was, noch ein bisschen was zu machen ist. Aber Sie haben schon ein sehr positives Bild dargestellt. Wie erklären Sie sich dann die starke AfD im Osten? Ich melde mich mal freiwillig als Erster. Also zum einen haben wir natürlich bei allen positiven Bild auch Dinge, die es weiter zu bearbeiten gilt politisch. Also die Menschen haben ja echte Beschwer. Wenn ich keine ärztliche Versorgung im ländlichen Raum habe, wenn ich keinen funktionierenden ÖPNV habe, wenn ich eine Dorfstraße habe, die im Zustand wieder nah in dem Zustand von 1989 ist, was die Schlaglöcher betrifft, dann sind das echte Probleme. Allerdings, glaube ich, ist die Einschätzung der realen Situation und die gefühlte Situation etwas, was ein bisschen auseinander geht. Und dann haben wir so eine Neigung und die ist, ich sage mal, auch in den Generationen unterschiedlicher ausgeprägt, dass man eben dann auch mal bei der Wahlentscheidung dazu tendiert, das demokratische Parteienspektrum eben zu verlassen, um eine Protestwahl abzugeben. Das ist in den alten Bundesländern unsere gefestigtere Demokratie, haben einfach nicht so verbreitet. Und das so die Mischung aus alledem. Ich glaube, wir werden das Problem in weiten Teilen lösen können, wenn wir die echten Probleme des ländlichen Rahmens stückweise weiter abräumen. In diesem Sinne arbeiten auch die meisten Landesregierungen. Aber es ist natürlich eine nicht einfache Aufgabe. Ich bringe Ihnen mal als Beispiel Sachsen. Da kenne ich mich am besten aus. Wir verlieren immer noch und haben viel Bevölkerung verloren. Und wir haben in den ländlichen Regionen im Regelfall die Situation, dass es darum geht, sozusagen die Schrumpfung der gesamten öffentlichen Infrastruktur zu machen. Weil natürlich mit dem Schrumpfen, mit dem Zurückgehen der Bevölkerung auch denklogisch weniger Geld vorhanden ist. Und du hast also eine faktisch immer zu große Infrastruktur. Und alles, was weggeht, nehmen die Leute als Verlust wahr. Und deswegen ist es natürlich eine große Chance, die wir jetzt haben in solchen neuen Themen wie Digitalisierung. Ich bringe mal als Beispiel, ich habe vorhin über Medizin gesprochen, das ganze Thema Telemedizin. Deswegen, das sind Chancen, diese Lücken zu schließen. Man muss nur eben in die Köpfe der Leute reinkommen, weil das Althergebrachte natürlich erst mal in den Köpfen drin ist. So nach dem Motto, früher gab es doch da einen Arzt, der war immer da. Und jetzt ist er vielleicht nur noch freitags da. Und die anderen Tage macht es eine Fachschwester oder einen Fachpfleger mit einem telemedizinischen Begleitangebot. Aber ist das dann vielleicht, ist der Schlüssel dann vielleicht das, was Herr Kerber die staatliche Infrastruktur genannt hat? Dass eben, Sie sagen es, Herr Wanderwitz, mitunter macht diese Straße überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil da fährt einmal in acht Tagen einer drüber. Aber wenn die Straße weg ist, sagen alle Leute, na früher war doch da eine Straße. Muss es dann, Herr Kerber, Sie haben es angesprochen, muss dann bestimmte Sachen der Staat einfach machen, auch wenn es sich wirklich nicht rechnet. Aber dafür ist der Staat ja nicht da, weil wenn ich, also dass es sich rechnet, weil wenn ich zum Beispiel an den Mobilfunk- und Breitbandausbau denke, da sagen ja eben die großen Telekommunikationsunternehmen, Sachsen-Anhalt, Altmark, rechnet sich nicht, dann muss es der Staat machen, oder Herr Kerber? Vielleicht mal vorab, nochmal vor die Klammer gezogen, eine mögliche Erklärung für den halber Herrn Professor Parquet oder den Schall. Ich sehe an Professor Parquet auf meinem Kachelbildschirm zweimal, das heißt, irgendwie sind zwei Leitungen zu Herrn Parquet offen und das würde dann natürlich eine Rückkopplung hervorrufen. Ich glaube, wir sehen alle doppelt, als einzigen. Das vielleicht an die Technik. Ihre Frage kann ich ganz einfach beantworten. Natürlich ist für die Bereitstellung öffentlicher Güter niemand anderes zuständig als der Staat, weil der Markt wird niemals öffentliche Güter herstellen. Also das ist nun eine althergebrachte Volkswirtschaft. Da brauchen wir uns auch nicht neu auf die Schulter klopfen und sagen, Donnerwetter, wir haben was rausgefunden. Die Frage ist, wie viele öffentliche Güter möchte eine Gesellschaft haben? Und da gab es, da glaube ich, nach 1990 eine gesellschaftliche Mehrheit. Man muss ja immer sehen, die Regierung reagiert ja immer auf das Volk und die Ungekehr. Das muss auch so sein in freiheitlichen Ordnung. Aber es gab nach 1990 mindestens zwei Dekaden, in denen man gesagt hat, na im Zweifel lieber weniger öffentliche Güter und mehr Marktergebnis. Das Marktergebnis führt zu weniger öffentlichen Gütern. Das beste Beispiel ist, man kann von einem privatwirtschaftlich verfassten Mobilfunkdienstleister nicht erwarten, dass er 100 Prozent einer Fläche abdeckt. Das hätte ja dann öffentlichen Gutscharakter. Das heißt, wenn die Telekom oder die Telefonica oder wer immer uns auf der Regierung sagt, wir können wirtschaftlich unter den gegebenen Rahmenbedingungen aber nur 95 Prozent der Fläche abdecken. Und in diesen 95 Prozent der Fläche leben dummerweise nur 85 Prozent. Ergo habe ich danach 5 Prozent mit 15 Prozent Bevölkerung, wenn Sie so wollen, mobilfunkmäßig abgehängten. Dann gibt es nur zwei politische Antworten, indem wir sagen, die Abgehängten bleiben, die Abgehängten. Klammer auf, die sagen, gut, dann wähle ich entweder AfD oder ich ziehe nach Leipzig, München oder Frankfurt, wo ich eine berufliche Netzabdeckung habe. Oder zweite und mittlerweile stärker forcierte Variante ist, wir grücken vielleicht eine Mobilfunkgesellschaft, wir bauen die verbleibenden Masten und machen diese Vorlaufinvestition in eine partielle Infrastruktur, die die privaten Anbieter gar nicht betreiben können und mieten die aber an die kompetitiv aufgestellten Netzbetreiber über 20, 30 Jahre ab. Das können die selber nicht leisten, aber wir als Staat können ja komplementär auftreten. Es geht nicht um die Frage, es gibt hier politische Konkurrenten in dieser Stadt, die ganz rechten und die ganz linken sagen, dann können wir ja die Telekom wieder verstaatlichen. Nein, das ist Quatsch. Niemand muss die Mobilfunkgesellschaften verstaatlichen. Aber dort, wo es sich für sie nicht rechnet, muss man sich überlegen, ob es eine staatliche Vorlaufinvestition in diesen Teilbereich eines öffentlichen Gutes gibt, der dann trotzdem marktwirtschaftlich angeboten werden kann. Es geht doch letztlich nur um die Innovationsfähigkeit der Marktwirtschaft und deren Abschaffung, die immer wieder gefordert wird. Danke, Herr Kerber. Frau Hermenau, jetzt haben wir gehört von Herrn Wanderwitz, wir müssen halt mehr in die Köpfe der Menschen rein. Und Herr Kerber sagt, naja, die 5 Prozent, ich nehme jetzt einfach das Beispiel, die 5 Prozent in der Altmark, das macht dann das Heimatministerium. Stellt Sie das zufrieden? Warten Sie mal ganz kurz. Um mich geht es ja weniger. Mein Leben ist ja sehr gut gestaltet. Es geht ja um viele andere Leute, die sich unbehaglicher fühlen als ich. Bitte? Gut. Der entscheidende Punkt ist aufgekommen, in meinen Augen, in zwei Etappen. Wir waren 2006 schon mal weiter, da hatten viele von uns auch hier im Osten das Gefühl, das wird schon noch mit der Einheit, das passt schon so ungefähr. Und dann wird es wieder schlechter. Dafür gibt es zwei Eintrittspunkte. Der eine Eintrittspunkt ist die Finanzmarktkrise 2009, als die Frage der Stabilität der Währung aufgeworfen wurde. Und zwar für alle. Und das zweite Eintrittspunkt war 2015, als die Frage der Zuwanderung auch argumentiert wurde mit, wir brauchen mehr Leute, die hier arbeiten gehen und unsere Arbeitsunternehmen und so weiter. Und das alles hier tragen unsere Gesellschaft, auch die sozialen Sicherungssysteme. Das ist ja so nicht aufgegangen, sage ich jetzt mal furchtbar trocken. Und wenn Sie Diskussionen im Wüschegrad verfolgen oder hier auch in Ostsachsen, dann heißt es lieber ein bisschen mehr Automation und weniger Zuwanderung von Nichtfachkräften, um das mal freundlich zu formulieren. Der entscheidende Punkt ist, die Leute möchten gerne das Erreichte halten. Das kann man für unambitioniert halten. Aber das ist die Kraft, die noch übrig ist, zumindest bei den Älteren. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den man achten muss. Es geht nicht um die Gleichwertigkeit oder Gleichheit, das ist Tünniff, sondern es geht um ein vergleichbares Lebensgefühl. Das haben Sie einmal bei den Generationen, das haben Sie beim anderen, aber auch zwischen jungen Leuten in Ost und West. Was noch gar nicht so richtig aufgetaucht ist, ist, dass zum Beispiel in den Großstädten im Westen jetzt vielleicht 30, 40, vielleicht sogar mehr Prozent der Leute unter 30 mit Migrationshintergrund sind. Viele sehr gut integriert, einige wahrscheinlich nicht, sonst gäbe es ja keine Event-Party-Völker. Aber die andere Seite ist, hier im Osten haben Sie immer noch, auch in Großstädten zum Teil, außer gewissen Szenevierteln, eine sehr homogene Gesellschaft, auch unter jüngeren Leuten. Das ist auch im Osten, in Polen so, Tschechien, Slowakei. Das heißt, da gibt es noch einen anderen Heimat- und Kulturbegriff. Ich frage das mal alles wertneutral. Und deswegen ist die Frage, wie komme ich zu einem Lebensgefühl, wo ich sage, Mensch, läuft, ist okay für mich, eine entscheidende Frage. Die hat was mit grundlegenden Rahmen zu tun, das habe ich gerade versucht anzudeuten, also stabile soziale Sicherungssysteme, stabile Wirtschafts- und Währungssysteme, dass man da eine gewisse Sicherheit hat. Nun ist gerade die Weltwirtschaft so, dass sie diese Sicherheiten gar nicht anbieten kann. Aber es sind auch nicht alle aufs Risiko mental vorbereitet, das muss man einfach mal so deutlich sagen. Es gibt viele jüngere Leute im ländlichen Raum, gerade hier im Osten, die sehr viele Erfahrungen gemacht haben und die oft zwischen Freiheit und Sicherheit wählen müssen und oft auch in die Freiheit gehen. Und sagen, da habe ich eben weniger Sicherheit. Aber sie empfinden auch diesen Schmerz, der ist da. Deswegen, wie wir uns als Deutschland insgesamt modernisieren, das meine ich auch gesellschaftspolitisch, ist eine entscheidende Frage. Und das erkennt man daran, dass im Moment so viele so unbeherrscht und so wütend miteinander umgehen, weil sie ja alle der Meinung sind, sie haben den Stein der Weißen gefunden. Es gibt viele Steine der Weißen in meinen Augen. Aber das erklärt dieses Phänomen. Also wie kommt man dahin, und das ist für mich die wichtigste politische Aufgabe, gerade wenn ich mir auch dieses Nailbiting-Event da in den USA gerade angucke, wie kommt man dahin, dass verschiedene Lebensgefühle sich als gleichwertig betrachten können in diesem Land? Und ist das nur eine Frage der Infrastruktur? Die werfe ich auf. Danke Ihnen. Sehr guter Punkt. Wie kommen wir da hin? Erst Herr Wanderwitz, dann Herr Paquet und dann Herr Kerber. Ja, ich würde mal gerne noch einen zusätzlichen Punkt einführen wollen. Ich glaube, also zum einen, Frau Kollegin Hermener, bin ich bei Ihnen, was die Thematik 2015 fortfolgende betrifft. Erstmal in der Zustandsbeschreibung, dass das einer der Kristallisationspunkte war. Aber ich glaube auch, dass die Finanzmarktkrise einer war, wenn auch ein weitaus kleinerer, aus meiner Einschätzung. Und ich würde aber einen dritten hinzufügen, den ich für ähnlich groß halte wie den erstgenannten, nämlich die Thematik Agenda 2010. Der lag schon noch ein bisschen länger zurück. Aber das ist natürlich eine Situation gewesen, wo, ich sage mal, sich in den neuen Ländern noch ganz anders ausgewirkt hat als in den alten. Im Sinne von, wir haben ja generell, ich habe es ja vorhin angesprochen, die Thematik geringere Tarifbindung und dergleichen mehr. Aber da sind natürlich in einer Größenordnung prekäre Zustände entstanden. Also ich sage mal, diese ganzen Ich-Agen beispielsweise, wo von vornherein jedem klar sein musste, das ist zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Um es mal so zu formulieren, wie es meine Oma immer gemacht hat. Im Sinne von Menschen, die arbeiten und am Ende ihrer Arbeit sicher in die Grundsicherung gehen werden, weil sie können nichts beiseite legen. Da sind Arbeitsverhältnisse geschaffen worden, die nicht sozusagen dem Leitgedanken der sozialen Marktwirtschaft, so wie wir sie eigentlich von 1990 vor folgende versucht haben, den Menschen näher zu bringen, entstanden haben. Und das hat viele Unsicherheiten mit sich gebracht. Und den Punkt würde ich ausdrücklich noch mit dazusetzen wollen als dritten großen Punkt, was das Thema mehr Automatisation, weniger Zuwanderung betrifft. Ich für meinen Teil bin fest davon überzeugt, habe vorhin die demografische Situation angesprochen, dass man gar nicht so viel automatisieren kann, dass wir am Ende des Tages nicht Zuwanderung brauchen. Und natürlich ist die Zuwanderungsdebatte jetzt ungleich schwerer geworden, als sie zuvor gewesen ist, durch die Flüchtlingsthematik, die wir hatten, die natürlich eben keine gesteuerte Migration war. Wir versuchen jetzt einerseits das Beste draus zu machen und auf der anderen Seite kommen wir gar nicht umhin, die Zuwanderungsdebatte gleichwohl zu führen. Die Fachkräftezuwanderungsdebatte, wobei eine Fachkräftezuwanderungsdebatte für mich ausdrücklich auch umfasst, dass arbeits- und bildungswillige Menschen auch ohne solche Vorqualifikationen dort umfasst sein sollten, wenn sie denn bereit sind, sie sich hier zu erwerben. Weil wenn man ins obere Erzgebirge, in die Lausitz, nach Vorpommern geht, sind schlicht keine jungen Menschen in ausreichendem Maße vorhanden, dort ein künftiges öffentliches Leben für die dann vorhandenen Älteren am Laufen zu halten. Und das ist überhaupt nicht in den Köpfen der Menschen drin. Ich erlebe regelmäßig Diskussionen, wo das völlig negiert wird nach dem Motto, ich will es nicht haben, ich will mich auch nicht damit beschäftigen müssen. Ich erkläre das. Aber eben bitte nicht in dem Sinne, wie ich die Leitplanken definiert habe, nur das ist die Quadratur des Kreises. Das kann keiner schaffen. Danke Ihnen sehr, Herr Wanderwitz. Sie haben das super unterfüttert, was Frau Hermenau gesagt hat und ergänzt. Aber ich habe immer noch keine Antwort auf die Frage, wie nicht nur das, was wir ja heute hier machen, wie kriegen wir gleichwertige Lebensverhältnisse hin, sondern wie kriegen wir auch ein gleichwertiges Lebensgefühl hin. Herr Parquet, helfen Sie mir. Also, zunächst mal könnte ich es mir einfach machen und sagen, das kann man nicht herzaubern. Das geht nicht. Der Lebens-, ein subjektives Gefühl hängt von ungeheuer vielen Faktoren ab und vor allem natürlich von der Geschichte, die man selber durchlebt hat. Frau Hermenau hat das angedeutet. Wenn ich zurückdenke, ich bin 64 Jahre alt, an die 60er und 70er Jahre. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, aber mit Verwandten im Osten. Ich weiß noch, wie die westdeutsche Gesellschaft Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre aussah. Also, von dem Weg in ein kosmopolitisches Denken, was wir dann, sagen wir mal, so langsam entwickelt haben, konnte überhaupt nicht die Rede sein. Und in Mittel- und Osteuropa, also im sozialistischen oder kommunistischen Teil Europas, wurde ja genau diese Entwicklung in Richtung auf ein kosmopolitisches Lebensgefühl systematisch unterdrückt. Und es gab ja nie keine Möglichkeit, gewissermaßen sich mit der Welt anzufreunden. Und das merken wir übrigens nicht nur in Ostdeutschland, sondern das sehen wir in Polen, Tschechien und Ungarn. Warum sind die Polen, Tschechien und Ungarn so knallhart gegen jede Immigration, und zwar übrigens die gesamte Bevölkerung, egal wie sie politisch steht, aus dem muslimischen Raum, weil sie nie über Jahrzehnte keinen Gewöhnungsprozess an diese Situation hatte. Und vergessen wir bitte nicht, in Deutschland, in der Nazizeit, waren es die Regionen, wo es die wenigsten Juden gab, die am antisemitischsten waren. Und dort, wo die meisten Juden lebten und integriert waren, war der Antisemitismus am kleinsten. Also es ist ein ganz langwieriger Gewöhnungsprozess. Und der ist jetzt, gebe ich auch Frau Hermeneu-Richt, in sozusagen ungünstigst denkbarer Weise durch eine unkontrollierte Zuwanderung gestört worden. Ein solcher Prozess braucht Zeit der Veränderung der Gesellschaft. Und diese Zeit haben wir uns selber nicht gegeben durch unkontrollierte Zuwanderung, obwohl wir Zuwanderung brauchen. Unbedingt. Wir brauchen Fachkräfte, und zwar überall in Deutschland. Zwischen 2020 und 2035 scheidet die Babyboomer-Generation, ich gehöre dazu, aus dem Arbeitsmarkt aus. Deswegen brauchen wir dringend Fachkräfte. Und da wird auch alle Automatisierung nicht ausreichen. Sie ist nötig, aber sie reicht nicht aus. Und insofern brauchen wir auch die Zuwanderung, die positive Einstellung zur Zuwanderung. Und das haben wir vermasselt geradezu durch eine unkontrollierte Zuwanderung, die die Menschen aufgebracht hat. Im Westen übrigens auch, aber im Osten noch viel stärker. Daran knabbern wir jetzt. Und das ist ein Widerspruch zwischen dem, was wir eigentlich brauchen als Gesellschaft. Wir brauchen die kosmopolitische, weltoffene Einstellung. Das ist dringend nötig, sei ja auch als Liberaler. Das ist die Grundüberzeugung, wollen wir haben. Aber diejenigen, die das Glück hatten, historisch sie relativ leicht zu erwerben, müssen auch die Arroganz lassen, sozusagen auf die, ich sag mal in Anführungszeichen, herunter zu blicken, die gewissermaßen vielleicht noch nicht in einem so kosmopolitischen Umfeld aufgewachsen sind und einfach Zeit brauchen. Das gilt übrigens für alle unsere Parteien, für alle unsere Organisationen, in denen wir tätig sind. Ich erlebe das auch auf europäischer Ebene bei meinen Parteifamilien, den Liberalen, dass die Westeuropäer eine unglaubliche Arroganz gegenüber den Mittel- und Osteuropäern haben. Also da spielt sich das innerhalb dieser größeren europäischen Gruppe ab. Das müssen wir lassen und das ist die gleiche Arroganz, die gestern zu diesem Wahlergebnis geführt hat, dass beinahe der Trump gewonnen hätte, weil das Gefühl der Behandlung durch eine Flying-Over-Elite in Kalifornien und in Massachusetts und so weiter, der Menschen im Mittleren Westen, das sitzt so tief, dass man selbst bei einer Performance, die Trump hatte, die wirklich, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt ihre schwierigen Seiten hatte, darüber wegsieht und sagt, der Mann ist toll, der hat uns verstanden, die anderen verstehen uns ja nie. Also das ist ein riesiges Problem. Ja, ich finde das unheimlich interessant und Herr Paquet, Sie sind ja immer der, der das ganz große Rad dreht. Hochinteressant, jetzt kommt schon wieder der USA-Vergleich, aber Sie, liebe Frau Hermenau, haben es ja auch angesprochen, dass wir eben in eine ungute Richtung gehen, dass nämlich immer jeder glaubt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und alle anderen sind doof. Jetzt sehe ich Herrn Kerber da sitzen in seinem schönen Tagungszimmer. Herr Kerber, haben Sie, was ist Ihre Antwort? Wie kommen wir zu einem, hm, ein gleichwertiges Lebensgefühl ist nicht möglich, aber wie kommen wir, ja dann sage ich so, wie Herr Wanderwitz gesagt hat, wie kommen Sie noch besser in die Köpfe der Menschen, aber zumindest an die Menschen ran und erklären Ihnen all dieses, was wir jetzt hier ja gerade besprechen? Eine etwas ernüchternde Vorbewerbung muss ich uns machen. Mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist es wie mit dem Idealgewicht, der Geldwertstabilität und dem Weltfrieden. Es ist ein lebenslanger Prozess, man wird aber nie den Tag erleben, an dem man sagt, so, jetzt ist es A, vollschaft und vollbracht und B, jetzt bleibt es. Nein, das sind Ziele, die permanent erarbeitet und gehalten werden müssen, weil in dynamischen Gesellschaften sich die Menschen einfach dauernd unterschiedlich entwickeln. Und Frau Hermenau hat auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen, den wir in unseren freiheitlichen Gesellschaften immer wieder verinnerlichen müssen. Wir brauchen einen Plan für Deutschland, wir brauchen Pläne. Wir müssen aber wissen, dass jeder Plan ab Tag zwei seiner Umsetzung schon wieder eigentlich Makulatur ist, weil die Realität sich selten an Pläne hält. Dieses nach vorne Offene in einer freiheitlichen Gesellschaft, das müssen wir wieder verinnerlichen, dass das nach vorne Offene das große Plus ist. Wer die absolute Planumsetzungssicherheit haben will, kann das nur in einer unfreigen Gesellschaft machen. Und die führt ins Elend, das wissen wir. Und ich will auf einen Punkt hinausgehen, weil Sie ganz am Anfang mich und Herrn Wanderwitz angesprochen haben. Wir müssen doch, warum wir beide so unerwartet positiv hier auftreten würden. Ich finde, das muss man als Mitglied einer Regierung immer, sonst ist man am falschen Platz. Die Misakordia ist für die Opposition. Die Regierung selbst ist immer von ihrem Handeln überzeugt und hat dafür auch die parlamentarische Mehrheit. Aber ganz wichtig ist, auf ganz Deutschland gerechnet, die systemfremden oder mit dem System fremdelnden Parteien haben 20, alle anderen demokratischen Parteien in der Mitte haben 80 Prozent. Das ist die eigentliche Zustimmungsrate, die uns doch in Deutschland positiv machen muss. Warum gibt es in einzelnen Regionen, in einzelnen Landkreisen mehr als 20 Prozent Systemablehnung? Das hat, glaube ich, etwas, darauf haben Frau Hermenau und Herr Kollege Wanderwitz hingewiesen, das hat etwas dazu zu tun, dass dort eine Unterversorgung mit Affektion stattgefunden hat. Wann immer ich in diese Regionen komme und sage, euer Kreiskammerhaus funktioniert doch und der Bus fährt dann noch drei, vier Mal und sage, ja, ja, alles schön und gut, aber irgendwie habt ihr uns vergessen. Und dann kommt man, das stimmt schon, Frau Hermenau hat zwei neuralgische Punkte angesprochen, man kommt sehr oft auf die Verunsicherung in breiten Kreisen der Bevölkerung in 2008, 2009 und die danach stattgefundene Euro-Krise hervorgerufen hat. Es gibt ein Unbehagen mit nicht volkswirtschaftlichen und politikwissenschaftlichen Kreisen der Bevölkerung, was die Beherrschbarkeit des makroökonomischen Systems anbelangt. Dort gibt es einfach die Erwartung, dass die Politik sagt, wir drücken bestimmte Knöpfe und dann klappt das mit der Konjunktur und mit dem Wachstum. Na, wir um das Telefon hier wissen, ganz so einfach ist es nicht, sondern auch das ist ein nach vorne offener Prozess, aber die Mutmaßung bis zur großen Finanzkrise war natürlich, dass das System im Autopiloten fliegen würde. Und kein geringer als Ralf Darmdorf hat in einer seiner letzten Vorlesungen genau davor gewarnt. Dass es eine liberale Ordnung braucht, bestimmte Mechanismen, die den Ausgleich zwischen Chance und Risiko über Haftung gewährleisten. Und bestimmte Finanzinnovationen, muss man selbstkritisch sagen, haben dazu geführt, dass dieses Chancen-Risiko-Prinzip ausgehebelt wurde mit den fatalen Folgen. Das zweite war 2015. In diesen Regionen höre ich immer wieder, ihr sagt, ihr braucht eine Zuwanderung, aber wir wären doch auch noch da zum Arbeiten. Mein Gegenargument, dann müsstet ihr aber nach Leipzig umziehen. Oder nach Mönchen. Kollidiert dann mit dieser Verwurzeltheit in einer Region. Es gibt nun mal Menschen, die gerne in einer Region leben und leben bleiben. Und wir haben ja im weiteren Verlauf dieser Diskussion noch an Professor Südekum. Und Professor Südekum, der ja einer der führten Regionalwissenschaftler ist, hat uns mal eine Zahl gegeben im Innenministerium, ganz am Anfang unserer Heimatpolitik. Über 60 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Siedlungsstrukturen von maximal 10.000 Menschen. Weiter runter eigentlich im Schnitt. Das heißt, der Großteil der Deutschen, fast zwei Drittel, leben in Dörfern und kleinen Städten. Und die dann weitere Zahlen, die mich umgehauen hat, als Mitglied der Senatoklas Kaste, der da unten Corona rumflog und die ganze Welt bevölkert hat, von diesen 60 bis 65 Prozent verbringen wiederum 66 oder 65 Prozent ihr komplettes Leben in einem Postleitzahlenkreis. Da ist der Umzug von A-Straße nach B-Straße das große, disruptive Erlebnis in ihrem Leben. Und das kollidiert dann schon in den Erlebniswelten, die es in den öffentlichen, rechtlichen Fernsehen erleben, mit heute Hongkong, morgen Los Angeles, dazwischen noch ein Lunch in Berlin. Das ist nicht die Lebensrealität der Mehrheit der in Deutschland oder in Europa lebenden Menschen. Wir sind sehr regional und lokal verwurzelte Populationen. Und das ist etwas, was Heimatpolitik affektiv adressieren muss, dass man ein gewisses Recht hat, in seiner Region wohnen und leben bleiben zu dürfen und dort aber trotzdem eine Entwicklung durchmachen zu dürfen als Mensch, biografisch, wirtschaftlich, politisch, die einen nicht zum Hinterwändler stempelt, wenn man mit seinem Kfz-Kennzeichen nach Charlottenburg fährt oder nach Frankfurt. Und das ein klein wenig gegenzusteuern durch das, was der Staat nur alleine machen kann, weil er sonst zu sehr in das Leben der Menschen eingreift. Und das ist nun mal nur Infrastruktur und Daseinsvorsorge. Mehr kann ein Staat verantwortlich in einer freiheitlichen Ordnung nicht machen. Das ist der bescheidene Versuch, hier entgegenzuwirken und Zeichen zu setzen. Und ein allerletzter Punkt, der mir wichtig ist, weil es vielleicht die Lösung eines bestimmten Knotens beinhaltet, ich war 2015, 2016 nicht Mitglied der Regierung. Ich hatte damals den Aufgabenbereich Hauptgeschäftsführung in der deutschen Industrie. Ich habe damals, das ist alles dokumentiert, als einer der ganz wenigen davor gewarnt, Flüchtlingen eine ökonomische Nützlichkeit zuzuschreiben. Und das ist ein ganz großes Versagen der deutschen Wirtschaftselite gewesen, nicht der deutschen Politik. Es war die deutsche Wirtschaftselite, die der damaligen Regierung eingerichtet hat. Die Menschen, die da kommen, das sind alles Mechatroniker und die Facharbeiter, die wir brauchen. Wenn Sie sich die Einstellungszahlen der DAX-30-Firmen aus dem großen Fundus von 1,5 Millionen Geflüchteten anschauen, wie viel wirklich aufgrund einer real existierenden Befähigung oder technischen Ausbildung dann von DAX-30-Konzernen eingestellt wurden, das ist ein erbärmliches Ergebnis. Ich kann aber von jemandem, der flüchtet vor einem Bürgerkrieg, nicht erwarten, dass er unserem tertiären Bildungssystem und Ausbildungs- und Facharbeitersystem entspringt. Da wurden Erwartungen geweckt, auch in Bezug auf diese Menschen, die diese niemals erfüllen konnten und nur unter schwersten Aufwendungen von Milliarden jedes Jahr vielleicht in fünf oder zehn oder 15 Jahren erfüllt werden können. Und das ist ein Stück der Ehrlichkeit, wenn man das, glaube ich, stärker ausbreiten würde, wäre viel Entspanntheit in unserer Gesellschaft wieder zu gewinnen. Ein großes Wort, lieber Herr Kerber, um kurz nach halb zwölf an diesem Donnerstag mehr Ehrlichkeit in die Politik. Frau Hermenau ist schon die ganze Zeit ganz doll am Nicken bei allem, was Sie sagen, aber ich glaube, Herr Wanderwitz hat sich als erstes gemeldet. In der Gesellschaft, die Politik hat diese Ehrlichkeit schon längst gezeigt, indem sie jedes Jahr Rechenschaftsberichte abgibt im Haushaltsausschuss, wie viel Geld wir ausgeben über das BAMF, über die Arbeitsagentur und für die Ausbildung der Geflüchteten. Ich erwarte das von der Wirtschaft, dass sie sagt, ich habe mich getäuscht, oder wir haben uns getäuscht, 2005, 2016. Man kann das nicht in den öffentlichen Sektor abschieben und sagen, tut uns leid, wir können sie im Privatsektor nicht gebrauchen. Jetzt schau du mal, öffentlicher Sektor, was du mit diesen Menschen machen kannst. Die Gesellschaft muss ehrlicher werden. Herr Wanderwitz, Frau Hermenau. Nee, Herr Wanderwitz, nicht Frau Hermenau. Als die Situation etwas eskalierte, so 2015, 2016 in der Flüchtlingsfrage, bin ich auch viel unterwegs gewesen, habe mit Leuten gesprochen, habe Buchlesungen gemacht und habe versucht, diesen Zorn auf den Grund zu gehen. Und was deutlich geworden ist, ist eines, die Leute haben gesagt, auch wissen Sie, Frau Hermenau, in unserem kleinen Dorf, was sollen wir hier mit 50 jungen Männern, die in die Stadt wollen? Wenn Sie hier zwei Familien bringen, die ausgebombt worden sind und die hier bleiben wollen, dann bringen wir denen auch deutsch bei und dann finden wir auch die Arbeit. Aber viel Arbeit haben wir nicht auf dem Dorf, das müssen Sie wissen. Aber wir kriegen das schon hin. Das heißt, es gab eine größere Zustimmung generell zum Thema ausgebombter Flüchtlinge als Zustimmung zum Reinholen sehr vieler junger Männer, die zum Teil inzwischen als sehr aggressiv, zumindest einige von Ihnen, wahrgenommen werden und es ja auch sind, wie wir inzwischen ja auch an solchen Attentatsberichten und so weiter lernen müssen. Und diese Situation, finde ich, kann man nur verbessern, indem man wirklich deutlich mehr Entscheidungsfreiheit in die Räume zurückgibt. Wir brauchen eine Subsidiarität nicht à la Brüssel, wo oben alles gemacht wird, weil man die da unten für zu doof hält, sondern eine Subsidiarität, wie sie eigentlich im Süden Deutschlands früher mal üblich war, nämlich, dass solange es irgendwie selbstentscheidbar ist, auch die Region selbst entscheidet. Ich halte das für essentiell, dass wir verstehen, dass wir Landsmannschaften sind mit unterschiedlichen Gewohnheiten und dass man diese Gewohnheiten zwar in bestimmten gemeinsamen Interessen gut bündeln kann, sowohl in Berlin als auch in Brüssel, aber dass eben viele Eigenheiten sozusagen selbst geregelt werden müssen. Und da wird es unterschiedliche Antworten geben. Und da gibt es vielleicht sogar auch eine Wohnsitzpflicht für Zuwanderer und solche Sachen, das weiß ich alles nicht. Ich will nur deutlich machen, da muss man anders rangehen. Wenn die Leute weiter das Gefühl haben, es wird über ihre Köpfe entschieden und sie sind ohnmächtig, dann wird sich der Zorn nicht legen. Und natürlich wurden sehr viele Fragen in Deutschland in einer Art und Weise und mit großer Mehrheit, denn natürlich auch in der Mehrheit vorhandenen Westdeutschen entschieden. Die sagten, wir haben das hingekriegt, wir können das, wir machen das, dass sich viele Ostdeutsche lange übergangen gefühlt haben. Sie haben sich auch nicht deutlich zu Wort gemeldet, das will ich mal sagen. Das ist die Eigenkritik. Ich hätte mir gewünscht, dass da viel mehr Leute die Klappe aufgemacht hätten, statt still zu dulden. Aber sie dachten halt, der Wessi wird es schon wissen, so wie früher der Honni wird es schon wissen, der Staat wird es schon wissen. Das ist natürlich Quark. Da bin ich auch auf die junge Generation gespannt und freue mich auf die junge Generation, die das vielleicht ganz energisch anpacken wird. Wir werden sehen. Das ist ja noch eine Hoffnung, die man haben kann. Aber entscheidend ist, es muss vor Ort selbst entschieden werden. Der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, ist viel mehr Faktoren ausgeliefert, die sie selber nicht mehr in der Hand haben oder bestimmen können. Die Finanzmärkte entscheiden, wie groß das Bailout für Banken wird, die vielleicht auch Moral Hazard begangen haben. Die Finanzmärkte entscheiden vielleicht auch darüber, welche Wirtschaftsbranchen von der EZB gefördert werden, was ein ganz neuer Zustand ist in diesem Europa, oder welche nicht. Das heißt, wir haben uns andere Eingriffe von außen, die uns schon vieles aufdiktieren. Dann wäre es schlau, so viel wie möglich von allem anderen, was den Alltag beeinflusst, wieder zurückzugeben auf die unteren Ebenen. Nun weiß ich, dass so mancher Bürgermeister sofort die Hände heben würde, das kann ich alles gar nicht. Wenn man also möchte, dass Politik erfolgreicher in der Region ankommt, dann ist, glaube ich, die Unterstützung und Qualifikation derer, die vor Ort Verantwortung tragen, wesentlich. Und die Selbstüberschätzung derer, die meinen, weil sie in Berlin und Brüssel sitzen, sind sie zehnmal schlauer als der, der in Klein-Sieße nicht Bürgermeister ist oder in Hinterkleckersdorf Landrat. Das würde man damit auch ein bisschen beenden und das halte ich für sehr schlau. Ist das wahr? Frage ich mal in die Runde. Ja, am besten gleich mal an Sie, Herr Parquet. Ist das wahr, was Frau Hermenau sagt? Es ist zu wenig Subsidiarität. Also wird der Bürgermeister von Klein-Sieß-mich nicht, der wird einfach übersehen und kriegt das aufgedrückt vom Landrat oder vom Ministerpräsidenten? Ja, das ist ja massiv in der Vergangenheit geschehen und viele Kommunalpolitiker fühlten sich dann völlig alleingelassen und das bestimmt natürlich die Stimmung in der Breite der Bevölkerung. Also ich gebe da Frau Hermenau vollkommen recht. Manchmal ist es natürlich auch eine schwierige rechtliche Sache, also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt auch den umgekehrten Fall, jetzt bei den Flüchtlingen aus Griechenland, da gab es plötzlich Kommunen, die sagten, oh, wir sind zur Aufnahme bereit, natürlich im Hinterkopf habend, wenn entsprechende Kosten entstehen und so weiter, dass man dann zum Bund geht und sich bedient. Es gibt, also ich mit anderen Worten, die Sache ist kompliziert, aber im Grundsatz gebe ich Frau Hermenau absolut recht. Ich wollte aber komplementär dazu etwas anderes hinzufügen. Zwar ja die Frage, wie kommen wir aus dieser Situation raus? Und drüber müsste stehen mehr Ehrlichkeit. Mehr Ehrlichkeit, da ist ein Aspekt die Verlagerung auf die lokale Ebene. Der zweite Aspekt ist aber auch die ehrliche Diskussion der Phänomene. Und zwar ohne Scheuklappen der Political Correctness. Also mir ist zum Beispiel in den letzten Wochen aufgefallen, als die islamistischen Attentate waren, dass in sehr vielen Darstellungen der öffentlich-rechtlichen Medien die Ursprung der Täter gar nicht erwähnt wurde. Wurde gar nicht gesagt, dass das islamistisch ist, mit dem erzieherischen Ziel, die Menschen nicht mit Fakten zu konfrontieren, die ihre Vorurteile bestätigen können. Das ist doch letztlich der Punkt. Und indem man das macht, bestätigt man noch mehr die Vorurteile. Weil dann die Leute natürlich sagen, also dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist gewissermaßen tendenziös in der Darstellung. Und das hat sich in verheerender Weise in Deutschland festgebissen, dieses Phänomen, nicht mehr Phänomene, wie sie sind, zu beschreiben, sondern wie man sie, entweder Dinge ein Stück weit zu verschleiern, und so blöd sind die Leute auch nicht. Das spricht sich ja ganz schnell rum, was die Ursachen sind. Da brauchen wir eine viel ehrlichere Diskussion. Und wir brauchen auch eine Diskussion, die nicht gleich denjenigen diffamiert, der die Probleme dann beim Namen nennt. Und wenn diese Probleme auch gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft betreffen, so ist das nun mal bei Kriminalität und bei vielen anderen Fragen. Und da hat sich in den letzten Jahren ein großes Misstrauen aufgestaut, das natürlich diesen positiven, konstruktiven Geist stört oder erschwert, dass der entsteht. Okay, das ist ein guter Punkt. Ich möchte gerne auch so ein bisschen, ich möchte es wirklich größer fassen, denn unser Symposium geht ja heute um gleichwertige Lebensverhältnisse. Also natürlich ist die Flüchtlingspolitik ein wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft, aber ich würde es gerne mal größer fassen. Herr Kerber, Sie hatten sich gemeldet. Was ist mit dem Müssen, muss den Kommunen viel mehr Hoheit zurückgegeben oder noch mehr Hoheit gegeben werden? Herr Wanderwitz, Sie sind danach dran. Ja klar, ich habe Sie gesehen. Herr Kerber. Also was ja die wenigsten Wissen des Bundesministeriums des Inneren verbauen haben, ist ja auch das Kommunalministerium. Und deswegen fühle ich mich hier, weil ja später auch der Kollege Lübking, wenn er nicht schon zuhört, ich hatte ihn vorher kurz gesehen, das Wort haben wird, bemüßigt etwas dazu zu sagen. Diese Stärkung oder die Reaktivierung einer Strukturpolitik im Bereich Infrastruktur und Daseinsvorsorge dient unter anderem der materiellen Stärkung von Kommunen, und zwar sowohl Städten wie Dörfern. Das haben wir schon erkannt, dass die Lasttragung in vielen Bereichen immer bei den reisfreien Städten und den Landkreisen liegt. Und ich will nur auf zwei, drei Punkte in unserem Plan für Deutschland eingehen. Die Städtebauförderung spielt da eine genauso große, auch materielle Rolle, wie das gute Kita-Gesetz. Ich will darauf hinaus, dass wir die Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur Infrastrukturinvestitionen auch deswegen stärken, um ländliche Räume mit vielen Dörfern und kleinen Städten an Metropolregionen anzuschließen und dort zu einem Ausgleich zu kommen. Und last but not least, auch wenn das nicht alle in unterschiedlichen politischen Lagern gleich gutieren, spielte ja auch die kommunale Allschuldenfrage eine große Rolle. Da will ich jetzt gar nicht auf Verantwortungsfragen eingehen, warum ist eine Kommune verschuldet und nicht. Aber es gibt nun mal Kommunen, die sehr, sehr viel stärker von einem Strukturwandel negativ betroffen waren als andere, die vielleicht nur schlecht gewirtschaftet haben. Die Folgen von Migration und sozialen Verschiebungen tragen die Kommunen. Und ein großer Teil des Plans für Deutschland war auf der Bundesseite, und er ging ja durchs Kabinett, ist also von der ganzen Bundesregierung getragen, ging um die Stärkung von Kommunen und Gemeinden. Auch vor allen Dingen die materielle Stärkung und wieder die Berücksichtigung der Rolle, die Kommunen und Landkreise in unserer föderalen Ordnung haben. Okay, ich danke Ihnen sehr. Herr Wanderwitz, dazu noch kurze Ergänzung. Ich habe nämlich noch eine ganz wichtige Frage, die wir noch gar nicht besprochen haben. Herr Wanderwitz. Ich will noch mal kurz den Punkt aufnehmen, wir müssen mehr regional machen, und das in Bezug zu Migration und Flüchtlingen. Ich stelle die Frage mal andersrum. Wir haben ja gewisse Großstädte, die so diese Safe Harbor Diskussion führen. Die lehnen wir ab. Aus gutem Grund, aus meiner Sicht. Aber mit der selten Begründung müssen wir dann noch ablehnen, dass Landkreise in der Uckermark oder in der Oberlausitz sich zu flüchtlingsfreien Zonen erklären können. Das sind nun mal Entscheidungen, die trifft der Deutsche Bundestag. Und im Deutschen Bundestag bildet sich die Mehrheitsmeinung der deutschen Bevölkerung ab. So soll das zumindest idealerweise sein. Und deswegen machen wir auch alle regelmäßig Bürgersprechstunden und regelmäßig Bundestagswahlen. Und ja, da muss man klipp und klar sagen, da werden sich manche dann weniger repräsentiert sehen, wenn sie nämlich einer Minderheit angehören in diesen Entscheidungen. Und das ist eine schwierige Last, die dort Politik mit sich herumträgt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese politische Feld nicht dazu geeignet ist, dass man es regionalisieren kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dieser Tage hat der österreichische Bundeskanzler kurz sich auch zu dem Thema, in Wien gab es ja auch diese schrecklichen Vorfälle, sich zu dem Thema geäußert. Und zwar in einer aus meiner Sicht äußerst positiv befriedenden Weise. Der hat nämlich ganz klipp und klar gesagt, ob das jetzt islamistischer Terror ist, ob das rechtsradikaler Terror ist, ob das linksradikal ist. Es sind in jedem Falle kleine Gruppen einer großen Gesamtheit, die eben die Extremisten davon sind. Und deswegen glaube ich, was Herr Paki angesprochen hat, ich glaube, die Not, in der sich viele jetzt befinden, ist sozusagen, dass die Brunnenvergifter, und damit meine ich allen voran die AfD, es geschafft haben, sozusagen, uns in die Defensive zu drängen. Weil die sozusagen erfolgreich dieses Gift träufeln, jeder Muslim ist ein Islamist, ist die falsche Reaktion zu sagen, dann reden wir lieber nicht drüber. Die richtige Reaktion ist natürlich zu sagen, das sind genauso verrückte, durchgeknallte Radikale, die es dort gibt, wie es es eben auch beispielsweise in irgendwelchen freien Kameradschaften der rechtsradikalen Deutschen gibt. Das ist die Deutungsfreiheit, die wir wieder hinbekommen müssen. Aber ich bin bei Ihnen, dieses Zurückweichen unter die Etikette der politischen Korrektheit wird es nicht weiterbringen dabei. Ja, danke Ihnen, dass Sie das jetzt zum Schluss nochmal gesagt haben. Und ich würde auch gerne, ich finde das so interessant, und ich finde, dass wir darüber jetzt nochmal eine Stunde reden könnten, nämlich was der, also was die großen Herausforderungen sind, vor denen wir stehen, wenn wir jetzt 30 Jahre Deutsche Einheit feiern und über gleichwertige Lebensverhältnisse reden, dann haben wir also zum einen eben noch sozusagen noch die letzten verbliebenen Schmerzen der Einheit, sage ich jetzt mal ganz grob. Wir haben viel gesprochen über die Flüchtlingspolitik, wir haben noch nicht gesprochen über Corona. Wenn ich mir hier diesen Einkommensatlas zum Beispiel angucke, dann ist, Geschäfte und Restaurants machen zu, Anteil der Hartz-IV-Empfänger an der Bevölkerung steigt, Überalterung, das sind unter anderem die Indikatoren für abgehängte Regionen. Wird sich das durch Corona noch verstärken? Müssen wir vielleicht noch einen ganz anderen Kampf führen? Frau Hermenau, Herr Parquet. So, ich glaube, man kann mich jetzt hören, ja. Ja, es wird einige Tendenzen verstärken, weil natürlich jetzt auch viele sagen, ich habe hier 30 Jahre lang hart gearbeitet, habe mir mein kleines Familienunternehmen aufgebaut oder mein Restaurant oder mein Urlaubshotel oder was immer die Leute so haben. Oder vielleicht auch eine Altersvorsorge über das Vermieten von Gewerbeimmobilien, die vielleicht in Zukunft nicht mehr gebraucht werden und damit deren Altersvorsorge zusammenbricht. Das wird eher das verstärken in dem Segment der Bevölkerung, die sagt, naja, man hat uns aber auch ganz schön über den Tisch gezogen bei dieser Ganztwende. Das wird nicht ausbleiben. Es wird wirtschaftliche Folgen geben. Die Frage, die sich für mich stellt, ist im Osten, das hat auch Herr Wanderwitz heute schon mal angesprochen in seinem Eingangsstatement, wie die doch differenziertere und andere Wirtschaftsstruktur im Osten das gut übersteht. In manchen Sachen haben wir ja sogar den ganzen Testlauf schon mal durch, der anderen Region in Deutschland vielleicht noch bevorsteht. Das ist gut möglich. In den 90er Jahren wurden wir angehalten, uns bitte auf Nischen zu konzentrieren. Die Grundproduktion bringt der Westen alleine, da braucht man die nicht noch extra dazu. Es war auch so, dass man uns sagte, ja, ihr habt ja tolle Märkte im Osten, die gucken wir uns mal an, mal sehen, was die taugen und dann waren sie weg. Wir bauen das jetzt alles wieder neu auf. Die Leute haben sich in den Nischen entwickelt. Die deutsche Betriebsgröße ist ungefähr ein Drittel kleiner. Das macht es dann schwerer bei Forschung und Entwicklung. Deswegen gibt es bei uns eine andere Forschungslandschaft. Das wird so bleiben. Auch unter Corona, auch unter Kontraktionen der Globalisierung und auch mit Micky Maus als Präsident der Vereinigten Staaten. Es wird so bleiben. Das heißt aber im Kern, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir auch in der Wirtschaftspolitik stärker regional gucken müssen, was wir wie klastern. Das wird in Sachsen auch gemacht. Ich sage mal im Elbtal zum Beispiel, beim Thema IT. Das ist wichtig. Und die andere Seite ist, es muss regionale Entscheidungen geben, wohin es geht. Ich habe mit großen Aufstoßen wahrgenommen, dass eben Madame Lagarde der Auffassung ist, dass man jetzt also auch über die EZB ein bisschen mitsteuert, in welchen Branchen man die Zukunftsmärkte vermutet. Das kann alles stimmen. Aber in den 90er Jahren kamen viele hierher, die uns clever erklärt haben, wie der Kapitalismus funktioniert. Und da war auch von Technologieoffenheit die Rede, damit man eben den Markt trifft und nicht die Planwirtschaft. Das haben viele verstanden. Übrigens auch in Polen, im Baltikum, in Russland sogar. Mehr als man manchmal denkt. Seitdem sie die Korruption besser im Griff haben. Für mich bedeutet das aber, wir brauchen mehr Freiheit in den Entscheidungen, die zu treffen sind, um den Wohlstand auch vielleicht im kleineren Zirkel zu treffen. Brüssel und Berlin können den Wohlstand im Land nicht garantieren. Das ist eine Illusion. Wenn man das mal begriffen hat, dann wird es umso wichtiger. Und da käme jetzt wirklich mal auch die Bedeutung der Landespolitik hinzu. Wie stellt man den Wohlstand in seiner Region, so gut man es vermag, sicher? Wie stabilisiert man ihn? Da ist Bildungspolitik immer ein Thema der Landespolitik gewesen. Das wird es auch bleiben. Aber ich sehe das vor allen Dingen auch in der Frage der Wirtschaftspolitik. Und wie unterstützt man was? Und da kann man vom Bund her Incentives geben. Das macht man auch. Zum Beispiel, indem man anregt, dass eben Start-ups mehr gefördert werden oder bestimmte Branchen auch mal Fördermittel kriegen. Das ist alles okay. Man kann Incentives geben. Das finde ich völlig okay. Aber am Ende ist die Entscheidung darüber, was in einer Region funktioniert. Keine, die von ganz weit weg gemacht werden kann. Ich habe im Erzgebirge nun mal meine Techniker und Fliebler sitzen und die werden jetzt nicht alle IT-Hechte. Das kriegen wir nicht hin. Aber vielleicht finden wir IT-Firmen in anderen Regionen Europas, die Lust haben, mit unseren Tüftlern und Technikern diese Frage des B2B, also Business to Business zu klären. Weil Business to Customer haben wir ja verpasst. Ist ja durch. Also das sind so Sachen, die mich beschäftigen und wo ich mir sehr viel kreatives Potenzial gerade in den ländlichen Räumen vorstelle, weil die nämlich ab und zu auch noch mal die Ruhe haben, über was nachzudenken. Das finde ich nicht verkehrt. Danke, Frau Hermenau. Ich hatte, glaube ich, eingangs gar nicht erwähnt, dass Sie als Beraterin, Unternehmensberaterin, Politikberaterin unterwegs sind. Aber jetzt haben wir ja hier auch noch die kleine, kurze Werbeeinwendung gehabt. Jetzt wissen wir Bescheid. Sie können sich natürlich vorstellen, bei Ihrem Statement hat sofort Herr Kerber wieder die Hand gehoben, mehr Freiheit für die Kunden. Keine Stunde. Da ist er gleich dabei. Und es gibt einen Gruß an Sie aus, ich glaube, die Dame ist ursprünglich aus Stendal. Eine Userin hat gerade geschrieben, ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, genau, Sibylle Dreher. Eine Userin dankt vor allen Dingen Ihnen, dass Sie die Meinung vermeintlicher Minderheiten doch sehr deutlich hier in der Diskussion rausgebracht haben. Also schöne Grüße von Frau Dreher. Aber ich finde es interessant, weil wir haben ja letzte Woche oder was haben wir ja kurz am Telefon gesprochen, da haben Sie Corona viel höher gewertet. Jetzt sehen Sie das gar nicht mehr so stark. Da frage ich doch mal Herrn Parquet, was er sagt, weil ich... Moment, wenn ich das kurz sagen darf. Ja? Ich sehe das stärker, aber Corona ist ja im Prinzip jetzt die Chiffre, auf der sich alles abbildet. Die Prozesse, die Verwerfungen bringen werden, sind globale Prozesse, die Kontraktion der Globalisierung des Welthangels. Wir werden nicht auf dem Vorniveau wieder landen. Die Frage, solche Sachen. Aber Corona ist die Chiffre, mit der sich das verbirgt. Aber wir kriegen eine neue Disruption in der Gesellschaft, gerade hier auch in Europa. Und die Wahlen bestätigen das eigentlich. Die gespaltenen Bevölkerung der USA ist ja kein Phänomen der USA, ist auch bei uns in Europa so. Ja, danke noch für den Nachsatz. Herr Parquet. Entschuldigung. Ja, ich kann da direkt anschließen. Also die Wirkung von Corona. Denn meines Erachtens, aus volkswirtschaftlicher und politischer Sicht, wird Corona einen starken Einfluss haben. Corona droht uns vom Pfad eines relativ guten Wachstums abzubringen, wo neue Arbeitsplätze entstehen, auch eine Arbeitskräfteknappheit, auf einen Pfad, wo wir Menschen haben, eine ganze Reihe von Menschen. Im Moment haben wir Millionen Kurzarbeiter, die auf Dauer Schwierigkeiten haben werden, sich wieder zu integrieren, weil eben Corona vor allem den Dienstleistungsbereich trifft. Ich glaube, Corona wird weniger die Industrie, die weltmarktintegrierte Industrie, treffen, auf Dauer. Da hoffe ich, dass sich die alten Netzwerke wieder einstellen. Aber ich sage mal, die Kneipe an der Ecke, der Friseur, das Nagelstudio, also die kleinen Dienstleister, da werden viele davon darüber nachdenken, ob sie in der Form weitermachen können, wie sie es bisher gemacht haben. Selbst wenn sie übrigens, und das halten sie, großzügige Unterstützung vom Staat erhalten. Wie sich das auf das Ost-West-Problem auswirkt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es dies dramatisch verschärfen wird. Ich glaube, dass es vor allem die urbanen Regionen, wo ja besonders viele lokale Dienstleistungen konzentriert sind, wo es die Clubs gibt, wo es die Restaurants gibt, wo es die Kneipen gibt, also das differenzierte Dienstleistungsangebot persönlicher Art, die werden besonders leiden. Insofern könnte sogar Corona, das ist aber mehr ein Gedankenspiel, dafür sorgen, dass die boomenden Städte, die ich vorhin erwähnt habe, vielleicht ein bisschen weniger wachsen und sich auch etwas sozusagen ins geschütztere Umland verlagert. Also insofern ist es sehr, sehr schwer zu sagen. Corona hat Effekte, aber die sind nicht, sagen wir mal, der Struktur nach Ost-West. Ich glaube, ein Aspekt ist übrigens Ost-West, der oft übersehen wird. Ich bin im Staunen immer, wie Herr Söder, wie lautstark, der da ständig an der Diskussion beteiligt ist. Wenn man sich die Inzidenz ansieht, seit März von Corona, dann ist sie natürlich in Süddeutschland viel, viel stärker als in Ostdeutschland, weil es in Ostdeutschland zu Beginn viel weniger Skiläufer kam und die in den Alpen waren, die Mobilität insgesamt ein Stück geringer ist, sodass der Osten weniger betroffen ist. Er ist genug betroffen, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen. Also ich halte das schon für vernünftig. Aber es ist wirklich mal eine Situation, wo eigentlich mehr die westdeutschen Ballungszentren betroffen sind. Aber noch ein Satz zu Frau Hermeneu. Ich unterstreiche nachhaltig diese Technologieoffenheit. Das ist ein eher abstrakter Begriff, aber er ist von ungeheurer Bedeutung in einer sozialen Marktwirtschaft. Und es gleicht schon einer Karikatur einer sozialen Marktwirtschaft, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wenn die Europäische Zentralbank jetzt von sich aus durch ihre Ankaufpolitik Strukturpolitik betreiben will, das geht total gegen den Auftrag der europäischen Institutionen und das wird die Menschen aufbringen. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Man muss Respekt vor dem Auftrag dieser Institution, dieser unabhängigen Institution haben und nicht gewissermaßen eine Strukturpolitik in dieser Weise über die europäische Zentralbahn lenken. Strukturpolitik ist sinnvoll, wenn sie Standortpolitik ist. Da sollte sie auch möglichst von den Landesregierungen initiiert werden, aber durchaus in Kooperation. Wir haben einen mitteldeutschen Raum, der gemeinsam fext oder gemeinsam untergeht, so formuliere ich es ein bisschen polemisch. Ich glaube natürlich, dass er gemeinsam wachsen kann, aber dafür brauchen wir Kooperation. Aber die Initiative muss von guten Bürgermeistern, guten Landräten und guten Ministerpräsidenten und Landesregierungen ausgehen. Natürlich in engster Kooperation mit dem Bund, der für die überregionale Infrastruktur im Verkehr und der Kommunikation sorgt. Wie gewohnt, sehr klare Worte von Herrn Parquet. Ganz herzlichen Dank. Herr Kerber ist noch dran und dann hat sozusagen Herr Wanderwitz das letzte Wort, denn wir gehen schwer auf 12 Uhr zu. Aber Herr Kerber, also zum einen, aber ich weiß gar nicht, ob Sie das bestätigen können als Süddeutscher, das ist eben bussi bussi. Deswegen ist das mit den Corona-Zahlen so, wie es Herr Parquet darstellt. Aber ich glaube, das ist ein nicht ganz so ernst gemeinter Beitrag. Aber was Herr Parquet gesagt hat und auch Frau Hermenau, Stadt, Land. Also kann uns die Corona-Krise, was die Gleichangleichung der Lebensverhältnisse im ländlichen und im städtischen Raum angeht, kann uns die Corona-Krise da zurückwerfen? Ja, wir Schwaben haben es ja nicht so mit dem Münchner Bussi Bussi, aber das nur als Vorbemerkung. Ich glaube, Herr Parquet hat völlig recht, die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden in Deutschland eher sektoral sein als geografisch, Punkt eins. Punkt zwei, sie werden aber auch, wie in ganz Europa, ein ganz enormer Stresstest und vielleicht Reformkatalysator für administrative Effizienzen beziehungsweise Ineffizienzen darstellen. Also das ist ein enormer Stresstest für die Resilienz eines Systems, aber auch für die Reaktionseffizienz. Wie schnell kriegen sie Patienten von A nach B und weiß Gott wohin. Und da sieht man ja, dass die zentralistisch organisierten Staaten wie Frankreich eine viel größere Gesundheitslast im Moment tragen, als wir im föderal-dezentralen System. Ich glaube, die Pandemie ohne jetzt Deutschland als ein eher Corona-Schnellbeizienter schneller bewältigen, das Land als andere darstellen zu wollen. Aber Deutschland wird von seiner dezentralen Struktur profitieren. Die Tatsache, dass wir sehr viel dezentrale Kreiskrankenhäuser noch haben, Krankenhäuser in der Fläche, wird noch eine große Rolle spielen in den nächsten Monaten. Und ich glaube, ich glaube, wir werden zu ganz pragmatischen Zusammenarbeitsformen zwischen Bund, Ländern und Kommunen auch kommen. Also, wie gesagt, sektoral und administrativ eine viel größere Rolle als geografisch. Und allerletzter Punkt von mir, Frau Halmenau und Herr Packe, haben natürlich recht. Wirtschaftswachstum, Wirtschaftsdynamik wurde schon immer probiert, zentral irgendwie zu steuern. Passiert aber seit über tausend Jahren in Europa dadurch, dass Leute Regionales machen, wie sie wollen. Ich empfehle das Buch The European Miracle von Eric Jones. Europa ist deswegen so dynamisch, weil hier jeder machen kann in jeder Region, und wir leben auch in diesem Land in Deutschland von dynamischen Bürgermeistern und Landräten. Und wenn Sie den Deutschland-Aglas unseres Hauses anschauen, dann können Sie genau landkreisscharf sehen, wo ist die Dynamik, wo ist sie nicht. Dort, wo sie nicht ist, ist sehr oft geografisch, topografisch bedingt. Nur Randbedingungen, Griechenland kann mit seiner Topografie, mit den Tausenden von Inseln, nie so effektiv sein, wie beispielsweise ein zentraler, mit großen Flächen ausgestatteter Staat, wie Deutschland. Das, was sich europäisch abspielt, spielt sich auch in der größeren Fläche in Deutschland ab. Aber, und das muss man auch sehen, Bayern und der Schwarzwald waren vor 60 Jahren relative armen Häuser und haben genau mit diesem Effekt, den Frau Hange erzählt hat, weil regionale, lokale Politik ist, das ändern wir. Wir bauen in jedes Tal eine Fachhochschule, wir bauen Berufsschulen rein, haben die den Sprung nach vorne geschafft. Ich rate uns immer, Wirtschaftsgeografie und Wirtschaftsgeschichte auch als Folie zu nehmen. Die heute erfolgreichen Regionen waren vor 100 Jahren noch die armen Häuser und die haben es geschafft, mit regionaler und guter Politik, mit guten Politikern, mit guten politischen Entscheidungsmechanismen nach vorne zu kommen. Deswegen, es lebe der Wettbewerbsföderalismus und es lebe die Konkurrenz in der Fläche. Dankeschön, Herr Kerber. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, genau, die Faust geht hoch von Herrn Parquet, es lebe die, es lebe die Feuerwehrt der Kommunen. Jetzt ist Herr Wanderwitz mir irgendwie abhandengekommen, dabei hatte ich noch gehofft, auf einen, er ist verschwunden, sagen mir auch die, die Kollegen von der Technik. Wie schade, ich hätte gerne noch gehört, was er dazu sagt, inwieweit die Corona-Krise bestimmte Dinge verstärkt oder vielleicht auch nicht einfach Entwicklungen umsteuert, aber wir haben ihn jetzt leider verloren. Manchmal ist das so, aber das heißt für mich, jetzt ist es kurz nach zwölf, wir gehen jetzt erstmal in die Mittagspause und ich bitte Sie sehr herzlich, wenn Sie die Zeit haben, lieber Herr Kerber, lieber Herr Parquet, liebe Frau Hermenau und Herr Wanderwitz, wenn Sie sich wieder angestöpselt haben, Sie natürlich auch gerne, ab 13 Uhr sind wir wieder hier und genau das, was Sie gesagt haben, also stärkt die Kommunen, wie attraktiv ist denn das überhaupt noch in einer Stadt zu leben, ist vielleicht eher das Umland, also wir haben es ja auch gehört, wo leben die Menschen in Deutschland, also alle diese Punkte wollen wir am Nachmittag dann nämlich noch vertiefen, wir machen jetzt Mittagspause, müssen wir hier unsere viereckigen Augen ein bisschen auswuchten und Punkt 13 Uhr sind wir wieder hier und dann hat Rai Koll morgen das Wort, Sozialwissenschaftler der Hochschule Zittau-Görlitz. Lieben Dank, guten Appetit, wünscht die deutsche Gesellschaft. So, willkommen zurück beim Symposium der deutschen Gesellschaft gleichwertige Lebensverhältnisse im Jahr 30 der deutschen Einheit. Sabine Dahl ist mein Name, Ihre Moderatorin des heutigen Tages hier den ganzen Tag aus diesem doch ziemlich schönen und ziemlich professionellen Studio in Leipzig der Firma StreamYow. Ich hoffe, dass wieder viele dabei sind und ich hoffe, dass Sie auch weiterhin, Sie sehen es bei YouTube, dass Sie weiterhin den Chat nutzen beziehungsweise uns eine E-Mail schreiben, wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu unseren Vorträgen und natürlich auch zu unserer Diskussionsrunde haben. Hier die Adresse nochmal gl, also gustavludwig at deutsche-gesellschaft-ev.de Wir haben schon viel gehört heute über die unterschiedliche Entwicklung Ost-West, aber auch unterschiedliche Entwicklungen Stadt-Land. Die Generation Aufbruch Ost haben wir skizziert bekommen und Quintessenz der Diskussionsrunde von heute Mittag ist Mehr Macht, mehr Hoheit den Kommunen bei der Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Jetzt zu Gast ist Prof. Dr. Rai Kollmorgen. Er beschäftigt sich mit dem sozialen Wandel, hat viel geschrieben über die Transformationen in Mittel- und Osteuropa, aber auch Regionalentwicklung, Strukturwandel sind seine Themen und das Thema Eliten hat er auch bearbeitet. Er beklagt die Unterrepräsentanz der Ostdeutschen an den Schalthebeln der Macht. Ein ganz herzliches Willkommen nach Görlitz, lieber Herr Kollmorgen. Hallo Frau Dahl und danke für die freundlichen Worte. Soll ich gleich anfangen? Ich bitte darum. Gut, dann will ich zunächst noch mal sagen, worüber ich reden möchte. Das war so mit den Veranstaltern vereinbart, Gleichwertigkeit in der Warteschlange, Krisensymptome und Defizite. Das sollte ich eingangs noch mal sagen und Sie werden gleich sehen, dass ich teils dem Pfad folge, den wir heute Vormittag schon eingeschlagen haben, teils davon auch versuche, ein bisschen abzuweichen und ich muss gestehen, nach dem Programm heute Vormittag habe ich tatsächlich in der Mittagspause noch mal eine Sekunde darüber nachgedacht, worüber ich jetzt eigentlich reden sollte, da so viele kluge, inspirierende Gedanken heute Vormittag zum Thema der gleichwertigen Lebensverhältnisse und der Ost-West- Beziehungen und auch der dynamischen Prozesse in den letzten 30 Jahren bereits geäußert wurden. Deswegen würde ich mich gerne in den nächsten 20, 25 Minuten auf drei Punkte konzentrieren wollen und die versuchen alle ein bisschen das Thema, wenn ich das so ausdrücken darf, gegen den Strich zu bürsten. Ich würde nämlich erstens gerne noch mal darüber nachdenken, was wir eigentlich unter gleichwertigen oder ungleichwertigen Lebensverhältnissen verstehen können. Also man könnte auch sagen, ich versuche noch mal so eine begrifflich- konzeptuelle Problematisierung vorzunehmen. Ich würde dann gerne in einem zweiten Schritt fragen, nachdem ich meinen Definitionsversuch gestartet habe, wie wir das, was dann das Ergebnis der Anwendung einer solchen Begrifflichkeit ist, also der empirischen Anwendung, wie wir die Ergebnisse denn eigentlich interpretieren sollten, also wie wir sie wahrnehmen und beurteilen, also die unterschiedlichen Lebensverhältnisse und würde dann drittens noch mal danach fragen wollen, welche gegebenenfalls alternativen Handlungsmöglichkeiten sich aus diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen und Beurteilungen gleichwertiger, schrägstrich ungleichwertiger Lebensverhältnisse ergeben. Also erster Punkt, ich würde gerne noch mal was aus konzeptueller, begrifflicher Perspektive vortragen und eigentlich kann man so ein bisschen unter das Motto stellen, also die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das ist wie dieser berühmte Versuch, den Pudding an die Wand zu nageln, wenn man sich anstrengt, da eine begriffliche Grundlage, also eine wissenschaftlich begriffliche Grundlage zu schaffen und ich will das in zwei Schritten versuchen, ein bisschen zu erläutern. Punkt eins, wenn wir den Begriff der Lebensverhältnisse uns mal durchdenken, dann denke ich, ist klar, dass sich der Bogen eigentlich spannt von objektiven, messbaren, geradezu auch technischen Lebensverhältnissen, von den geografischen will ich jetzt gar nicht reden, also von der natürlichen Lebenswelt, Lebensumwelt, dass es sich also spannt von objektiv messbaren Verhältnissen bis hin zu sozialen, also das, was die Verhältnisse der Individuen untereinander betrifft, bis hin zu symbolischen, also psychischen, geradezu Verhältnissen reichen kann, also all das sind Verhältnisse, die unser Leben mitbestimmen und insofern könnten sie auch auf einer begrifflichen Ebene völlig unproblematisch zu eben diesen Lebensverhältnissen gerechnet werden, also das spannt sich sehr, sehr weit und Herr Kerber hat im Übrigen, das wollte ich noch loswerden, darauf hingewiesen, dass das BMI mit diesem Begriff und dem Konzept der Heimat genau versucht auch diese subjektive Dimension einzufangen, sich also nicht allein nur auf diese objektiven, objektiv messbaren, gegenständlichen Dimensionen der Lebensverhältnisse zu beschränken. Auf der zweiten Ebene, wenn wir jetzt über die gleichwertigen Lebensverhältnisse reden, wird es auch relativ schnell deutlich, dass uns dieses Adjektiv der gleichwertigen Lebensverhältnisse ganz schnell zwischen den Fingern wie Sand hindurchrieseln kann, denn was sagt uns das eigentlich, was ist da eigentlich gleichwertig, also mit gleich, möglicherweise sogar noch mit einheitlich, das war ja die alte Verfassung des Artikels 72, der, wie die meisten von Ihnen wissen, die sich für das Thema interessieren, 1994 im Zuge der Verfassungsreform geändert wurde, also aus der Wahrung der einheitlichen Lebensverhältnisse wurde die Herstellung der gleichwertigen Lebensverhältnisse, wobei man vielleicht, da ich jetzt schon dabei bin, noch einfügen müsste, dass es ja um die Gesetzgebungskompetenz des Bundes geht und 1994 ist eigentlich um eine deutliche Einschränkung dieser konkurrierenden Gesetzgebung ging, aber da will ich mich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht drin verlieren, weil es mir eigentlich um die politische und die soziale Bedeutung und Problematisierung dieses Begriffs geht, also die rechtliche juristische, wenn man so will, Problematisierung, das ist nicht nur nicht mein Arbeitsfeld, sondern das würde ich ganz ausdrücklich versuchen beiseite zu stellen und denke, dass das auch möglich ist, weil wir in der Tat die Kommissionsarbeit uns mit diesem Ausdruck, diesem Begriff und dem Problem ja auch politisch beschäftigen. Aber zurück zu meiner begrifflichen Problematisierung, die Frage ist also, was heißt hier eigentlich gleichwertig, was will man damit ausdrücken, was will man damit einfangen und wie kann man das ein bisschen präziser versuchen zu fassen. In dem Begriff des Wertes steckt ja schon die subjektive Dimensionen, also der eine bewertet eine Dimension wie eine Wohnlage, eine geografische Lage oder die Einkommenssituation so, also möglicherweise sehr positiv, der andere würde sie als nicht relevant bewerten und ein dritter möglicherweise negativ. Also es spannt sich sofort ein, geradezu ein weites Feld an möglichen und das heißt eben unterschiedlichen Bewertungen dieser Lebensverhältnisse auf und natürlich in dem Begriff oder in diesem Adjektiv gleichwertig steckt ja auch eine, wenn man so will, Kompensationsmöglichkeit. Also das muss nicht gleich sein, aber es kann, wenn wir etwa Täler nehmen, auf der einen Seite Berge, auf der anderen hohe Einkommen, niedrige Einkommen, niedrige Mieten und auf der anderen Seite hohe, dafür aber, wenn wir mal an urbane Verdichtungsräume denken, ein munteres Kultur- und Kunstleben, was man jetzt in den ländlichen Siedlungsgebieten offenkundig nicht hat. Also auf der einen Seite spannt sich etwas auf in der Bewertung und auf der anderen Seite steht das Problem, ob das eine das andere kompensieren kann. Also kann eine sogenannte intakte Umwelt einen wichtigen Wert darstellen in den Lebensverhältnissen, der kompensiert, dass man es eben nicht mit einem lebendigen Kunst- und Kulturleben zu tun hat. Also all das öffnet sich zunächst und kann durch diese begriffliche Konstruktion, wie ich denke, gar nicht gut eingefangen werden. Insofern das, was Kollegen von mir vor ungefähr einem Jahr mal formuliert haben, dass wir es bei den gleichwertigen Lebensverhältnissen mit einem politischen Leitbegriff zu tun haben, das scheint mir ebenso sehr verfehlt wie die Annahme, dass es ein verfassungsrechtlich zentraler Begriff ist und ich würde eher sagen, dass er eine Art Krückenfunktion ausfüllt, dass nämlich damit versucht wird, etwas einzufangen, verfassungsrechtlich und davon abgeleitet auch politisch, was hochgradig umkämpft ist und was man verfassungsrechtlich eben nicht ohne weiteres klären kann. Deswegen gibt es auch diesen politischen, wenn man so will, Diskussionsüberschuss und auch so etwas wie die Gründung einer Kommission, die sich eben aus politischer Perspektive damit beschäftigt. Interessant ist, und ich nehme mal an, das ist jetzt auch deutlich geworden, auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive bleibt diese Verknüpfung gleichwertige Lebensverhältnisse notorisch wagt. Also man kann, es sind keine eingeführten sozialwissenschaftlichen Begriffe, sie sind insofern auch nicht wirklich brauchbar, sondern hochgradig ausdeutbar, das sind sehr, sehr viele Begriffe, das ist wahr, aber wir haben andererseits im sozialwissenschaftlichen Feld und insbesondere in der Ungleichheitsforschung eigentlich ein Set an Begriffen und Unterbegriffen und konzeptuell theoretischen Ansätzen, die es erlauben, dieses Gesamtphänomen eher unter dem Thema regionale Disparitäten oder sozialräumlicher sozialer Ungleichheiten abzuhandeln und ich gestehe, ich würde eben dies auch empfehlen zu tun. Also das heißt, sich nicht darauf zu beschränken, über diese ungleichwertigen oder gleichwertigen Lebensverhältnisse zu reden, sondern das eigentlich zurückzubeziehen auf sozialräumliche Ungleichheiten oder eben regionale Disparitäten, da gibt es eine eingeführte Diskussion. Ich gebe allerdings zu, dass, wenn man dies tut, es nicht bedeutet, dass damit alle Probleme begrifflicher Art entschwinden, denn tatsächlich hätten wir auch, wenn wir über regionale Disparitäten oder sozialräumliche Ungleichheiten sprechen, nicht nur diese objektive und subjektive Dimensionen vor uns, sondern tatsächlich auch das Problem, dass Ungleichheiten auch nur bedingt objektiv messbar sind und dass sie sich im Übrigen genauso verändern wie diese Gleichwertigkeiten von Lebensverhältnissen und das kann man sich jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, was ich machen möchte, ohne in die Details zu gehen, schon aus Zeitgründen, wenn wir uns nämlich die unterschiedlichen Zugänge anschauen, die sich damit auch in den letzten Jahren zum Teil auch im Zusammenhang mit der Kommissionsarbeit auseinandergesetzt haben, also man kann sich die Raumordnungsberichte anschauen, man kann sich die Disparitätenberichte der Friedrich-Ebert-Stiftung aus den letzten Jahren anschauen, den Deutschlandatlas, die Berichte und Studien des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, also es gibt da eine ganze Reihe von guten Studien, die versucht haben, das aufzulösen, also sozialräumliche Ungleichheiten, zum Teil eben auch unter diesem Stichwort der gleichwertigen, ungleichwertigen Lebensverhältnisse und nur exemplarisch will ich zwei Studien mal kurz nennen und ein bisschen skizzieren, wie die das versucht haben zu lösen, also beim BBSR, also Bundesamt für Baustadt und Raumforschung, gibt es eine Bewertung der Lebensverhältnisse in den Regionen Deutschlands mit Rücksicht auf 23 Indikatoren, keine Angst, wir sehen die alle vor, aber ich will darauf hinweisen, es geht um demografische Indikatoren, Wirtschaft, Bruttoinlandsprodukt, Einwohner und so weiter, Arbeitsmarktdaten im Bereich Arbeitslosigkeit, es geht um Wohlstandsindikatoren, Infrastruktur und auch den Wohnungsmarkt und wenn man sich das Gesamtbild dann anschaut, dann wird man feststellen und jetzt kommen wir auch nochmal direkt auf unser Thema Ost- und Westdeutschland, dass wir auf der einen Seite entsprechend diesen Indikatoren Regionen im Osten haben, die unter dem Bundesdurchschnitt, also stark und sehr stark unterdurchschnittlich zu positionieren wären und das sind Regionen im östlichen Mecklenburg-Vorpommern, im westlichen Sachsen-Anhalt und auch noch in der insbesondere östlichen Peripherie des Bundeslandes Brandenburg, also die sind unterdurchschnittlich in Anführungsstrichen ausgestattet und in den westdeutschen Bundesländern gibt es nur zwei größere Regionen, für die das in ähnlicher Weise zutrifft, das ist einerseits Erne, also Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen. Also es gibt eine Ost-West-Differenz, ja, aber andererseits eben auch unterdurchschnittlich ausgestattete zu bewertende Regionen im Westen und nur kurz noch, wenn man sich die Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaft anschaut, die auch vor, ich glaube, zwei Jahren veröffentlicht wurde, dann sind es da nur zwölf Indikatoren, die sich auf Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur konzentrieren und da haben wir eigentlich ein Ergebnis, das man so zusammenfassen kann, wir haben einerseits altindustrielle Regionen in Westdeutschland, Ugebiet, Saarland, also bis Bremerhaven und andererseits Teile, wichtige Regionen oder Teilregionen in Ostdeutschland, also Ramburgische, da zählt aber auch die Sächsische Lausitz dazu, Erzgebirge, Thüringer Wald und weite Teile Sachsen-Anhalts, die als gefährdete Regionen einzuschätzen sind, wobei hier insbesondere die demografische Entwicklung, also die Abwanderung besonders relevant ist. Wir haben heute Vormittag auch schon gehört, völlig zu Recht, dass die Abwanderung seit mittlerweile fast fünf Jahren, also jedenfalls diese dramatische Abwanderung, aus den östlichen, insbesondere ländlichen Regionen gestoppt wurde, das ist wahr, aber wir sind jetzt mit den Folgen dieser Abwanderung harsch konfrontiert, daher also dieses Ergebnis und wenn wir uns nochmal die Kommission anschauen, da werden wir ebenfalls eine ganze Reihe, 24 Indikatoren sind es da, die aufgemacht worden sind und auch da reicht die Palette vom demografischen Wandel, hier sind allerdings auch die landschaftlichen natürlichen Gegebenheiten mit einbegriffen, aber ansonsten der demografische Wandel über die wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitsmärkte bis hin zu Freizeitmöglichkeiten und zivilgesellschaftlichen beziehungsweise Engagementstrukturen. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir teils eine Orientierung an Konzepten haben, wie ich sie gerade vorgestellt habe, die ich für tauglich erhalte, also sich an Sozialrohr räumlichen sozialen Ungleichheiten zu orientieren. Bei der Kommission spielen diese landschaftlichen und natürlichen Gegebenheiten noch mit hinein. Das macht es, ich habe schon darüber gesprochen, keineswegs einfacher, sondern eher noch problematischer, also auch mit Blick noch einmal auf diese wechselseitigen Kompensationsmöglichkeiten. Auch das war vorhin, also in der Vormittagsrunde schon mal Thema, dass man eben in diesen städtischen, urbanen, metropolitanen Verdichtungsräumen fast möchte man sagen, bei einem Wohnungsmarkt es mit höheren Mieten zu tun hat, als in den ländlichen und insbesondere ländlich-periferen Räumen, dass dort aber eben zum Ausgleich die Natur, die landschaftliche Umgebung, die Umwelt, also bis hin zur schlichten Ruhe, ganz anders vorhanden ist, als das eben in diesen Ballungsräumen der Fall sein kann. Und noch mal sofort taucht die Frage auf, wollen wir das, kann man das und wenn ja, wie als gleichwertig betrachten? Ich bleibe dabei, dass das eigentlich nicht gut möglich ist, selbst wenn man akzeptiert, dass es hegemoniale, kulturelle, normative Muster gibt. Ich komme darauf auch gleich noch mal zurück. Also, wenn man aber das unter dieser sozialräumlichen Ungleichheitsperspektive sich anschaut, ist klar, dass es nicht einfach eine Ost-West-Differenz oder Disparität gibt, sondern dass sich das in den letzten Jahren deutlich aufgelöst hat. Auch das ist heute vor dem Tag schon festgehalten worden. Wir haben auch ein Nord-Süd-Gefälle, Süd-West-Gefälle, wenn man so will. Wir haben Stadt-Land-Disparitäten und wir haben die Disparitäten zwischen altindustriellen und neuen, wir können es gerne postindustriell heißen, Regionen. Und der zweite große Befund, der mir sehr wichtig ist, ist der, dass wir viele dieser Disparitäten, ich glaube, Herr Kerber hat heute Vormittag schon kurz darauf hingewiesen, Stichwort Limes, also bis in die römische Zeit, ich glaube, er war da bei den Verkehrswegen, dass man viele dieser Disparitäten mindestens 500 Jahre zurückverfolgen kann, also nicht flächendeckend und nicht komplett. Bayern ist ein schönes Beispiel dafür, also auch für das Auf und Ab und für Entwicklungsimpulse und Regionalentwicklungen, die, wenn man so will, die regionale Landkarte in Bayern auch verändert haben und damit auch in der Bundesrepublik. Aber es gibt doch so etwas wie eine relative Stabilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie immer man das eben interpretiert, keine unproblematische Gleichheit, schon sowieso nicht, aber eben auch keine Gleichwertigkeit und über dieses Problem der Werte und Orientierung habe ich eigentlich jetzt auch noch gar nicht intensiver gesprochen, weil noch einmal in oder zwischen den Milieus, die wir heute in der Ungleichheitsforschung unterscheiden, also so etwas wie traditionelles bürgerliches Milieu, das eher konservativ und an Ordnung und Wohlstand orientiert ist, gegenüber avantgardistischen Milieus, Pioniermilieus, Aufsteigermilieus gibt es deutliche Unterschiede in der Bewertung dieser Lebensverhältnisse oder einfach objektiven Lebensumstände oder wir können auch aus der Ungleichheitsforschung sagen, den objektiven Lebensbedingungen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und damit zum zweiten Punkt, den ich noch ansprechen möchte und wenn man sich diese Heterogenität anschaut und die Probleme hier von Gleichwertigkeit zu sprechen und zwar so, dass es auch zustimmungsfähig ist, dann ist es für mich so, dass ich zunächst mal generell die Frage an die Politik in gewisser Weise auch an das Recht richtet, aber das ist ja Folgeerscheinung von politischen Entscheidungen, also in diesem Fall auf der Verfassungsebene, aber man kann sich es auch bei der Kommissionsarbeit und bei dem Bericht oder dem Plan anschauen. Da wird nämlich teils suggeriert, teils auch ganz offen und unverblümt ausgesprochen, dass die Schaffung beziehungsweise Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse politisch tatsächlich denkbar ist. Dass es also ein Ziel ist, diese, wie ich sie nennen würde, sozialräumliche Gleichheit herzustellen und das wiederum würde ich ganz energisch bestreiten, dass so etwas möglich ist. Heute Vormittag war das auch mal Gegenstand einer Diskussion und das Problem ist, dass in dem Politik, jedenfalls ein beachtlicher Teil der Politik, diese Ziele formuliert und auch annimmt, dass man solche gleichwertigen Lebensverhältnisse herstellen, schaffen kann, tappt sie in gewisser Weise in die Falle von Reform- und Gleichheitsversprechen. Das ist jetzt nicht das einzige Thema. Man könnte zum Beispiel auch im Bereich der Bildungsgleichheit oder Ungleichheit Ähnliches berichten. Das heißt, sie gibt also vor, dass man entsprechend reformieren und abändern kann und insofern gleicher Wohlstand doch erreichbar wäre. Ich, wie gesagt, würde darauf setzen, dass das nicht möglich ist. Das ist Punkt eins. Und ich würde vor allem darauf hinweisen wollen, dass, wenn man aber daran festhält, ein solches Versprechen zu geben und entsprechende Erwartungen zu wecken, dass dann die Erwartungsenttäuschungen, die Eskalationen, die wir nicht zuletzt im Osten, jetzt kommt der Osten noch mal prominent ins Spiel, die wir insbesondere in Ostdeutschland in den letzten Jahren erlebt haben, auch da sind die einzelnen Etappen schon genannt worden, Stichwort Agenda 2010 und so weiter und so fort, bis hin zur sogenannten Migrationskrise, dass die dann eigentlich hochgradig plausibel werden. Tatsächlich empfinden sich viele Ostdeutsche als in der Warteschlange stehend und verbinden das mit einer Krisendiagnose, weil sie von vielen aus der Linken, aber auch aus dem rechten politischen Lager, ich würde sagen links- und rechts- populistisch sogar geformt, mit diesen Ansprüchen versorgt werden, die sie dann eben an die Politik zurückspielen. Also, wo bleibt es, wo bleiben denn die gleichwertigen Lebensverhältnisse? Wieso verdiene ich nicht so viel wie jemand in Konstanz oder in Hamburg, wenn ich in Anhalt, in Sachsen-Anhalt lebe? Wie ist es mit Teilen der Verkehrsinfrastrukturen, ich sitze hier gerade in Görlitz und in der Lausitz, wieso haben wir nicht eine elektrifizierte Verbindung und kein ICE nach Görlitz? Und das könnte man jetzt immer so weiter fortsetzen, was ich nicht machen will, auch mit Blick auf die Uhr. Ich will eigentlich auch nur noch zwei Punkte für mich, zwei wichtige Punkte loswerden, nämlich erstens, dass ich da eine Anspruchsinflation insgesamt in unseren Gesellschaften erkenne, die wohlgemerkt, also nicht auf Ostdeutschland und bei den Ostdeutschen alleine anzutreffen ist, sondern die gibt es auch im Westen. Und man könnte es zuspitzend formulieren, dass es auf der einen Seite dieser Gleichheits- oder Gleichwertigkeitsanspruch in die Lebensverhältnisse ist, auf der anderen Seite aber auch das große Bedürfnis nach Singularität oder Individualität. Das beißt sich eigentlich und ich habe das Gefühl, dass wir das politisch noch gar nicht ausdiskutiert haben. Das wird auf uns noch warten. Und die zweite abschließende Bemerkung, was glaube ich, wie kann man mit diesem Problem intelligent insgesamt umgehen? Ich würde gerne zwei Vorschläge machen. Vorschlag eins, ich votiere, plädiere für eine emanzipative Selbstbeschränkung in diesem Konzept. Und das heißt, wir sollten uns auf die öffentliche Daseinsvorsorge und die Infrastrukturen und vielleicht noch auf einen Kernbereich sozialer Anspruchsrechte konzentrieren und alles andere aus diesem Konzept entfernen, weil es unmöglich ist. Und auch dann wird es immer noch umschritten sein, das ist mir klar. Mir geht es also insofern auch da nicht um Maximalforderung, sondern wenn, dann eher um Minimalforderung und um die Möglichkeit einer Variabilität. Das steckt so ein bisschen im Gleichwertigkeitskonzept ja drin, ist auch schon heute Vormittag diskutiert worden und allerletzter Hinweis, ich wäre dafür, dass wir uns mal, um das gut machen zu können, einen Perspektivenwechsel begeben und zwar in zweierlei Hinsicht, dass wir nämlich einerseits verstehen, Herr Kerber heute Vormittag mit Nachdruck darauf hingewiesen, deswegen kann ich das ganz kurz halten, dass wir nämlich solche Ungleichheiten und Disparitäten auch als einen Anstoß zur Veränderung gewisserweise sogar als eine Voraussetzung für Dynamik, für Veränderung bis hin zu Innovation und Transformation verstehen. Also wenn alles gleich ist, gibt es keinen Impuls mehr für Veränderung. Davon lebt aber unsere Gesellschaft. Unsere Kulturen wollen, wenn man so will, die Veränderung, die Transformation befördern, deswegen brauchen wir auch Disparitäten als Anstoß und das Zweite ist, ich würde mir wünschen, dass wir auch bei diesen Indikatoren versuchen mal über diese klassischen Wohlstands- und Industriegesellschaftlichen Indikatoren herauszudenken. Ein bisschen ist das immer drin mit Landschaft und Umwelt, aber eigentlich sollten wir angesichts der sozialökologischen Herausforderungen mal versuchen auch bei diesen Indikatoren sowas wie BIP und Wirtschaftswachstum mindestens zu limitieren in der Bedeutung. Es gibt da eine gewisse Debatte, aber nach wie vor sind es eigentlich klassisch Industriegesellschaftliche Indikatoren. Ich glaube nicht, dass wir damit die nächsten 20, 30 Jahre in den anstehenden Transformationen unserer Gesellschaft bewältigen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollmorgen, für diese vielen Impulse, die Sie uns gegeben haben. Ich muss noch mal zwei Sachen kurz nachfragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen wir weg, Nachfrage, wirklich Verständnisfrage, müssen wir weg von diesem Anspruch auf Singularität. Habe ich das richtig verstanden? Nein, also was ich meinte ist, wir stecken so ein bisschen in der Ambivalenz oder in dem Widerspruch, dass wir in unseren heutigen, in den Gegenwartskulturen, und davon sind wir alle eigentlich affiziert, es gibt natürlich Milieus, die das noch besonders erleben, dass es auf der einen Seite diesen Gleichheitsanspruch gibt, also ich dulde nicht, dass der eine systematisch mehr hat und jetzt nicht nur im Sinne von oben und unten, sondern eben auch von Hamburg-Blankenese, wie geht es dem da und wie geht es jemand in Bremerhaven oder in Köln-Kalk? Also das sind wir gar nicht mehr bereit auszuhalten, da muss sich doch was ändern was, das ist das eine und auf der anderen Seite beharren wir aber zugleich auf dieser Singularität, wie Andreas Reckwitz das vielfach jetzt thematisiert hat in seinen Büchern, also der alte Begriff ist Individualisierung, wir wollen ganz individuell und unverwechselbar sein das beißt sich natürlich mit diesem Gleichheitsanspruch, also man könnte es auch umdrehen und sagen, ist doch schön, dass du in Köln-Kalk lebst, da lebst du ganz ganz anders und vielleicht ganz individuell in deiner Neubauwohnung, also auch immer in deiner abgewrackten Neubauwohnung möglicherweise, als in Hamburg-Blankenese, genieße doch diese Singularität und die Aufmerksamkeit, die du dafür erlangst und da meinte ich, das müssen wir noch mal ausdiskutieren, also ausdiskutieren in unserer Gesellschaft, wie sich das eigentlich klug auch politisch zueinander verhalten kann und seine Wirkung. Ja, okay, alles klar, das müssen wir noch mal genau durchdenken, wie das denn wohl zusammenpassen kann. Wenn Sie jetzt sagen, gleichwertige Lebensverhältnisse, das ist wie ein Pudding an die Wand nageln und Sie haben das ja auch wirklich sehr, sehr breit definiert und dann, wenn Sie dann eben diese Regionen nennen, wie Westsachsen-Anhalt, Ost-Mecklenburg, Brandenburg-Ost, Landkreis Lüchow-Dannenberg und Herne, habe ich das richtig verstanden, sollen wir die dann einfach, wenn Sie sagen, da sei es Vorsorge, mehr nicht, sollen wir diese Region dann einfach sich überlassen, so wie den Meister da in seiner abgewrackten Neubauwohnung in Köln-Portz oder wo? Ja, nein, das muss man nicht, also es geht aber darum, welche Verantwortung es gesamt, gesellschaftlich und politisch gilt und da bleibe ich dabei, dass wir uns auf einen Katalog beschränken sollten, der politisch auch wirklich gestaltbar ist, denn meine Sorge bleibt, nochmal, das ist heute Vormittag ja auch relativ intensiv diskutiert worden, was passiert denn mit denen, die jetzt wahrnehmen, dass diese Versprechen, die die Politik immer wieder formuliert, wenn die nicht eingeholt werden und ich bleibe dabei, sie können nicht eingeholt werden, ja, das ist, es ist ein Versprechen, das sich nicht wirklich so breit mit diesen vielen Indikatoren, deswegen habe ich ja versucht, das ein bisschen zu umsetzen, das kann eben gerade nicht eingeholt werden, was machen wir also, deswegen sage ich, auf der einen Seite sollten wir uns erstmal beschränken auf wichtige Indikatoren und dann sollten wir auch das machen, was Frau Hermenau heute Vormittag gesagt hat, nämlich diese kommunale, die Länder und insbesondere aber die kommunale, regionale Ebene stärken und die Menschen in Herne oder auch im nördlichen Sachsen-Anhalt müssen überlegen, wie sie mit dieser Situation umgehen, also nochmal, ich will sie nicht allein lassen und ich würde es gerne auch ein bisschen flexibilisieren. Das könnte zum Beispiel ja bedeuten, dass man sich so eine Fonds-Lösung vorstellt, also Regionen, es ist ja auch nicht so, dass es das gar nicht gibt, aber es ist ein Instrument unter vielen und geht oft unter, dass man eben einen Fonds hat, mit dem man arbeiten kann in der Entwicklung dieser öffentlichen Daseinsvorsorge und dass man nicht festgelegt ist auf Krankenhaus, Neubau, diese spezifische Straße und so weiter und alle, die sich mit Kommunalfinanzen mal beschäftigt haben, wissen ja, dass eigentlich zu 90% und manchmal noch mehr die Ausgaben bereits gebunden sind, also man kann, die Mittel sind schon alle eingesetzt, man kann mit denen gar nicht mehr arbeiten und mit diesen Restbeträgen kann man da nichts mehr stemmen. Also diese Flexibilisierung und wenn man so will, auch ein Zuwachs an Freiheit, wie Frau Hermenau das heute Vormittag thematisiert hat, das würde ich mir wünschen und dann müssen sich eben die Bürgerinnen und Bürger in Hermenau überlegen, was sie wollen. Also ich will auch einen verweisen, der in den letzten Jahren da ganz typisch war, im Übrigen gerade im Ruhrgebiet, das sind die Schwimmhallen. Ja, also es wurden Unmengen an Schwimmhallen gebaut, die dann nicht mehr betrieben werden konnten. Dafür muss auch nicht zwingend die Gesamtgesellschaft haften. Das müssen die dann in ihren Kommunen schon selbst mit sich ausmachen, wenn sie alle drei Kilometer eine Schwimmhalle bauen, weil sie sagen, das ist aber an meinem Ort, will ich jetzt auch noch eine haben, dann muss man es aushalten. Das ist jetzt ein bisschen vergröbert, das ist mir klar, aber mir geht es um diese Stärkung der Selbstverantwortung, das sollte unsere Gesellschaft schon auszeichnen und eine Balance zu der Daseinsvorsorge, für die wir auch kollektiv in der Verantwortung haben. Ohne Frage. Ja, herzlichen Dank, dass Sie das nochmal ein bisschen genauer erläutert haben und wenn Sie die Zeit haben, Herr Koll, morgen bitte ich Sie ganz, ganz herzlich spätestens um 15 Uhr wieder dran zu sein, weil wir ja dann nochmal das alles vertiefen, da haben wir den Städte und Gemeindebund und einige andere mehr hier als Gesprächspartner, weil da, ich finde auch den Punkt, aber ich will jetzt Herrn Südekum gar nicht so lange warten lassen, ich finde mich auch den Punkt, dass wir die Indikatoren nochmal verändern müssen, also meinetwegen BIM muss raus und stattdessen muss gemütlicher Wald rein oder so, ich habe keine Ahnung, vielleicht können wir das später nochmal vertiefen. Jetzt erstmal einen ganz herzlichen Dank, das war unheimlich interessant, vielen Dank, Herr Kollmorgen. Und da sehe ich schon Herrn Südekum, Professor Dr. Jens Südekum, er ist Ökonom, Professor für Volkswirtschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, also jetzt sind wir ganz im Westen, und er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Herr Südekum, Sie haben ja zusammen mit Michael Hütter vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, haben Sie ja diese Studie die Zukunft der Regionen in Deutschland verfasst. Ich denke, wir, wahrscheinlich hören wir da ein bisschen was draus und wir hören auch ein bisschen was unter dem Motto So geht Gleichwertigkeit. Ich bin mal echt gespannt, was Sie sagen, nachdem, ich weiß nicht, ob Sie jetzt die Gelegenheit hatten, Herrn Kollmorgen schon ein bisschen zuzuhören, weil der hat ja im Prinzip mehrfach gesagt, alles Quatsch. Wir hören Sie nicht, Herr Südekum. Von uns aus ist das Mikro frei. Hallo? Nee, noch nicht. Noch nicht? Was kann das sein? Immer, also wir müssen noch noch warten. Ich weiß nicht, könnt ihr, ich frage mal in die Regie. und was seht ihr denn bei ihm? Okay, nützt es was, wenn er die Kopfhörer rausmacht? Bei den, ah, jetzt kommt noch mal, entschuldigen Sie bitte, geht gleich weiter. Jetzt kommt noch mal der Felix von der Technik. hier ist die Technik. Hallo? Ah, ich höre ihn. Jetzt haben wir sie gehört. Jetzt? Können Sie mich jetzt hören? Können Sie mich jetzt hören? Ja, ja. Ah, wunderbar. Felix musste Sie nur ansprechen. So, alles klar. Geht los. Dann können wir los. Wunderbar, ganz herzlich sagen, sorry für die kleinen technischen Probleme. Ja, ich hatte tatsächlich die Chance, eben den Vortrag von Herrn Kollenbaum komplett zu hören und deswegen würde ich jetzt gerne einfach mal spontan ein bisschen von meinem Skript abweichen, das ich eigentlich vorgesehen hatte. Finde ich super gut. Ich unterbreche nur noch mal ganz kurz, weil darum geht es ja. Wir wollen, obwohl wir alle so weit voneinander entfernt sind, leider nicht hier alle zusammen in Leipzig, wollen wir ja alle lebhaft miteinander reden. Ich glaube, Sie nehmen das Mikro an Ihrem Headset, oder? Kann das sein? Nein, nein, es ist kein Headset. Das sind nur Kopfhörer. Okay. Ich habe ein Mikro hier neben mir stehen. Gut, dann schön nah ran. Und jetzt unterbreche ich nicht mehr. Entschuldigung. Ja, danke. Ja, und zwar zum, also zunächst mal zum konzeptionellen Begriff Gleichfertigkeit der Lebensverhältnisse würde ich gerne eine Perspektive bringen. Nicht, weil ich da selber jetzt wahnsinnig stark dran glaube, aber weil es eine krass andere Perspektive ist als das, was der Kollenbaum gerade gesagt hat und über lange Jahre zumindest in meiner Disziplin der Ökonomik eigentlich eine Art dominierende Perspektive war. Und die läuft darauf hinaus, dass das Konzept Gleichfertigkeit der Lebensverhältnisse quasi per Konstruktion erfüllt ist und kein politisches Handlungsfeld und keinen politischen Handlungsbedarf so gesehen generiert. Warum? Die Logik ist sehr einfach. In der Ökonomik hat das zu tun mit dem Konzept des sogenannten räumlichen Gleichgewichts. Und es ist deswegen so einfach, weil man ja sagt, im Bundesgebiet ist Mobilität, es ist Niederlassungsfreiheit. Das heißt, jeder, jede hat die Möglichkeit, jederzeit innerhalb des Bundesgebiets umzuziehen, wohin auch immer er oder sie will. Das bedeutet, wenn jemand sich entscheidet, in einer Region zu wohnen, die jetzt üblicherweise als mit vielen Problemen behaftet ist, ich nehme jetzt mal Bremerhaven oder die Altmark, aber jetzt ohne die Region nahe zu treten zu wollen, dann muss es offensichtlich individuelle Gründe dafür geben. Denn wenn es ihm dort nicht gefällt oder ihr, dann kann er einfach nach München umziehen. Und aus der Tatsache heraus, dass er das nicht tut, generiert er quasi die Information, dass er offensichtlich mit seiner Lebenssituation, ich sage jetzt mal Bremerhaven, sehr zufrieden ist. Das heißt, es gibt dann in dem Sinne auch keinen Grund, bestimmte Indikatoren irgendwie zu definieren, was jetzt Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ausmacht. Da würde ich Herrn Kolben auch recht geben, das ist überhaupt nicht möglich. Das können 27, es können auch 57 Indikatoren sein, aber wird das nie, diesen Begriff, sozusagen klar definieren können, zumal zwischen diesen Indikatoren dann eben auch klare differenzielle Beziehungen bestehen. Also zum Beispiel in München sind die Löhne am höchsten, die Einkommen, das werde ich auch gleich noch zeigen, in München sind aber auch die Mieten am höchsten. Und natürlich kann ich, wenn ich im Bayerischen Wald wohne, verdiene ich weniger, aber ich muss auch deutlich weniger für meine Lebenshaltungskosten, insbesondere für die Mieten zahlen. Das heißt, Reallohne sind wesentlich gleichmäßiger im Raum als die Differenzen von Einkommen, von Nominallöhnen. Und dann kommt eben dieser ganze Bereich von kulturellen Annehmlichkeiten, Landschaft und so weiter dazu, die sich ja überhaupt nicht objektiv bewerten lassen, die ja auch individuell völlig unterschiedlich wahrgenommen werden von einzelnen Personen. Und insofern ist es quasi so eine Entscheidung, dass man sagen kann, ich habe so eine Art Nutzen, den ich empfinde, das ist ja in der Ökonomik ein wichtiger Begriff, und ich suche quasi aus einem Bündel von Indikatoren, die mir persönlich wichtig sind, kann ich eben schauen, wie wären in jeder beliebigen deutschen Region eben diese verschiedenen Indikatoren, welchen Nutzen hätte ich in verschiedenen Regionen, und dann suche ich die für mich passende Region aus. Und damit ist so gesehen Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse automatisch sichergestellt, denn ich muss ja an meinem jetzigen Wohnort mindestens so gutgestellt sein, wie in jedem anderen Ort, sonst würde ich nicht dort wohnen. Also ich gebe zu, es ist eine sehr, sehr simple Logik, aber man muss erst mal genau auch definieren, was daran falsch ist, aus meiner Sicht. Ich habe lange gebraucht, also ich habe jetzt viele, viele Jahre mich mit Regionalökonomik beschäftigt, und vielleicht die interessanteste Statistik in all den Jahren war, wenn man auf Mobilitätsverhalten schaut, in Deutschland, innerhalb Deutschlands, dann muss man einfach konstatieren, es gibt so eine mobile Klasse, würde ich sie mal nennen, gut ausgebildet, meistens relativ jung, und da würde ich sagen, da trifft dieses Bild, wie ich es gerade charakterisiert habe, sehr gut zu. Also wenn es in Hamburg nicht mehr passt, dann zieht man halt nach Frankfurt oder nach London, und man sucht in dem Sinne immer für sich den optimalen Standort aus. Aber, und das ist eine Statistik, an der arbeiten wir auch gerade jetzt aktuell, wie hoch der Anteil in der Bevölkerung ist, der tatsächlich in seinem gesamten Leben nie umzieht. Also mit nie umzieht, meine ich nicht irgendwie ein Dorf oder einen Straßenzug weiter, sondern wenn man einen Ring definiert, von sagen wir mal 20 Kilometern um praktisch den Geburtsort herum, dann ist es tatsächlich ein überraschend großer Anteil der Bevölkerung, je nach Definition so 40 bis über 60 Prozent, die de facto in ihrem Leben nie umziehen. Und meistens ist dieser Ort, ihr Geburtsort, auch der Ort, der Geburtsort der Eltern. Und das heißt, das wäre jetzt eine sehr immobile Klasse, und man muss jetzt sehr genauer quasi auch begründen, warum sozusagen für diese Klasse immer der Geburtsort auch gleichzeitig der optimale Standort ist. Also warum sie nie zum Schluss gekommen sind, irgendwo anders hinziehen zu wollen. Und ich glaube, da spielen eben Migrationskosten, kulturelle Faktoren eine ganz große Rolle. Und das heißt dann aber auch, wenn wir eben diese, ich nenne sie jetzt mal die Immobilienklasse haben, dass für sie sich dann eben dieses Problem Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aus folgenden Grunden stellt, weil es Externalitäten gibt. Also wie gut es mir persönlich geht, wie gut die Löhne sind, die ich verdiene, auch wie viel ich für Wohnraum bezahlen muss, wie gut die kulturelle Szene ist, das hängt ja nicht nur von mir ab, sondern dort hängt man eben ab von der Gesamtgesellschaft, von anderen Individuen. Und in dem Moment, wenn Zu- oder Abwanderung passiert, in quasi der Region, wo ich verwurzelt bin, dann bin ich davon entweder positiv oder negativ betroffen. Also um jetzt wieder ein Beispiel herauszupicken, der urwüchsige Berliner, der schon in Berlin geboren wurde und der jetzt diesen massiven Zuzug von jungen Hipstern oder was auch ich, was weiß ich, sozusagen erlebt hat. Für den einen ist das eine tolle Erfahrung, weil plötzlich sozusagen kulturell ganz neue Einflüsse auf ihn eingeprasselt sind. Für den anderen ist es ein negativer Einfluss durch Gentrifizierung, durch Anstieg der Bodenpreise und so weiter. Und daher aber, wenn ich ihn jetzt zu dieser Immobilienklasse zähle, auf diese Veränderung nicht mit Mobilität reagiert, warum auch immer, dann ist das eben ein Beispiel für eine Externalität, positiv oder negativ. Und in den klassischen Abwanderungsregionen, da würden wir natürlich davon ausgehen, dass es zumeist negative Externalitäten sind, die die Menschen dort betreffen. Also Abwanderung, gerade von jungen, gut Ausgebildeten, damit dann eben auch das oftmal Wegbrechen von guten Arbeitsplätzen in der Region, das schlägt dann zurück, negativ, auf die Immobilienklasse, die dort räumlich gebunden ist. Und nur deshalb stellt sich quasi dieses Problem Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wären alle perfekt mobil, dann würde man sagen, ja gut, dann gehen eben alle, dann wird in dieser Region das Licht ausgeschaltet und das war es dann. Und das Problem Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist quasi gar nicht mehr existent. Also ich glaube, da habe ich auch, ich habe heute Morgen die Veranstaltung leider nicht verfolgen können, öfter auch mit Herrn Kerber schon darüber gesprochen, über dieses Konzept, ich glaube auch, genau wie Herr Koll morgen, es ist ein hoffnungsloses Unterfangen, Kriterien zu definieren und zu sagen, das ist jetzt Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, zumal, wie gesagt, sich eben verschiedene Indikatoren dann eben auch bündeln und so gesehen widersprechen. Sie denken an mein Beispiel von Nominallöhnen und Bodenpreisen. Also das Muster ist eindeutig. Da, wo die Löhne hoch sind, sind auch die Mieten hoch. Und die Reallöhne schwanken weit, weitaus weniger im Raum als die Nominallöhne. Das heißt, man kann überhaupt nicht Gleichwertigkeit sauber definieren, weil diese beiden Indikatoren sozusagen voneinander abhängen. Und wenn man das Problem sozusagen dann auch die politischen Implikationen daraus ziehen will, würde ich sagen, muss man eben sehr genau definieren, warum überhaupt dieser Handlungsbedarf sich ergibt. Das darf ich jetzt mal nur als kurze Vorbemerkung. Jetzt bin ich aber fast schon am Ende meiner Zeit und würde jetzt gerne aber noch ganz kurz was in die Diskussion einbringen, was ich ohnehin sagen wollte. Und möchte da dann sozusagen auch zu der Studie mit dem Institut der deutschen Wirtschaft kommen und habe dafür ein paar Folien für Sie vorbereitet. Ich hoffe, Sie können die sehen. Wenn Sie mir kurz... Ja, können wir gut sehen. Danke. Wunderbar, danke. Und ich möchte sozusagen da jetzt... Und zwar würde ich gern mit einem Zitat beginnen von einem sehr bekannten Regionalekonomen, das sich auf die Situation in den USA bezieht. Eine Handvoll Städte mit dem richtigen Branchenmix und einer soliden Humankapitalbasis ziehen immer mehr gute Arbeitgeber an und zahlen hohe Löhne. Die Städte am anderen Ende schlagen sich mit Totenjobs zu niedrige Leben. Also das Zitat, was sich eben auf die USA bezieht, ist ja ein recht negatives. Und man kann sich auch leicht vorstellen, das haben wir jetzt ja auch gerade bei den Wahlen wieder gesehen, was auch die politischen Implikationen sind von dieser Art von regionaler Spaltung. Und die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse ist ja auch so. Ein Stück weit ist sie auch gegründet worden, weil man sich gefürchtet hat, dass man in Deutschland eben wegen dieses Themas, was in diesem Zitat mitschwingt, über kurz oder lang ähnliche politische Prozesse vielleicht auch beobachten kann, wie man sie in den USA oder meinetwegen auch in Großbritannien gesehen hat. Der Status quo ist aber, dass die räumliche Wirtschaftsgeografie und die Wirtschaftsstruktur insgesamt in Deutschland noch wahrlich etwas freundlicher ist als in den meisten anderen Ländern, in den meisten anderen reichen Ländern, nämlich aufgrund dieses Phänomens, was ja oft als das Hidden Champion Phänomen bezeichnet wird, nämlich, dass es wirklich ein ziemlich einzigartiges Phänomen der deutschen Wirtschaftsstruktur ist, dass man dort diese Mittelständler hat, die in ihrer speziellen Branche, in ihrer Nische Weltmarktführer sind, oftmals in ländlichen Millionen in der Provinz angesiedelt und damit eben auch in Orten, wie es immer mein Lieblingsbeispiel zum Beispiel Vechta, eine relativ ländliche, abgelegene Region ohne großen Zugang zu den Metropolen, dort eben eine Vielzahl von wirklich hoch attraktiven Arbeitsplätzen besteht, durch Firmen wie zum Beispiel Big Dutchman oder Pöppelmann, die in ihrer jeweiligen Nische Weltmarktführer sind. Also dieses Phänomen, dass man sagt, man findet in der Provinz derartige Firmen, das gibt es in Großbritannien oder in Frankreich, werden sie das vergeblich suchen. Da gibt es ganz, ganz wenige solcher Beispiele. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, ein bisschen noch in Norditalien gibt es dieses Phänomen und das heißt, die deutsche Wirtschaftsstruktur ist allein deshalb eine ziemlich andere. Jetzt ist die Frage, da möchte ich mich sozusagen jetzt ganz kurz noch darauf beziehen, wird das so bleiben? Das ist ja sozusagen die große Frage, mit der haben wir uns auch in der IW-Regionalstudie bezogen. Also was wir dort gemacht haben, ist letztendlich doch wieder anhand vieler, vieler Kriterien den Status Quo quasi zu vermessen und letztendlich sozusagen regionale Disparitäten in zentralen Vitaminanten quasi zu quantifizieren. Ich habe jetzt hier mal drei Karten für unsere drei Oberkategorien Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur gebracht. Jeder dieser Oberkategorien besteht aus einer Vielzahl von Unterkategorien und ich fasse es mal zusammen, das war ja auch die Quintessenz unserer Studie, dass wir gesagt haben, 19 Regionen in Deutschland haben akute Probleme, also in unserem Indikatoren-System, die sind hier jetzt quasi mal auf die Karte gebracht, das ist ja auf der Ebene der Raumordnungsregion und die Problemlagen sind aber völlig andere. In Ostdeutschland ist es vor allem das Thema Demografie und zum Zweiten das Thema Infrastruktur, also eine sehr, sehr schwache Anbindung, gerade an überregionale Infrastrukturnetze, also zum Beispiel Funklöcher im Mobilfunk. In Westdeutschland ist die Problemlage vor allem hier im Ruhrgebiet, in der Pfalz und ein Stück weit eben hier in Bremen, Bremerhaven zum einen eine desolate Situation bei den Kommunalfinanzen, also akute Überschuldung, eine massive Investitionslücke und damit Infrastrukturmängel und in Kombination mit unbewältigten Strukturwandel. Also die Probleme bei den Kommunalfinanzen kommen nicht von ungefähr im Ruhrgebiet, sondern sie hängen eng quasi mit der Geschichte des Strukturwandels zusammen, der auch nach wie vor unbewältigt ist. Also nochmal zurück, heißt das jetzt, dass wir da 19 Regionen haben, die wir als Problemregionen bezeichnen, heißt das jetzt, dass Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nicht sichergestellt ist. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie man dieses Problem definiert, weil auch hier gilt natürlich diese Logik, man kann ja wegziehen von dort, was ich angekündigt habe. Trotzdem, aufgrund, was ich aber auch gesagt habe, ist es so, auch im Ruhrgebiet, auch in der Pfalz, auch in Ostdeutschland, haben wir eben es mit dieser Immobilität zu tun und damit eben auch den Durchschlagen von all diesen Problemdimensionen, die hier aufgezeichnet sind, auch auf die individuelle Ebene. Aber vielleicht ganz kurz, in fünf Minuten, wie geht es weiter? Also wenn wir sagen, aktuell ist die Wirtschaftsstruktur in Deutschland im internationalen Vergleich recht dezentral und so gesehen noch freundlich, was uns, glaube ich, gerade in Westdeutschland bestimmte politische Probleme auch noch erspart hat, ist ja die Frage, wird das so bleiben? Und der große Treiber, der hier eine Rolle spielt, ist sicherlich die Digitalisierung. Also dieses Hidden Champion Phänomen hängt eben eng mit der Industrie zusammen. Die Industrie transformiert sich gerade rapide, nicht nur aufgrund des Geburts von Klimaneutralität, sondern natürlich auch durch Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Und mittlerweile ist so Konsens, dass man nicht von diesen Horrorszenarien ausgehen sollte, dass Digitalisierung jetzt massenweise bloß Arbeitsplätze vernichtet und zu Massenarbeitslosigkeit führt. Das ist falsch. Unterm Strich werden durch Digitalisierung und neue Technologien vermutlich genauso viele, mindestens genauso viele Jobs geschaffen, wie Jobs verschwinden. Aber es sind halt völlig andere Jobs, die geschaffen werden und die neu entstehen, als diejenigen, die verschwinden. Hier ist so eine Liste, die kommt vom World Economic Forum, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und man kann jetzt eben schauen, wo auf der Karte sind denn diese verschiedenen Kategorien von Jobs? Also wo sind die Jobs, die neu entstehen? Und da ist es nun mal so, wenn man hier so guckt, Data Analyst, AI Specialist, Big Data Specialist, wo sind diese Art von Jobs heute? Dann sind die hauptsächlich in den Metropolen. Wo sind die Jobs, die wegfallen, hier die Redundant Roles, also wo sind gerade Jobs im manuellen Bereich, Industriebereich, Routine, Tätigkeiten, die sind eben im ländlichen Raum in der Provinz überrepräsentiert. Und das bedeutet, eine Lesart, und das ist für mich sozusagen das unfreundliche Szenario für die Provinz, ist, auch wenn Deutschland von einer besseren Ausgangslage vielleicht noch startet, dass sich durch die Digitalisierung die bestehenden Stadt-Land-Unterschiede in der Wirtschaftskraft verstärken könnten. Und damit eben auch dieses Problem Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse immer in der Definition, wie ich sie vorher besprochen habe. Und es gibt, das sind eigene Forschungsarbeiten, eben durchaus Indikationen, dass wir diesen Prozess der zunehmenden Konzentration von modernen Branchen, guten Jobs, guten Arbeitsplätzen in den Metropolen, das ist ein Prozess, der findet auch in Westdeutschland seit über 30 Jahren statt. Also nur um ein Schlagwort zu bringen, München Mitte der 80er Jahre hatte einen Lohnsatz nominal, der war ungefähr 30 Prozent höher als der Durchschnitt. Heute sind sie weit oberhalb von 50 Prozent. Wir haben eine immer stärkere Konzentration von Top-Arbeitgebern und hervorragend ausgebildeten Beschäftigten im Großraum München. Jetzt will ich noch ein anderes Szenario aufmachen. Also ist sozusagen die Provinz notwendigerweise verdammt? Also gibt es für Deutschland keinen anderen Weg als sozusagen den, der in den USA schon ein Stück weit weiter fortgeschritten ist? So weit würde ich nicht gehen. Und da sind wir wieder bei diesem sozusagen gegenläufigen Indikatoren. Also es gibt enorme Vorteile aus räumlicher Konzentration, aus Großstadtleben, höhere Produktivität, höhere Löhne, bessere Arbeitsplätze, räumliche Nähe, mehr Innovationen. Das ist alles empirisch sehr gut dokumentiert. Aber es gibt natürlich auch Nachteile von räumlicher Konzentration und Ballung. Hier sind ein paar aufgezeigt. Das Wichtigste wahrscheinlich, hohe Mieten, Verkehrsprobleme, die entstehen, einfach das eng aufeinanderliegende soziale Gefälle. Aber um mal bei den Mieten zu bleiben, ich meine, das ist die Diskussion, die wir jetzt in Berlin zum Beispiel sehen, die in anderen Ländern natürlich teilweise noch viel, viel virulenter ist und die immer auch in sich das Potenzial trägt, dass eben eine Großstadt auch wieder auf den absteigenden Ast kommen kann. Wir erleben es jetzt gerade im Silicon Valley, dass gerade junge Firmen, Startups sagen, es tut uns leid, aber der Silicon Valley ist uns zu teuer. Wir können da nicht zu uns fassen. Wir versuchen jetzt woanders zu starten. Das sind jetzt Städte wie Austin, das hier, wo jetzt sozusagen die IT-Szene vielleicht abverlangen könnte, weil in gewisser Weise in der Vergangenheit der Silicon Valley und die Stadt San Francisco zu erfolgreich waren vielleicht und der Wohnungsneubau nicht im notwendigen Temporum quasi stattgefunden hat und das wären dann sozusagen Push-Faktoren aus der Stadt heraus und damit wäre dann sozusagen der ländliche Raum und andere Regionen so ein bisschen der Gewinner. Es gibt aber auch Pull-Faktoren und das sind natürlich Faktoren, die gerade jetzt im Zuge der Corona-Krise besondere Aufmerksamkeit erfahren haben. Ja, also wir haben jetzt ja gesehen, Homeoffice, wir machen Zoom-Meetings und so weiter. Wozu muss ich denn jetzt noch in Berlin-Mitte oder mitten in München sein und letztendlich die ganzen urbanen Stressfaktoren auf mich nehmen, wenn ich doch genauso gut irgendwo im Grünen zu Hause sitzen kann und meine Arbeit online über Zoom erledige. Das heißt, einige sind so weit gegangen zu sagen, die Corona-Krise hat jetzt sozusagen das Ende der Großstädte eingeläutet. Glaube ich das? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich glaube, das ist ein froher Wunsch, der sich über kurz oder lang zerschlagen wird. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wir wissen es noch nicht genau. Wir müssen jetzt praktisch vier, fünf Jahre warten, bis wir quasi Änderungen in der räumlichen Wirtschaftsgeografie eben auch in den Daten sehen können, ob die sich so halten. Mein Tipp ist aber nein, denn dieser Urbanisierungsprozess, von dem ich gesprochen habe, der geht einher mit Strukturwandel tendenziell raus aus der Industrie hin zu wissensintensiven Dienstleistungen. Und das sind eben genau die Wirtschaftszweige, wo räumliche Nähe, gerade wie Ballungsräume sie bieten, eine besondere Rolle spielt. Deswegen glaube ich persönlich, dass die Corona-Krise wahrscheinlich den Speckgürteln zugutekommen wird. Ich muss nicht mehr unbedingt mitten in München wohnen. Ich kann auch ein bisschen draußen wohnen oder nicht mitten in Düsseldorf. Ich kann auch in Wuppertal wohnen und dann reinpendeln. Aber für Fächter, um im Beispiel zu bleiben, sehe ich jetzt aus der Corona-Krise wenig Potenziale. Was mache ich also? Letzte Folie. Um die deutsche Wirtschaftsstrukturen auch ihre Einzigartigkeit bewahren zu können. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges politisches Ziel. Da bin ich wieder bei Herrn Koll morgen. Der Weg, der einzige Weg, der funktioniert, ist allen Regionen die Chance zu geben, in dieser Transformation der Wirtschaft, wie wir sie jetzt erleben, eine wichtige Rolle spielen zu können. Und dafür ist das Vorhandensein von Infrastruktur, glaube ich, die alles entscheidende Dimension. Infrastruktur in verschiedenen Dimensionen, digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, also Anbindung in die Großstädte, Wissensinfrastruktur ist ganz wichtig. Wenn das nicht da ist, man kann sich beliebig in Deutschland, das kann in Ost oder in West sein, wenn diese notwendigen Bedingungen nicht vorhanden sind, dann gibt es keine Entwicklungschancen in einer Region. Keine Firma wird sich ansiedeln, keine moderne Firma in einer Region, wo es kein Internet gibt, um es mal klatt zu sagen. Heißt das, dass das Vorhandensein dieser Indikatoren dann eine Garantie ist, dass in einer Region etwas entsteht? Nein, es sind nur die notwendigen Voraussetzungen, aber nicht die hinreichenden Voraussetzungen. Man muss mit vielen Dingen zusammenkommen. Aber wenn der Staat Gleichwertigkeit, der Lebensverhältnisse im konventionellen Verständnis herstellen will und eine Chance auf eine regional ausgeglichene Wirtschaftsentwicklung schaffen will, dann ist diese Bereitstellung, flächendeckende Bereitstellung von Infrastruktur eine absolut notwendige Voraussetzung. Leider ist das in Deutschland nicht beherzigt worden. In Ostdeutschland wurden nach der wieder vereinigungen Bahnstrecken demontiert. Weil man gesagt hat, wir haben die Demografie, Ostdeutschland leert sich sowieso. Es wird also nicht mehr so viel Nachfrage nach Bahnfahrten geben. Also brauchen wir diese Infrastruktur nicht mehr. Es ist zu teuer. Wir demontieren die Bahngleise. Und heute diskutieren wir darüber, sie wieder zu reaktivieren. Hier ist ein berühmtes Beispiel, 5G nicht an jeder Milchkanne. Ich glaube, wir brauchen es tatsächlich an jeder Milchkanne, damit auch die letzte Milchkanne quasi die Chance hat, dass dort moderne Wirtschaftstätigkeit entstehen kann. Vielleicht so viel. Ich hoffe, ich habe sozusagen die Anbindung an Herrn Kollmorgen mit dem Begriff der Gleichwertigkeit der Wirtschafts- oder der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, dass es ein schwieriger Begriff ist und das Ganze aber dann jetzt auch mit aktuellen Daten gefüllt. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, wir haben zu danken, Herr Südekum. Das war hochinteressant. Das war wahnsinnig viel Input und super, dass Sie das eben auch noch geschafft haben, die Zukunft der Regionen in Deutschland, das nochmal eben schnell da auf 15 Folien uns zu präsentieren. Super interessant. Und dann schließt sich für mich gleich die Frage an, weil Sie die, Sie haben ja die Regionen gezeigt, die sozusagen abgehängten Regionen. Die Lausitz ist jetzt schon knallrot. Was passiert ab 2038? Also erstmal ist die Lausitz natürlich oder kommt jetzt in den Genuss einer sehr, sehr großzügigen Förderung. Ich meine, diese 40 Milliarden, die bis 2038 im Rahmen des Kohlekompromisses gezahlt werden für das Strukturstärkungsgesetz. Da ist die Lausitz als der Empfängerregion. Und dieses Geld ist natürlich hochinteressant, weil es ein industriepolitisches Laboratorium da ist. Das heißt, es wird ja jetzt gerade überlegt, was kann man mit dem Geld sinnvollerweise in der Lausitz anstellen. Und wenn man klug agiert und nicht das Geld quasi sozusagen für lokale Annehmlichkeiten, mein Lieblingsbeispiel ist, dass es immer für Tonhallen und Schwimmbäder ausgibt, sondern das Geld tatsächlich so versucht auszugeben, dass dort nachhaltige Strukturen entstehen, dann glaube ich, hat die Lausitz da eine echte Chance. Weil es ist die Nähe zu Berlin ist immer noch da. Das heißt, das Wichtigste ist die gute Anbindung nach Berlin. Dann, weil wir wissen, was in Grünheide passiert ist mit Tesla. Mit etwas Glück wird sozusagen Brandenburg das neue Zentrum der Elektromobilität. Und das kann auch ein bisschen die Lausitz ausstrahlen, aus meiner Sicht. Und dann braucht es eben ein attraktives Umfeld, auch für Fachkräfte von außen, auch internationale Fachkräfte. Deswegen ist die Nähe zu Berlin nochmal wichtig. Die Nähe zu Berlin, Sie wissen, die Lausitz in Sachsen, die ist schon ziemlich weit weg von Berlin. Ja, aber nicht, wenn dieses zweite Bahngleis und die Autobahnanbindung, es ist ja Teil des Strukturstandesgesetzes, halte ich für die oberste Priorität. Dass dort eben, aber wenn in dem Moment, wo die Anbindung nach Berlin in einer Stunde zu machen ist, mal gucken Sie nach Wolfsburg, ist ja auch so eine Stadt, wo man nicht unbedingt sonst unbedingt wohnen wollte. Aber der ICE von Berlin nach Wolfsburg fährt eine Stunde. Und viele aus den oberen Etagen bei VW wohnen in Berlin, haben dort ihr nettes Umfeld, fahren morgens zur Arbeit nach Wolfsburg, fahrt abends wieder zurück. Aus meiner Sicht könnte das für die Lausitz ganz genauso funktionieren. Ja, da wollen wir mal sehen. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, auch Westsachsen-Anhalt ist ja knallrot in Ihrem Atlas. Und da fährt auch jeder zweite so ungefähr nach Wolfsburg zum Arbeiten. Es ist noch eine Frage reingekommen von einem User. Also erst mal toller Beitrag, schreibt der User. Und dann ist es eine Chance für die ländlichen Regionen, also sollte das klappen mit der Infrastruktur und mit 5G für die Milchkanne, ist es dann eine Chance für die ländliche Region, dass wenn junge Leute eher wegziehen aus der Stadt, wegen der Mieten, wegen Gentrifizierung, was weiß ich, weil sie einfach auch irgendwann Kinder haben, ist es dann eine Chance für den ländlichen Raum, zum Beispiel diese ganzen IT-Jobs, die halt in Zukunft mehr gebraucht werden, dass dann dort vielleicht eine Art Wohlstand entsteht, den wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können? Ja, das glaube ich schon. Das ist vor allem, glaube ich, für diese ländlichen Räume Nähe zu den Metropolen. Das sehen wir jetzt schon. Also der Berliner Speckgürtel, da gibt es ja genau jetzt diese Städte, wo jetzt wahnsinnig viele junge Familien hinziehen, wo richtig was passiert. Etwas schwieriger wird, wenn ich jetzt mal etwas weiter gehe nach Greifswald. Wunderschöne Gegend, hat alle möglichen Annehmlichkeiten, aber hat zwei Probleme. Internetempfang, katastrophal. Zweites Problem, der Zug nach Berlin braucht halt zwei, drei Stunden. Das heißt also, diese Kombination, ich habe einen attraktiven, urbanen Arbeitsplatz und kombiniere das irgendwie mit einem netten Wohnort in Grün, der wird eben nicht so einfach funktionieren, weil die Distanzen zu hoch sind. Das heißt, dafür muss man wahrscheinlich noch mehr tun. Man kann da nicht sozusagen Windschatten von Berlin mitsurfen. Aber nochmal, also diese Infrastrukturangebote, die müssen da sein. Wenn die nicht da sind, dann greift halt von vornherein überhaupt null Chance. Das schließt die nächste Frage an, aber ich sehe, dass Herr Sauer schon wartet und ich will ihm gar nicht so viel Zeit klauen. Aber Herr Südekum, auch an Sie die Einladung, vielleicht haben Sie ja nachher, nach 15 Uhr noch mal Zeit, in unserer Podiumsdiskussion sich noch mal reinzuschalten. Das würde mich sehr freuen, weil die nächste Frage ist nämlich, weil ich wohne zum Beispiel im Umland von Berlin und ich frage mich, ob Ludwigsfelde, Behlitz, Bernau und wie diese ganzen Ortschaften heißen, wollen die ein Vorort von Berlin sein? Ich weiß es nicht. Ich werde diese Frage später stellen und vielleicht haben Sie, oder sagen Sie nur kurz ja oder nein? Wollen die alle ein Schicker vor Ort? Ja, gut, Sie werden allein aufgrund der geografischen Lage keine andere Wahl haben. Sie werden also mit Ihrem Schicksal umgehen müssen. Sagt Herr Südekum. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Das war wirklich hochinteressant. Und damit gleich weiter zu Herrn Sauer. Frank H. Sauer ist Coach und Autor. Seit mehr als 20 Jahren trainiert er Führungskräfte und Unternehmen. Und eigentlich, wenn ich das richtig sehe, Herr Sauer, in der Disziplin Ziele setzen und erreichen. Und wir haben so grob ja schon mal Ziele jetzt formuliert bekommen von Ihren Vorrednern. Und wie erreichen wir sie dann? Herr Sauer, bin sehr gespannt. Ja, danke. Ziele erreichen ist das eine. Aber wie ich in meinem Vortrag jetzt gerne auch ein bisschen ausführen würde, geht es nicht nur darum, Ziele zu erreichen, sondern sie auf ein Fundament zu stellen. Ich will mich erst mal vorstellen, weil ich bin wahrscheinlich der weniger Bekannte in der Runde. Mein Name ist Frank Sauer. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, lebe heute in Köln und komme ursprünglich aus Südhessen. Vielleicht kann man es hören. Ich bin seit 31 Jahren selbstständiger Unternehmer, seit 24 Jahren Coach und Mentor von zumeist humanistisch begabten Menschen, will es mal so formulieren. Seit sieben Jahren publiziere und referiere ich zum Thema Werte. Hatte auch die Ehre, bei der deutschen Gesellschaft da mal auf dem Podium mein Bestes geben zu dürfen zu dem Thema. Allerdings, es war damals nach einer Wahl, wo das sogenannte braune Monster nach vorne getrieben wurde und da ist es ein bisschen untergegangen. Deswegen nutze ich heute die Gelegenheit, neben der ganzen Zielstellung, die ja schon angesprochen wurde, mal zu gucken, okay, auf welchem Fundament können wir denn Ziele abgleichen, sodass wir ja auch gemeinsame Ziele erreichen können, weil ich glaube, darum geht es ein bisschen. Und da ist das Thema Werte ganz interessant. Ich spreche heute insbesondere als Mitinitiator der Eubea, die vor kurzem gegründet wurde, das ist die Europäische Werteakademie, die sich von Deutschland ausgehend, auch von Deutschland ausgehend, für ein friedliches Europa einsetzt. Das ist unser heeres Ziel. Wir sind eine Truppe von sehr erfahrenen Unternehmern und Unternehmensberatern und auch Coaches, die gesagt haben, wir müssen hier was tun, wir müssen uns ein bisschen einmischen. Ich komme ja ursprünglich aus der rein privaten Wirtschaft im Gegensatz zu den hochgebildeten Vorrednern, denen ich sehr aufmerksam gelauscht habe. Und wir kommen quasi von der anderen Seite, von der unternehmerischen Seite und sagen, ja, da läuft ein bisschen was schief. Wir haben das Ziel, so eine Art neue Aufklärung zu initiieren, um einen Dialog herzustellen, um zu vereinen, dass das, was auf der einen Seite akademisch diskutiert wird, auf der anderen Seite auch in anderen Milieus diskutiert wird, zusammenzuführen. Das ist eine große Herausforderung, wie ich glaube. Und vielleicht können wir da in Zukunft auch uns näher drüber unterhalten, wie uns das gelingt. Ja, und es geht darum, dass das Thema Werte, das mir persönlich sehr wichtig, ein bisschen tiefgehender beschrieben wird, und zwar für alle. Also nicht nur für eine akademische oder für eine philosophische Welt, sondern für den normalen Bürger. Also mit dem normalen Bürger, sich mal über seine Werte zu unterhalten, zu diskutieren. Wir gehen an Schulen, diskutieren mit Lehrern, diskutieren mit Schülern. Momentan ist das Thema Corona ja, Corona ganz vorne. Und da sehen wir auch verschiedene Ängste, Unsicherheiten und mit, ja, ich nehme auch wahr, dass die Politik momentan vor allem in Deutschland es doch recht gut macht, obwohl es viele Meckerer gibt. Aber ich persönlich kann sagen, bin sehr stolz darauf, dass wir von einer Frau Merkel geführt werden, die es bisher geschafft hat, die Ängste weniger zu schüren, als man es ihr vielleicht sogar nachsagt. Ja, und ich freue mich heute natürlich bei der deutschen Gesellschaft ein paar Impulse geben zu dürfen. Mein Titel ist ein bisschen sperrig, das Thema. Ich würde den gerne herunterbrechen. Herunterbrechen mit einer steilen These, die heißt Werte stiften Würde. Das mal so vorweg als, ja, auch in Anlehnung an unser Grundgesetz, worum geht es denn hier eigentlich? Wir wollen ja in Würde leben, weil Würde ist die Essenz von Frieden und Lebensqualität, und zwar im Idealfall für alle. Und leider können wir Folgendes feststellen, unsere Gesellschaft ist halt, ja, bespalten. Was in den USA passiert, will ich jetzt nicht thematisieren, aber da redet man auch von Spaltung und das ist das, was auch viel Orientierungslosigkeit auslöst. Und der, ja, das, was ich so beobachte, ist, dass wir auch im Unternehmertum von Wandel reden. In Business-Lang heißt es Change. Change-Management ist ja momentan awoke. Da fallen so Begriffe wie Purpose und Sinnstiftung. Und ich werde immer wieder gefragt, wie kriegen wir das hin? Ich bin begleitet von Stichworten wie Klimawandel, Pandemie, Digitalisierung, Bildungssystem, Burnout-Quote. Alle anderen Themen hatten wir heute schon ein bisschen angerissen. Und das Thema Verschwörungstheorien, was ein bisschen Magenschmerzen tatsächlich bereitet momentan, heißt, wir müssen was tun. Und meine Frage als Zuschauer, jetzt nicht als Wissenschaftler oder als jemand, der darüber akademisch referieren kann, ist, wenn die Weisheit und das Wissen der ganzen akademischen Welt größer ist als je zuvor, warum ist unsere Gesellschaft dann so gespalten? Also irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden. Ich wage es mal als Postulat und als These in den Raum zu stellen. Und da will ich ein bisschen näher drauf eingehen. Jetzt in meinem Vortrag. Ein bisschen Zeit wurde mir geklaut. Macht nichts, aber ich weiß, nach mir ist eine Pause dran. Vielleicht darf ich die fünf Minuten dann noch dranhängen. Ja, die Antwort, die ich gefunden habe, ist von, ich will es mal vorsichtig formulieren, von den herrschenden Protagonisten wahrscheinlich, ja, es wird ihm wahrscheinlich nicht schmecken und sie ist leider auch nicht so einfach, dass es intellektuell zu verstehen ist. Wir brauchen Mentalitätswechsel. Und zwar einen radikalen Mentalitätswechsel. Also ein Change of Mind, wenn man es im Englischen sagt. Und der Schlüssel, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, wie können wir die Ziele erreichen, ist meine Thesis, erst müssen wir uns über Werte unterhalten. Dann würde ich gerne Konfuzius zitieren, der gesagt hat, wenn über das Grundlegende keine Einigkeit besteht, macht es keinen Sinn, miteinander Pläne zu schmieden. Und wenn die Werte geklärt sind, wenn wir wissen, was sind die eigentlich tatsächlichen Wichtigkeiten für jeden einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft, von denen wir ja ein paar heute schon erwähnt bekommen haben, neben all diesen technischen Aspekten und politischen Intentionen zu regeln und zu steuern, erst wenn das geklärt ist, dann sollten wir uns über Ziele unterhalten. Das ist meine These. Darüber referiere ich seit vielen Jahren, arbeite sehr erfolgreich im Unternehmen darüber. Natürlich sind die Ziele, auch die monetären Ziele, oft im Vordergrund. Aber letztendlich stellen wir meistens fest, es ist echt gut, sich mal Zeit und Muse zu nehmen, sich über die grundlegenden Werte, jedes Einzelne, was betreibt mich um, was sind meine Motive, klar zu werden. Erstmal selber klar zu werden, um dann in der Diskussion mit anderen sich selbst auch mal zu öffnen und seinen Entfaltungsspielraum zu entdecken, einzufordern. Und dann ist es in unserer Gesellschaft natürlich die Herausforderung, dass die Raumbedingungen geschaffen werden, dass es für möglichst viele auch möglich sein wird. Und nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern dass es wirklich möglich ist. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, also alles ist, also wenn wir das jetzt als These vorausstellen, ja, wunderbar, wir haben uns alle lieb, wir machen ein bisschen schön, dann haben wir folgendes Problem in der aktuellen Situation, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo Verrückte, die Power, Power ist ja ein Begriff im Titel meines Vortrags, da gehe ich gleich näher drauf ein, die Power und die Kontrolle übernehmen, egal ob das ein Terrorist ist, ein Cyberterrorist, da gibt es momentan viele, die wir noch gar nicht wahrnehmen, oder gierige Firmenbosser, oder ein Präsident eines sehr großen Landes, zum Beispiel den Vereinigten, oder wie wir ja jetzt sagen können, den gespaltenen Staaten von Amerika. Der gesellschaftliche Spalt kann meiner Meinung nach geschlossen werden, die Frage ist wie, und dazu müssen wir uns anschauen, wo der Spalt entstanden ist. Ich habe das gemacht, ja, ein bisschen auch, ja, so ein bisschen nerdig und wissenschaftlich, mich mal intensiv mit philosophischen Schriften auseinandergesetzt. Parallel dazu habe ich Begegnungen in meinem Leben gehabt mit sogenannten Randgruppen, und da würde ich einen kleinen Exkurs jetzt machen, eine persönliche Lebenserfahrung. Vor über zehn Jahren hatte ich die Ehre, bei einem gemeinnützigen Projekt in einem Zeitraum von zwei Jahren einige hundert Schüler jeweils in Schulklassen eingeteilt, ganztägig zu betreuen. Die Schüler waren acht Stunden tatsächlich da und ich hatte die Ehre, mich acht Stunden mit 13- bis 18-Jährigen auseinandersetzen zu dürfen. Die meisten dieser Schulen waren sogenannte Brennpunktschulen, zumeist Hauptschulen, aber auch einige Realschulen, und zwar in einer Stadt, die erst seit kurzem ganz Deutschland kennt, in Hanna. Das ist zehn Jahre her und insgesamt zwei Jahre war ich da vor Ort, nicht immer, ich habe ja noch einen normalen Job zu erledigen, aber ich war sehr, sehr oft da, tagelang, und es war ein hochinteressanter, sehr spannender Exkurs. Das ganze Programm hieß BOP, einige kennen das vielleicht, das Berufsorientierungsprogramm, darunter lief das, von der Bundesregierung gefördert. Wir haben dann diesen Titel geändert, in Talente-Werkstatt, das nicht nur aus Marketinggründen, sondern es war einfach ein bisschen sympathischer und am Rande, jetzt schon mal am Rande erwähnt, Sympathie ist ein Wert, und Sympathie ist ein sehr unterschätzter Wert, das selten im politischen Kontext Verwendung findet. Hier schon mal mein Tipp, wir sollten darüber nachdenken, was Sympathie auch im heutigen Kontext möglich machen könnte, vielleicht außerhalb dieser halben Stunde, die ich habe. Beim Amtsantritt war ich euphorisch und freute mich über diese schöne Abwechslung, bisher hatte ich ja nur Erwachsene gecoacht und begleitet, und ich dachte, oh cool, endlich mal mit Kids arbeiten, die offen sind für das, was die Welt zu bieten hat. Die Kids waren in der 8. und 9. Klasse und wie gesagt, zwischen 13 und 18 Jahre alt. Meine erste Frage bei jeder neuen Schulklasse war, es ging ja um Berufsorientierung, was wollt ihr denn mal werden? Und ich war ganz neugierig, ganz gespannt auf die Antworten, und die ersten Antworten von Jungs und von Mädchen war, Hartz-IV-Empfänger. Natürlich wurde diese Antwort von Gelächter der Mitschüler begleitet. Beim ersten Mal hat mich diese Antwort echt überrollt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber es wurde mir schnell klar, hier muss was passieren. Das darf schon nicht wahr sein. Bei meiner anschließenden Frage, warum Hartz-IV-Empfänger, kamen die Antworten wie, das ist doch klar, wir haben doch sowieso keine Chance, oder weil meine Eltern auch Harzer sind, oder weil das cool ist, da brauche ich nicht zu arbeiten, und die Miete wird ja vom Start bezahlt. Aber auch, leider selten, sagen sie doch, was wir werden können, deswegen sind sie doch da. Das war dann meine Stallvorlage, und ich hatte Hoffnung. Nach dem Berufswunsch Hartz-IV-Empfänger gab es noch andere Antworten. Wie? Ich werde Terrorist. Ich werde Bankräuber. Ich werde Zuhälter oder Autodieb. Plus andere interessante Berufe, wo ich das Gefühl hatte, die Kids meinen das ernst. und das konnte ich auch aus ihrem späteren Verhalten teilweise ableiten. Ich wusste aber, dass ich nichts zu verlieren hatte. Ich war ja kein Lehrer, der sich pädagogisch verhalten muss. Ich konnte ja jederzeit nach Hause gehen. Also knöpfte ich mir die Kids vor und sagte, okay, danke für die ehrliche Antwort. Ehrlichkeit ist wichtig, damit ich weiß, mit wem ich es hier zu tun habe. Nach einer kleinen Pause sagte ich, ich sehe also, ihr wollt Versager werden. Ich akzeptiere das. Bitte gebt mir die Chance, heute meinen Job zu machen. Ich würde euch gerne zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, die euch zur Verfügung stehen, um später einen coolen Job zu machen. Denn das ist heute mein Job. Und ich verspreche euch, dass für jeden etwas dabei sein wird, wenn er Lust hat, mir zuzuhören. Meistens hat es funktioniert. Also eigentlich fast immer hat es funktioniert. Und bei späteren Klassen fügt ich es dann sogar noch hinzu. Ein sehr kluger Mensch, der einer meiner Vorbilder ist, hat einmal gesagt, das Glück deines Lebens hin von der Beschaffenheit deine Gedanken hat. Das sagte Markus Aurelius, den ihr wahrscheinlich nicht kennt. Aber ihr könnt ihn ja mal googeln. Interessant war, dass es einige Kids tatsächlich sofort gemacht haben. Ich habe erlaubt, dass sie ihre Smartphones benutzen dürfen. Damals hatten schon einige welche. Die Lehrerin, den Lehrern hat es nicht befallen. Er hat gesagt, Moment, vielleicht kommt die Digitalisierung irgendwann. Das ist ganz gut, wenn man mit diesen Dingern umgehen kann. Es gab Diskussionen, aber ich habe mich durchgesetzt. So, das war der Schlüssel. Es waren gelebte Werte. Die Art, wie ich mit den Kids umgegangen bin. Es war kein Hochmut. Es war Respekt, es war Vorbild, es war Aufrichtigkeit. Ich hatte ehrliches Interesse an diesen teilweise wirklich verwahrlosten und vor dem Abgrund stehenden Kids. Und der nächste Aspekt ist, die Thema Lehrer über die Qualität der meisten Lehrer, die teilweise in meinem Unterricht als Beidsitzer dabei waren, möchte ich mich hier nicht näher auslassen. Insbesondere deren Umgang mit den Kindern. Ich möchte nur feststellen, dass an diesen Stellen in diesem Land etwas komplett falsch läuft, wenn es darum geht, die Abgehängten einzufangen. in unserer schön gemachten soziokulturellen Bett, wenn man es nennen könnte, als Leistungsgesellschaft. Ich meine, dass derartige Szenarien Ursache dafür sind, dass wir uns heute Gedanken machen müssen über unsere Demokratie und die zunehmende Radikalisierung, die meiner Meinung nach erst am Anfang ist. Wir sollten Lehrer befähigen, gute Vorbilder zu sein. Wir sollten sie auch zur Empathie befähigen. Ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich habe meine persönlichen Beobachtungen, die ich hier eben jetzt zu Welsen gebe. Und wir können gerne an anderer Stelle darüber diskutieren, wie man das machen kann. Fazit der Geschichte. Sie ist nur ein Beispiel. Und ich könnte viele weitere erzählen. Wir haben zu viel Brennpunkt, wir haben zu viel Orientierungslosigkeit und wir haben auch, das wurde heute in Teilen sogar schon angesprochen, wir haben zu viel Hochmut der Privilegierten und wir haben zu wenig direkten Kontakt. Ich wiederhole, direkten Kontakt. Ernsthaftes Interesse zu den Abgehängten und für die Abgehängten, vor allem vor den jungen Menschen, die mit Ansage auf die schiefe Bahn geraten und keine Skrupel dabei haben. Und das nur, weil wir, Klugscheißer, sorry, ich zähle mich dazu, oder Besserwisser, aus unserem Elfenbein heraus schwadronieren und erklären, wie alles funktionieren könnte. Und wir stempeln diese Leute quasi ab. Jetzt kommen wir zum Thema Softpower. Ich will jetzt den Kreis schließen. Was ist Softpower? Schauen wir uns an, wo der Begriff herkommt. Der Terminus Softpower wurde 1990 vom US-amerikanischen Politikwissenschaftler Joseph Nye eingeführt und geprägt und speziell im politikwissenschaftlichen Kontext verwendet. Auf Deutsch könnte man es als weiche Macht übersetzen oder sanfte Macht oder vielleicht noch besser als behutsame Kontrolle. Ziel dabei ist, die politische Einflussnahme unter Verzicht auf Gewalt und Sanktionierung auf Grundlage kultureller Attraktivitäten und Ideologien. Insbesondere, so sagte Nye, auf der Ebene von internationalen Beziehungen. Das war damals der Ansatz. Und somit besitzt Softpower den Aspekt der richtigen Haltung. Haltung ist das wichtige Stichwort, auf das ich jetzt eingehe, das eine ganze Menge mit Werten zu tun hat. Wir betragen den Begriff auf unser heutiges Anliegen. Softpower ist der Schlüssel zum Öffnen eines konstruktiven Dialogs. Vor allem multinationale und multikulturelle Auseinandersetzungen können wir damit besser begegnen. Softpower ist Dialog und dabei das Weglassen jeglicher Überheblichkeit. Softpower ist Respekt und das Einbeziehen, also das Tolerieren von Andersartigkeiten, auch von Fremdartigkeiten. Das Leitmotto für lebendige Softpower ist, und das ist jetzt ganz wichtig, prüfe deine Haltung, bevor du in eine Situation gehst. nicht in der Situation, auch nicht danach, sondern bevor du in eine Situation gehst. Egal, ob es ein Konflikt ist, ob es ein normaler Dialog ist oder ob es die Lösung eines Problems ist. Prüf deine Haltung. Also parke deine Vorurteile und öffne den Raum für Verständigung. Jetzt schauen wir uns den Begriff Engagement an. Engagement passiert ja momentan auch durch die Businesswelt. Engagement ist im Sinne von Demokratie die Verantwortung für gutes Gelingen zu übernehmen. Vor allem für das, was uns emotional bewegt und was unser Herz berührt. oder auch das, über was wir uns gerne ärgern. Es ist ja auch eine Emotion, warum können wir die nicht ins Positive umkehren? Also Engagement ist tatsächlich ein kulturelles Phänomen. Kultur ist die Summe aller Geschichten, die man sich über eine Gemeinschaft erzählt. Das, was dadurch überliefert wird, ist wahrhaftig. Alles, was nicht erwähnt wird, egal wie groß oder klein es ist, verliert vollständig seine Existenz. Es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Das, was wir weitertragen, was erzählt wird. Die besonders interessanten Erzählungen und die Narrative werden gepflegt und im Alltag zelebriert, oft in Sprachbildung oder künstlerischen Darstellung. Heute wissen insbesondere PR- und Marketing-Profis, wie man durch das sogenannte Storytelling, also Kulturprägung, Wichtigkeiten manipulativ erzeugen oder verschieben kann. Die Kultur eines Unternehmens oder einer Organisation oder auch einer Nation ist somit das, was über diese Organisation, diese Lebensgemeinschaft erzählt wird, und zwar innerhalb und außerhalb. So, und jetzt kommen wir zum Thema Zusammenhalt. Auch ein weiteres Wort im Titel meines Vortrags. Zusammenhalt ist, gemeinsame Werte kennen und verstehen, sich zu diesen Werten bekennen, da sie ja, jetzt schließe man den Kreis zu den Zielen, die gemeinsame Ziele, wenn auch kleine, begründen. Zusammenhalt ist zuhören und zwar echtes Interesse zeigen. Ja, und zeigen und im Idealfall echtes Interesse haben, Interesse am Mitmenschen. Auch wenn es andersartig oder fremdartig oder erstmal abstoßend ist. Zusammenhalt ist also ein menschliches Grundbedürfnis, dass jeder Einzelne von uns interdisziplinär und interkulturell kultivieren, also im Alltag pflegen sollte. Und wenn unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, sagt, wir schaffen das, ist das ein vorbildliches Zeichen von Courage. Ja, es muss natürlich geliefert werden, wissen wir, haben wir festgestellt. Aber der Anfang allen Handels ist beherzte Courage einer Führungspersönlichkeit, die erst dadurch das Engagement von vielen Menschen aktiviert. Und heute wissen wir, dass das in diesem Fall zum großen Teil, auch wenn der wenig beleuchtet wird, also wenig kultiviert wird, sondern eher so das Negative, funktioniert. Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass Optimismus, das strahlt ja Optimismus aus, dass dieser Optimismus gepaart mit Realismus ein gutes Rezept sein kann. Das Thema Demokratieförderung, das ist ja auch ein Begriff, der im Titel meines Vortrags vorkommt. Da bemerke ich in vielen Meetings, an denen ich teilnehme, dass immer häufiger Begriffe fallen, wie Bildung, Rassismus, Fremdenträumtlichkeit. Das Thema Mobbing, das Thema Burnout, etc. habe ich da auch, mein Chef ist ein Arschloch und bereits lasse ich mich krankschreiben, ich halte es nicht mehr aus. Es ist weiter verbreitet, als wir es vielleicht wissen. Und auch das Thema Existenzängste, das natürlich auch jetzt in Corona-Zeiten nochmal angetriggert wird. So, und jetzt werfe ich die provozierende Frage in den Raum, was heißt denn eigentlich Demokratieförderung und auch, kann man Demokratie überhaupt fördern? Ist sie nicht automatisch da, wenn man bestimmte Werte zum Leben erweckt? Des Öfteren erzeugt das Irritation, diese Frage. Heute nennt man das Disruption. Irritieren und disruptives Fragestellen ist ja en bon. Und dabei hilft dann im Anschluss natürlich der Ruf nach Grundlagenermittlung. Grundlagenermittlung ist die gemeinsamen Werte zu finden, zu definieren und sich darüber auszutauschen. Demokratie heißt ja im Übertragensinn beziehungsweise Demokratieförderung, die Macht des gesamten Volkes ist Programm. Kleine Anmerkung, wenn wir dabei einen Teil der Gesellschaft vergessen, macht dieser Teil sein eigenes Programm und dieses Programm ist selten uns zugeneigt. Oder das Akzeptieren und Unterstützen des Mitspracherechtes aller Bürger oder noch konkreter das echte Verstehen und ehrliche Begreifen der Bedürfnisse, der Ängste, der Sorgen aller Menschen und nicht nur ihnen zu sagen, ja, ja, wir verstehen euch, sondern mit Empathie und vielleicht, ich will jetzt mal ein Wort in den Raum werfen, das vor allem im christlichen Gefilden ja bekannt sein sollte, nämlich die Nächsten lieber. Und das bedeutet in Reinschrift die Funktionsweise des genannten Schlüssels zur Schließung der Spaltung und Öffnung des Raumes für gelebte Toleranz und für praktizierten Optimismus. Meine bisherigen Forschung, basierend auf zahllosen Wertemodellen meiner leidenschaftlichen Vorgänger, und zwar von der Antike bis heute ergaben, alle Menschen auf dieser Welt wollen das Gleiche. Alle Menschen haben verdichtet die gleichen drei wesentlichen Grundwerte, die sie zeitlebens antreiben. Und es ist ihnen egal, wie sie diese Werte und Ziele erreichen. Sie werden Wege finden. Und diese drei Werte sind Friede, Freude, Eierkuchen. Ich weiß, dass das auf den ersten Blick profan klingt, aber bei näherer Betrachtung macht es durchaus Sinn, vor allem dann, wenn wir diese drei Begriffe mit zeitgemäßen Begriffen in Form von Synonymen zum Beispiel bestücken. So zum Beispiel Freiheit, Spaß, Wohlstand. Jetzt macht es ein bisschen mehr Sinn. Oder Harmonie, Vitalität oder Sicherheit oder Liebe, Begeisterung und Erfolg. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrus, aber diese Werte sind direkte Synonyme dieser drei, ja, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg geprägten Formulierungen Friede, Freude, Eierkuchen. Und immer, wenn ich das in Workshops anbringe, gibt es natürlich erstmal Gelächter, ist ja interessant, ist ja ganz nett, aber wir können festhalten, wenn es uns gelingt, dass wir auch im Elfenbeintor sagen, okay, auch uns ist Friede, Freude, Eierkuchen wichtig, meinem Gegenüber ist Friede, Freude, Eierkuchen wichtig. Eigentlich ist es allen wichtig, die Frage zu stellen, was bedeutet jetzt konkret Eierkuchen? Das ist ja die soziale Marktwirtschaft, die spült den Eierkuchen ja raus, also den Wohlstand, den sozialen Wohlstand und jetzt definieren wir in diesem Wertewandel, den wir haben, Wohlstand möglicherweise neu, weil Wohlstand sind ja Aspekte von Lebensqualität, die jeder in seinem eigenen Kontext definiert. Daraus resultiert, wenn wir es richtig machen, wir öffnen Räume für menschliche Wichtigkeiten, wir üben Toleranz und wir praktizieren sie. Toleranz heißt übrigens Spielräume schaffen. Also nicht, naja, es ist nett, ich finde es zwar blöd, was du da machst, aber ich akzeptiere das mal. Toleranz heißt nicht unbedingt Akzeptanz. Toleranz heißt, ich mache einen Spielraum auf und dieser Spielraum sollte an Grenzen stattfinden, da wo Widersprüche da sind, da wo wir auch kulturelle andere Sichtweisen haben und innerhalb dieses Spielraums kann ein Dialog entstehen. Und das fördere ich, das mache ich, das ist mein Tagesgeschäft seit vielen Jahren und es funktioniert, aber nur, wenn wir die Muße haben, uns mit uns selbst und zwar aufrichtig und gerne mit den christlichen Werten, die sind ja da und die Nächstenliebe, so hat Paulus das mal formuliert, ist ja das, was ganz oben steht, warum wollen wir die nicht mal praktizieren und nicht nur akademisch interessante Dinge von uns geben, so wie ich das natürlich jetzt ja auch mache, sondern dass wir es praktizieren, dass wir Begegnungsstätten schaffen und wir haben einen Vorschlag innerhalb der Europäischen Werteakademie, dass wir an Regierungsvertreter herangehen wollen und sagen, wir hätten gerne eure Grenzen, wir würden sie gerne übernehmen, die Grenzen sind ja territorialen und ganz kleiner Bereich, gibt sie uns und wir machen aus diesen Grenzen Begegnungsstätten. Wir haben die Idee, dass wir Wohnmobile da hinstellen, dass wir eine Fahne hinstellen, etc., dass wir also in den Bereich gehen, den eigentlich niemand sieht und der uns teilt, der uns spaltet. wir haben eine deutsche Grenze, wir haben Ost- und Westdeutschland. Ich werde oft gefragt, warum kriegen wir das nicht hin, dass wir uns Deutsche wie ein Volk sehen, etc. und ich glaube, dass wir uns zu wenig über die eigentlichen Werte unterhalten. Ich war sehr oft in Ostdeutschland unterwegs und habe diese Dialoge geführt und siehe da, beim gemeinsamen Getränk haben wir uns gut gefühlt und haben festgestellt, vielleicht können wir auch das Wort verzeihen wieder salonfähig machen. Auch wenn es jetzt einen religiösen Touch hat, aber ich glaube, Vergebung und Verzeihen ist das, was auch die Grundlage ist, neu zu starten. Und damit würde ich gerne schließen mit einem Zitat und Mahatma Gandhi es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Vielen Dank. Danke Ihnen sehr, Herr Sauer. Das ist ja wirklich, das ist ja geradezu horizontal erweitert, unsere Tagung hier von der Deutschen Gesellschaft, wenn nicht sogar bewusstseinserweiternd. Ich möchte mit Ihnen, weil Sie ja sagen, wir wollen das jetzt mal praktizieren. Ich möchte bitte ein Zwei-Minuten-Training, Herr Sauer. Ich bin Kranführerin in der Lausitzer Braunkohle und ich werde meine Arbeit verlieren, das ist so. Und jetzt, wenn wir alle diese Werte anwenden, Augenhöhe, Ehrlichkeit, Interesse, Optimismus, Verständnis, Empathie, was Coach Sauer alles in seinem Bauchladen hat und dann kommen Sie zu mir und ich sage, Herr Sauer, ich bin Kranführerin und ich will das auch bleiben. Und dann sagen Sie zu mir, nee, also wie sagen Sie zu mir, erstens, der Braunkohle Abbau geht zu Ende, zweitens, du kriegst eine zweite Bahnstrecke und kannst nach Berlin fahren, drittens, du kannst umschulen auf Programmiererin. Wie sagen Sie mir das, dass es funktioniert? Ja, aber das sage ich ja nicht. Ich sage Ihnen ja nicht, was Sie tun sollen. Ich frage Sie erstens, als allererstes ergründen wir mal, warum Sie Kranführer sind. Was ist das Besondere am Kranführen? Was sind die Aspekte? Was ist das Tolle daran? Was ist das Schöne? Warum tun Sie das? So, und nachdem Sie mir dann wahrscheinlich mit glänzenden Augen erzählt haben, wie toll und geil das ist und Braunkohle ist ja eh das Größte überhaupt, obwohl die ganz blöden Idioten da, diese blöden Grünen. Und dann würde ich Ihnen erst mal etwas erklären. Ich würde Ihnen erklären, dass es Polarisieren gibt. Und dass ich jetzt einen Fehler machen würde, wenn ich Ihnen erkläre, was Sie tun sollen, weil das steht mir überhaupt nicht zu. Wir können aber gemeinsam ergründen, was Sie für Wünsche und Träume haben, weil der Kranführer, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja nur ein Aspekt, dass was grundlegend jemandem wichtig ist, wie er seinen Job, wie er seine Berufung sieht, später mal ausleben will. Und dann stelle ich auch gerne die Frage, wie hast du denn als Kind gespielt, als kleines Kind, hast du da auch schon mit Kränen gespielt? Dann kommt er auf, nee, ich habe nicht nur mit Kränen, ich habe auch das, ich habe übrigens auch Gedichte geschrieben, zum Beispiel. Sag ich, oh, das ist ja interessant, warum denn Gedichte? So, das heißt, in diesem Dialog, das ist natürlich jetzt Coaching, klar. Ich weiß, ja, und das ist ja auch erfunden jetzt. Es ist ja auch, naja, es ist, sie werden lachen, solche Themen, hatte ich gehabt. Ich habe einen Staplerfahrer, ja, mitten im Staplerfahrer habe ich mich unterhalten, bei einem Unternehmen, das ich tatsächlich betreut habe, ist ein riesiger Konzern und da gab es im Bereich der Logistik einen Staplerfahrer und da hat und da hat sich herausgestellt, dass der eigentlich unheimlich gerne Videos schneidet. Das macht er so als Hobby. Und dann kam der Geschäftsführer auf die Idee, mit diesem Tablerfahrer, ihn mal zu fragen, hast du Lust, wir wollen demnächst so einen Imagefilm für unser Unternehmen machen, das zu machen. Der war natürlich völlig überfordert, aber das Endergebnis ist, er hat es gemacht, es ist nicht perfekt, es ist nicht öffentlich-rechtlich like, also nicht das, was manche YouTuber auch machen, aber es ist authentisch. Die ganzen Mitarbeiter haben mitgemacht und dieser Staplerfahrer ist immer noch Staplerfahrer, aber er darf jetzt parallel dazu in dem Unternehmen das, was er als Hobby macht, sogar relativ preiswert, eine Agentur hätte viel mehr Geld gekostet, ist jetzt ein Beispiel, wie man raus aus der Box gehen kann, wir machen Job-Descriptions, wir haben Assessment-Center, wir prügeln die Leute durch das Assessment-Center, da werden Persönlichkeitsmerkmale abgefragt, Zeugnisse abgefragt, aber wenn wir ganz ehrlich sind und uns mal fragen, ey, was wollte ich als Kind denn mal werden, was hat mich emotional berührt und wenn wir das jetzt mal aufgreifen und wir wissen ja, dass es heute Berufe gibt oder in morgen Berufe geben wird, von denen haben wir heute noch überhaupt keine Ahnung, dass es die gibt, alleine durch Corona sind wir jetzt, wir sind jetzt ich habe jetzt hier auch da so Dinge aufgebaut, den Hintergrund habe ich, das ist ein echter Hintergrund, also nicht der, den man normalerweise so einplanen, das haben wir alles so ein bisschen gestaltet, das ist neu, das ist kindlich, das ist spielerisch und diese Aspekte, die fehlen bei diesen Grundsatzfragen, ey, ich bin jetzt Kranfahrer und diese Bankkohle gibt es nicht mehr und jetzt wird ein oppositionelles Gehabe aufgebaut und diese sind blöd und die sind doof und ich brauche das und die allgemeine Diskussion in der Politik heißt ja, wir müssen Arbeitsplätze sichern und ich sage, scheiß drauf, wir müssen keine Arbeitsplätze sichern, wir müssen die Arbeitsplätze, die es gibt, die da sind, befüllen und es wird Berufe geben, von denen wir in der akademischen Welt überhaupt keine Ahnung haben, die ganzen YouTuber oder die, die momentan mit Social Media eine Menge Geld verdienen, sind ein Beweis dafür und die entfalten sich und darüber kann man sich auch mit einem Kranfahrer unterhalten, weil Kranfahrer nochmal, ist ja keine Schande oder es ist ja nicht, ich muss jetzt meine Familie damit ernähren, sondern wo gehen die Räume auf, dass jemand überlegt, was kann ich in der Gemeinschaft für weitere Beiträge leisten, darum geht's, sorry jetzt für meine lange Ausführung. Nee, nee, das war ja nochmal interessant, ich habe das jetzt auch verstanden, mir ging es einfach noch darum, nochmal dieses, was Sie gesagt haben, Mentalitätswechsel und dass wir uns einfach auf Werte einigen müssen oder einfach mal gucken müssen, haben wir denn überhaupt die gleichen Werte, das wollte ich einfach nochmal ein bisschen mit Leben füllen. Abgleichen, haben wir die gleichen Zutaten, dass wir zusammen kochen können. Genau, genau, vielen, vielen Dank, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben es 20 vor drei, also wir gehen jetzt mal kurz in eine Pause, auch Sie, Herr Sauer, wenn Sie die Zeit haben, bleiben Sie ruhig noch ein bisschen dran, also um 15 Uhr sind wir wieder hier on air und dann eben mit unserer Diskussionsrunde, wo wir alles das, was wir jetzt besprochen haben, noch ein bisschen weiter vertiefen wollen, eine Vertreterin der Bertelsmann Stiftung ist dabei, jemand aus dem Bundesministerium für Familie, dann der Direktor der Sächsischen Landeszentrale Politische Bildung und Herr Lübking ist da vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und da werden wir noch mal alles reintun, was wir jetzt gehört haben, was wir heute morgen gehört haben und wie gesagt, Herr Sauer, wenn Sie auch noch Zeit haben, sich da irgendwie reinzuschaffen, sehr, sehr gerne. 15 Uhr. 15 Uhr. 15 Uhr. Bis gleich. Dann bis gleich. Ciao. Willkommen zurück bei der Deutschen Gesellschaft hier aus Leipzig von unserem Symposium gleichwertige Lebensverhältnisse. Gestreamt wird das alles übrigens so wunderbar von der Firma Streamio hier aus Leipzig und ich hoffe, dass wir doch bitte, bitte jetzt noch ein anderthalb, zwei Stunden haben wir noch, noch zwei Stunden jetzt mal stabile digitale Verhältnisse haben, dass wir uns hier so toll weiterhin vernetzen können. Weil bis jetzt kurze Zwischenbilanz von mir hat das ganz wunderbar funktioniert, was ich so gehofft habe heute Morgen, dass nämlich obwohl wir weit verstreut sind in Leipzig und in Berlin und in Herr Sauer, nee, Südhessen ist Ihre Heimat, aber Sie sind in Köln, dann haben wir Ostwestfalen, den Herrn Löffler, der ist hier gleich um die Ecke. Also und Herrn Lübkin weiß ich gar nicht, wo sitzen Sie? Wir sitzen in Berlin. Siehste, und Berlin, dass wir zwar alle weit voneinander entfernt sind, aber trotzdem sehr lebhaft und sehr intensiv miteinander sprechen können, finde ich richtig gut. Alles was, also wir versuchen jetzt in den kommenden, in der kommenden Stunde, anderthalb Stunden, alles zu bündeln, alles zusammenzufassen, was wir heute gehört haben. Lösungsansätze und Perspektiven für eine Heimat mit Zukunft. So haben wir die Diskussionsrunde genannt, heute Nachmittag. Und wie gesagt, die, jetzt höre ich irgendwie alles gleichzeitig, aber das ist normal. Ich mache einfach weiter. Wir haben da Frau Kirsten Witte, Leiterin des Programms Lebenswerte Kommune der Bertelsmann Stiftung. Wir haben Roland Löffler da, Dr. Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und Uwe Lübken, Beigeordneter für Rechts, Soziales Bildung und Sport beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Ich hoffe auch noch, dass Prof. Dr. Matthias von Schwanenflügel sich an seine Verabredung erinnert. Er ist im Familienministerium zuständig, unter anderem eben auch für Demografie, aber auch für Regionalförderung, Regionalplanung. Aber Frau Witte, ich steige mal mit Ihnen ein, weil Sie ja die Leiterin sind des Programms Lebenswerte Kommune. Können Sie mir mal bitte in drei bis fünf Sätzen zusammenfassen, was eine Lebenswerte Kommune ist? Ja, also letztlich glaube ich müssen, dass die Menschen, ich soll es hochheben, letztlich müssen, dass die Menschen entscheiden, die in der Kommune wohnen und da muss man mal sagen, Statistiker, ich glaube, das wurde heute schon mal gesagt, gibt den Glücksatlas raus, wo die Menschen gefragt worden, wie glücklich sind sie in ihrer Heimat? Und da muss man feststellen, das changiert von 6,7 bis 7,4, also nicht mal um einen Punkt auf einer Skala von 1 bis 10. Deshalb muss man vielleicht auch bei aller Unterschiedlichkeit mal die Kirche im Dorf lassen. Menschen fühlen sich da wohl, wo sie zu Hause sind, wo sie Familie haben, wo sie Freunde haben, wo sie soziale Netze haben. Das ist das Wichtigste für die Menschen überhaupt, dass sie sich sozial geborgen fühlen, dass sie sich anerkannt fühlen, dass sie Liebe bekommen, Liebe geben können. Und dann kommen natürlich die anderen Faktoren, ganz wichtig, ist Chancengerechtigkeit, also dass man auch dort, wo man wohnt, Bildungsinfrastruktur hat, dass man Einkommen und Arbeit erzielen kann und dass man kulturelle Infrastruktur hat und Verkehrsinfrastruktur. Damit will ich diese letzten Faktoren überhaupt nicht kleinreden. Das ist ja auch das, worum es heute besonders geht, weil es das ist, was der Staat am direktesten beeinflussen kann. Aber eine lebenswerte Kommune wird nicht allein durch die Verkehrsinfrastruktur, sondern weit mehr durch gesellschaftlichen Zusammenhalt definiert. Ja, ist dann das, also weil Sie haben ja jetzt wirklich viele solche Soft Skills angesprochen, die Herr Sauer ja auch in seinem Vortrag als Thema hatte. Herr Lübcken, ist dann gleichwertige Lebensverhältnisse, sind das dann vor allem, eben vor allem, was wir heute Morgen ja hatten, einfach eine Zufriedenheit, ein gutes Lebensgefühl und alles andere, was wirklich die Hard Facts sind, das fällt so ein bisschen mehr runter? Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel beider Seiten. Also zum einen gehört natürlich die Frage, kann ich irgendwo vor Ort gut leben und fühle ich mich auch persönlich dort gut aufgehoben? Das hat auch was mit sozialen Kontakten zu tun, das hat was mit dem Umfeld zu tun, aber auch wo ich persönlich leben will. Auch das ist ja heute schon mehrfach erwähnt worden, es gibt eben Menschen, die bewusst sagen, ich möchte nicht in der Großstadt leben, ich möchte auf dem Lande leben und nehme da auch bewusst Dinge in Kauf, die ich nicht, also auf dem Lande eben nicht finde, im Gegensatz zur Großstadt. Aber es gibt eben dann Infrastrukturen, die vorgehalten werden müssen, weil sie unter den Stichworten Bildungsgerechtigkeit als Beispiel, was Schulen und Kitas angeht, schlichtweg dazugehören oder auch jetzt die Digitalisierung, die zwingend notwendig ist, damit Kommunen sich entwickeln können. Also es ist ein Zusammenspiel beider Faktoren, einmal der Infrastruktur, die ich brauche, aber auch des persönlichen Lebensgefühls. Wir haben bei Älteren, sprechen wir jetzt oft so von sorgenden Gemeinschaften, die wir vor Ort bilden wollen. Und ich glaube, wo ich das habe, fühlen sich Menschen auch aufgehoben und nehmen das ein oder andere in Kauf, was sie dann dort nicht vorfinden. Was kann das sein, lieber Herr Löffler, was Herr Lübken gerade gesagt hat? Diese, wie war das, sorgende Gemeinschaft? Ja, wir haben es im Bereich der älteren Menschen, worüber wir ja festgestellt haben, familiäre Zusammenhänge nehmen ab und es bilden sich dann neue Gemeinschaften, die auch sich um ältere Menschen in einer Kommune kümmern. Da ist mal der Begriff sorgende Gemeinschaften geprägt worden, den mögen nicht alle. Aber ich finde, das umschreibt eigentlich das ganz gut, was gemeint ist, dass man nämlich sich jetzt auch mal um seine Nachbarn kümmert, dass man eben sich nicht nur auf die staatlichen Leistungen verlässt, sondern einfach sagt, was können wir auch untereinander, füreinander tun. Und wie würden Sie es dann nennen, Herr Löffler, was Sachsen braucht oder was Sachsen fehlt? Denn wir haben ja auch an diesem Atlas gesehen, dass eben auch Sachsen eine abgehängte Region hat. Ja, vielen Dank erst mal für die Einladung. Hallo in die Runde. Ich freue mich, manche von Ihnen nach langer Zeit mal wiederzusehen. Ja, das sind ja verschiedene Fragen. Das eine, die sorgenden Gemeinschaften, das geht ja in so eine Richtung, die sehr stark auch aus Skandinavien kommt, die Koproduktion von Wohlfahrt, ein Miteinander der öffentlichen Hand, des Privatlebens, der Zivilgesellschaft. Vielleicht in Ergänzung zu Herrn Lübting auch so der Gedanke, dass Familien sich in unserer Zeit anders gestalten als früher. Man lebt nicht mehr in einem Dorf, in einer Stadt. Ich sehe das in meiner Familie, vier Stunden weg von Oma und Opa. Da müssen sich andere Konstellationen finden. Und ich glaube, da passiert auch sehr viel in Deutschland. Das ist auch eigentlich sehr schön. Ja, in Sachsen, also Sachsen ist ja immer sehr viel besser aufgestellt, als es manchmal so in der öffentlichen Wahrnehmung wirkt. Wir haben auch in Sachsen in allen Landesteilen, selbst denen, die etwas schwächer aufgestellt sind, sehr gute soziale Netzwerke. Wir haben eine unterschiedlich, aber durchaus vorhandene Zivilgesellschaft, die auch soziale Verantwortung übernimmt und mitgestalten will. Und wir haben halt natürlich nach der Wende eine enormes Bevölkerungsabwanderung gehabt, die man auch nicht ohne weiteres wieder auffangen kann. Dann haben wir halt in Ostsachsen eine sehr stark überalterte Gesellschaft, im Moment wachsen die Geburtenraten wieder an. Aber das wird natürlich Jahrzehnte dauern, bis das in irgendeiner Weise ausgeglichen werden kann, wenn es überhaupt hier ausgeglichen werden kann. Also ich glaube, das, was schon angediskutiert wird, dass die Kommunen da zukunftsorientiert planen müssen, dass man die Zivilgesellschaft mitnimmt, einbezieht, das sind Dinge, die hier auch in Sachsen verstärkt diskutiert werden. Im Osten ist man noch etwas stärker staatsorientiert. Da erwartet man, dass der Staat oder auch die kommunale Verwaltung erstmal alles regelt und wir brauchen noch mehr Aktivisten aus der Zivilgesellschaft, die sagen, wir gehen los, wir übernehmen Verantwortung, wir gestalten die Gesellschaft mit. Ja, das ist ja Ihr, also politische Bildung ist Ihr Thema, aber da eben dann vor allen Dingen das bürgerschaftliche Engagement und Sie werten gerade eine Studie aus zum Engagement in Sachsen. Ich glaube, die ist noch gar nicht veröffentlicht, aber sagen Sie uns trotzdem doch schon mal zwei, drei Ergebnisse. Ja, wir entwickeln eine, die in ungefähr vier, fünf Wochen an die Öffentlichkeit kommt, wo wir uns mal das Engagement anschauen. Wir haben zwei wissenschaftliche Konsortien sozusagen gewonnen, Zivilgesellschaft in Zahlen und die Universität Halle-Wittenberg. Ja, also was wissen wir? Wir haben ganz gut das Anwachsen des Engagements immer noch ein bisschen unterm Bundesdurchschnitt. Die Vereine hier sind kleiner, sie sind ländlicher ausgerichtet, sind zum Teil älter, sind zum Teil finanziell weniger gut ausgestattet als im Westen. Die Bürgerschaft klagt vor allem über Bürokratie, über mehr Bürokratieabbau. Es gibt einen Unterschied zwischen Stadt und Land, ob die Leute auch stärker politisch sich engagieren wollen oder ob sie sich da etwas mehr zurückhalten. Es gibt gerade was die Dienste angeht, Rotes Kreuz THB, ein sehr hohes Standing in der Gesellschaft. Das ist auch ein starker Kern von Zivilgesellschaft, der sich da bildet. Und die nächsten Jahre werden entscheiden, wie politisch die Zivilgesellschaft werden will. Okay, noch Ergänzung von Ihnen, Herr Lübking, ist das der Schlüssel sozusagen zum Glück, dass es vor allen Dingen in den abgehängten Regionen dann auf jeden Jahr ankommt? Das kann natürlich nicht die Lösung sein, sondern wir brauchen ja auch ganz bestimmte Infrastrukturen, die eben auch über den Staat sichergestellt werden müssen. Ich habe die Bildungseinrichtungen angesprochen, aber auch bei der Mobilität. Wobei auch da gibt es natürlich Möglichkeiten des Engagements, Stichwort Bürgerbusse, die es ja auch in vielen ländlichen Gebieten gibt, die ja auch zivilgesellschaftlich mitorganisiert sind. Das wird ein Mix sein, aber ich glaube, dass das auch wieder eine Art Rückbesinnung auf das ist, was kommunale Selbstverwaltung eigentlich ausmacht. Kommunale Selbstverwaltung heißt ja nichts anderes als Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger auch für die eigenen Interessen und nicht zu schauen, was kann alles nur der Staat leisten, sondern auch zu schauen, was können wir gemeinsam hinbekommen, was aber auch heißt, dass natürlich der Staat, in dem Fall die Kommune, auch Unterstützung geben muss, die Menschen nicht alleine lässt. Ich habe das Vergnügen gehabt, Co-Vorsitzender einer Arbeitsgruppe im Bereich der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse zu sein. Der Vorsitzende war von Schwanflüge, ich war sein Co-Vorsitzender in der AG Teilhabe. Da haben wir genau diese Dinge auch besprochen. Was braucht es eigentlich auch an Unterstützung der Ehrenamtlichen? Sie brauchen Verlässlichkeit, Sie brauchen auch manchmal finanzielle Unterstützung, Sie brauchen Entbürokratisierung, da kann ich Herrn Löffler nur zustimmen, das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist und wir haben ja vom Berlin-Institut diese nette Ausarbeitung gehabt von Hürden und Helden oder von Helden und Hürden, weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau dann hieß, wo noch mal aufgezeigt worden ist, wie wir es eigentlich Menschen erschweren, Dinge auch selbst in die Hand zu nehmen, weil wir eben rechtliche Regelungen haben, die über alles gelten. Das werden Standards gesetzt, die gelten für die Großstadt genauso wie für ein kleines ländliches Dorf, obwohl es dann nicht passt und damit behindern wir viel Engagement, weil die Menschen auch schlichtweg sagen, nee, also da lasse ich mich auch gar nicht drauf ein, weil wir sind da ein bisschen zu Haftungsfragen, die dann plötzlich eine Rolle spielen. Also da sollten wir uns, wenn wir schon richtigerweise sagen, dass wir keine gleichwertigen Lebensverhältnisse im Sinne von Gleichheit wollen und auch bekommen können, dann sollten wir aber auch schauen, dass unsere Regelungen auch genau solche flexiblen Und ich nehme an, ich kriege von Ihnen allen ein fettes Nicken zu dem, was wir heute Morgen gehört haben, mehr Macht, mehr Hoheit den Kommunen. Ein Nicken reicht mir. Moment, Frau Witte hat als erstes mit dem Kopf gewackelt, es sah fast wie Nein aus. Frau Witte. Also ich bin eine glühende Verfechterung der Dezentralisierung. Nehmen Sie euch das Mikro hoch. Ich bin eine glühende Verfechterung der Dezentralisierung, weil ich in der Tat glaube, vor Ort wissen die Menschen am besten, was zu tun ist. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass sie in die Lage versetzt werden, handeln zu können. Und da sind wir ganz schnell zum Beispiel beim Thema Kommunalfinanzen, zum Beispiel beim Thema digitaler Wandel. Und da möchte ich auch noch mal zurückkommen auf die These von Herrn Südekum. Die Menschen können ja wegziehen, wenn es ihnen zu Hause nicht gefällt. Also muss ja wohl alles stimmen, wenn man dort wohnen bleibt. Das war natürlich bewusst provozierend formuliert, aber an der Stelle sieht man, dass das natürlich, man muss das weiterdenken. Und ich glaube, da sind wir einfach viel zu verzagt im Setzen von Rahmenbedingungen. Wenn ich sehe, was jetzt in Seiten von Corona an Fördermitteln plötzlich in die Welt gegeben wird, das will ich gar nicht beurteilen. Aber wenn man sieht, wie wenig wir tatsächlich tun für gleichwertige Lebensverhältnisse als Staat. Also ich würde erwarten, beim Thema Kommunalfinanzen beispielsweise, dass man nicht, dass man so Abwärtsspiralen entgegenwirkt. Sie sprachen eben an, Herr Löffler, dass auch aus Sachsen Menschen abwandern, das war ja ein Problem. In ganz Ostdeutschland zum Teil wohnen in Kommunen doppelt so viele Männer wie Frauen inzwischen. Da sind die Potenzialträger abgewandert und da kommt es zu Abwärtsspiralen. Erst ziehen die gut qualifizierten Menschen weg, dann zieht die Wirtschaft weg, dann bricht die Gewerbesteuer zusammen, dann wird die Infrastruktur schlechter, dann ziehen die Leute weg. Und in diesen Spiralen, da muss natürlich der Staat eingreifen. Und es ist nicht Gott gegeben, dass Kommunalfinanzen abhängig vom Gewerbesteuer aufkommen. Das ist für die kommunale Selbstverwaltung gut, da wo es Gewerbesteuer gibt, aber es ist nicht Gott gegeben. Und es ist nicht Gott gegeben, dass wir es in Deutschland nicht hinkriegen, Glasfaser zu legen in einem der dicht besiedelsten Länder der Welt. Und das sind schon so Sachen bei aller Wertschätzung dezentraler Verantwortung und von Bürgergesellschaft, das sind staatliche Rahmenbedingungen, da muss sich was ändern. Und da reden wir und reden wir und es tut sich nichts. Und das finde ich schon ja, das muss anders werden. Ja, Kommunalfinanzen, also wirklich neu strukturieren und Herr Lübking, also ist das, warum reden und reden und reden Sie und es passiert nichts? Ich glaube, die Frage müssen andere oder können auch nur andere beantworten, weil letztendlich ist das eine politische Entscheidung, die ja getroffen werden muss. Es hat ja auch eine lange Diskussion gegeben darüber, ob jetzt im Rahmen des Finanzausgleichs und der kommunalen Unterstützung auch die Altschuldenproblematik mitgelöst wird, die wir ja in drei Bundesländern haben, also Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das ist dann politisch anders entschieden worden. Aber ich glaube nicht, dass sie vom Tisch ist. Und wir werden durch die Corona-Pandemie 2021, 2022 nochmal eine andere Diskussion über die Kommunalfinanzen bekommen, weil ja jetzt für 2020 zunächst erst mal ein Rettungsschirm aufgespannt worden ist für die Kommunen, aber nicht für 2021 und 2022. Aber da werden wir die wahren Auswirkungen, auch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie noch einmal zu spüren bekommen. Und deshalb glaube ich, dass diese Frage nicht gelöst ist. Und im Übrigen bin ich bei Frau Witte. Natürlich muss der Staat eben ganz bestimmte Rahmenbedingungen sicherstellen, weil ich auch nicht den Satz unterstreichen kann. Jeder ist seines Glück geschmied und kann sich aussuchen, wo er wohnt. Es gibt eben auch genug Menschen, gerade ältere Menschen, die es sich nicht aussuchen können, aber auch Kinder können es sich nicht aussuchen, wo sie groß werden. Und deshalb ist es eben gerade wichtig, ich hatte es angesprochen, was die Bildungsinfrastruktur angeht, auch die muss sichergestellt sein, überall, denn das ist ein Akt von Chancengerechtigkeit und da müssen Kinder überall gleich aufwachsen können, damit sie hinterher genau das machen können, was Herr Supergroup gesagt hat, nämlich ihr Leben dann selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, dann entscheide ich mich auch, wo ich dann auch vielleicht leben will. Ja, danke schön. Jetzt sehe ich Matthias von Schwanflügel ist bei uns. Können Sie uns hören? Wir können Sie nicht hören. Bitte, Mikro. Jetzt müsste es gehen. Ich habe eine Frage an Herrn Lübke. Sagen Sie, was macht die KDU wurden ja jetzt nochmal neu geregelt. Da sind Sie im Milliardenbereich und zwar 3,4 beziehungsweise 3,9 Milliarden Euro ab 2021. Ist das nichts oder wie? Natürlich ist das was, aber entlastet ja nicht die Gemeinden und nicht die Städte. Es entlastet die Landkreise und auf der anderen Seite haben wir auch nicht unerhebliche, auch zusätzliche Aufgaben jetzt wie übertragen bekommen. Ich sage nur Verzicht auf Unterhaltsleistungen und so weiter. Wir reden noch über den Ganztag von Schwanenbügel. Das hält sich auch oft die Balance, gerade was die Soziallast angeht. Wir finden das gut mit den 75 Prozent, ohne Zweifel. Es führt auch zu einer Entlastung einzelner Regionen, aber löst natürlich noch nicht die Altschuldenthematik. Das muss man schlichtweg sagen, weil das ja eine dauerhafte Geschichte ist. Aber es löst doch einen Teil der Altschuldenproblematik. Und es ist doch eine dauerhafte Finanzierung. Das Grundgesetz wird geändert. Das wird Bundesauftragsverwaltung, wenn es bei 75 Prozent ist. Und das ist doch eine dauerhafte Entlastung des kommunalen Bereichs. Und die Kohle geht an die Länder. Und wie die Länder das nachher verteilen, ist deren Sache. Gut, die Länder haben oft klebrige Finger. Und da bleibt das eine oder andere dann hängen. Aber das finde ich schon, dass man das auch irgendwie in diesem Kontext auch erwähnen muss. Und die Kommunen sind ja nicht nur die kreiseingehörigen Gemeinden, für die sie stehen, sondern das sind auch die kreisfreien vom Deutschen Städtetach und es sind auch die Landkreise. Das heißt, insgesamt ist das eine erhebliche Unterstützung der Kommunen. Aber Kosten der Unterkunft zu finanzieren entlastet ja die Kommunen, wo im Prinzip das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, KDU fallen ja überhaupt nur da an, wo die Sozialstruktur schon schwierig ist. Und die Frage war ja gerade, wie kann man gleichwertige Lebensverhältnisse herbeiführen? Und da wäre im Idealfall gäbe es dann KDU nicht nur in einigen Kommunen, was gar nichts daran ändern soll, dass es natürlich super ist, wenn der Bund das übernimmt. Aber ich glaube, es löst nicht das Problem der sozialen Ungleichheit, sondern es federt die finanziellen Konsequenzen ab. Ja, gut, das eine bedingt aber das andere. Sorry, also die Kommunen, um die es geht, jetzt bei der Altschuldenproblematik, das sind zum einen die Kommunen in den ostdeutschen Ländern, es sind aber auch viele in Nordrhein-Westfalen. Ich habe selber mit den Vertretern gesprochen. und die werden natürlich entlastet und die werden entlastet, die der Bund da übernimmt. Also mein Punkt ist nur, das Lüstige ist das Problem. Das sehe ich auch, aber es ist ein Teil, es ist ein Baustein bei der Frage, wie können wir die Kommunen unterstützen bei der Altschuldenproblematik. Und meine Anregung ist einfach nur, dass wenn wir gleich darüber diskutieren, dass das nicht vergessen wird. Wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, es löst sich alle Probleme und das verstehe, ich verstehe den Punkt von Herrn Lübken, aber es löst einen Teil der Probleme. Okay, danke. Und Herr von Schwanflügel, nicht schlecht, Sie sind ein paar Minuten zu spät, aber Sie springen gleich rein wie ein 150, nee, sowas gibt es nicht, 350 PS Ferrari. Also vielen herzlichen Dank. Herr Löffler, löst das nicht so mein Stil. Herr Löffler, löst das nicht mein Stil. ist das zumindest ein Teil der Probleme oder ist das eigentlich, dass Sie denken, oh Mann, jetzt streiten die wieder über Geld? Meinen Sie mich jetzt? Nee, Herr Löffler. Achso, entschuldige. Kein Problem. Na ja, Geld ist ja nicht ganz unwichtig. Also insofern ist das schon notwendig, über Geld zu streiten, weil was ich manchmal ein bisschen beobachte, können Sie mich verstehen? Geht das? Ja, das letzte Mal wackelig. Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, auch jetzt bei dem Thema, mit dem wir angefangen haben, Zivilgesellschaft oder auch meinen Bereich, politische Bildung, natürlich auch Jugendhilfe, Kinderbetreuung. Ich finde das, was wir mal vor ein paar Jahren bei der Föderalismusreform vor Augen hatten, dass wir die Verantwortlichkeiten besser abschichten. Also ich finde, das geht im Moment wieder etwas durcheinander und da hat jeder so seine Begehrlichkeiten auf allen Ebenen unseres Systems und der große Wurf, wie man die Finanzen reformiert zugunsten der Kommunen, der ist bisher noch nicht gelungen. Das wird immer sehr themenspezifisch, projekthaft gemacht. Ich weiß nicht, ob das so richtig weiterhilft. Und natürlich haben die Länder klebrige Finger, wenn es ums Geld geht, das ist völlig klar und die Kommunen auch, aber den Kommunen wird am Ende natürlich auch immer eine bestimmte Verantwortung zugeschustert. Also fragen sie auch, wie sie das bezahlen können. Also insofern, Politik ist eine Debatte um Einfluss, um Kompetenz und am Ende auch um Geld. Insofern muss man die Debatten auch führen. Das ist völlig richtig. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Okay. Kurze Anmerkung noch von Frau Wittow. Nehmen Sie das Mikro hoch, bitte. Ich würde gerne mal auf einen Bereich zu sprechen kommen, weil ich in der Tat glaube, es ist nicht nur das Geld. Nochmal das Thema Breitbandausbau, Digitalisierung. Da ist es so, dass alle finden, das muss unbedingt passieren. Es gibt Unmengen an Fördermitteln auf Bundesebene, auf Landesebenen, die miteinander nicht koordiniert sind. Faktisch sind nicht mal zehn Prozent davon abgerufen, weil es bürokratische Hürden gibt, weil es Aufgreifschwellen gibt, die irgendwie aus dem letzten Jahrtausend sind. Das heißt, Geld ist gut und schön, aber letztlich muss das Kabel in die Erde. Und da ist es nicht das fehlende Geld, sondern da ist es in der Tat der bürokratische Aufwand, der ordnungspolitische Rahmen, der verhindert, dass was passiert. Und ich glaube, für mich ist das eins der wichtigsten Themen, wenn wir in die Zukunft schauen, dass die ländlichen Gebiete, wo es schon keine Eisenbahn mehr gibt, wenigstens ein Glasfasernetz haben, damit der IT-Arbeiter, von dem heute Morgen die Rede war, der gerne dann eine Stunde nach Berlin fährt, damit er seinen Arbeitsplatz auch in der Uckermark haben kann und nicht nur seinen Wohnort. Ja, das geht ja in die Richtung, da haben wir natürlich heute Morgen von Herrn Kerber vom Heimatministerium gehört, wir machen doch, aber da fehlt uns jetzt natürlich auch jemand aus dem Verkehrsministerium, denn das hören wir immer wieder, warum sind die Hürden so hoch, warum ist das alles so schwierig? Herr Sauer, Sie sind immer noch bei uns und wir reden über Geld und wir reden über Infrastruktur, über Softpower haben wir jetzt gar nicht geredet. Gehen Sie jetzt gleich weg? Wir brauchen Ihr Mikro. So, jetzt bin ich akustisch da, hoffentlich. Verstehen Sie mich? Ja. Können Sie mich hören? Ja. Sehr gut. Ja, jetzt muss ich sagen, ich höre zwar aufmerksam zu, aber ich gehe auf der anderen Seite. Ich bin ja kein Politiker. Ab und zu bin ich Teil von politischen Diskussionen und was mir da auffällt, ist, dass das so eine Art schwarze Peter-Spiegel ist. Ich habe ja auch schon gesagt, wir brauchen Diskussion, wir brauchen einen Dialog, aber irgendwo brauchen wir jemanden, der entscheidet. Und das ist jetzt meine Frage. Wer sind eigentlich die Entscheider, die nicht nur wissen, aha, wir bräuchten Internet, sondern die sagen, aha, wir machen Internet. Warum ist das so kompliziert? Warum ist das so kompliziert? Wer macht? Na, ich bin Unternehmer, ich bin Macher. Also, wir müssen Entscheidungen getroffen werden, die sind nicht immer okay, aber letztendlich lernen wir auch daraus und gerade in dieser Corona-Zeit lernen wir ja, das hat Frau Witte ja schon angesprochen, auf einmal gehen da so ein paar Dinge. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie das Wort jetzt war, so ein Kraftausdruck, dass wir jetzt einmal Geld raushauen und siehe da, es funktioniert. Es war eine Bazooka. Fehlt die Bazooka? Bazooka, danke. Bitte. Ja, ich finde das Wording ganz gut. Also, na, genau. Gucken Sie mal, dass wir das Mikro wieder anmachen. Bitte. Entschuldigung. Genau. Ich habe Ihre Fragen nicht verstanden. Fehlt die Bazooka, wenn wir jetzt darüber reden, zum Beispiel, was Frau Witte noch mal angesprochen hat, wo bleibt denn jetzt das Breitband? Ja, also, Gott, wir haben in der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse, da haben wir darüber, also wurde intensiv darüber gesprochen. Das Verkehrsministerium und Infrastrukturministerium war dabei. Wir haben im Nachgang, also häufig, auch ich persönlich, aber auch meine Ministerin, wir haben den Punkt angesprochen, also was die Versorgung anbelangt, zum Beispiel jetzt im achten Altersbericht, der morgen am Deutschen Bundestag in erster Lesung erörtert wird, da wird darauf hingewiesen und wird meine Ministerin auch darauf hinweisen, dass die Digitalisierung und die digitale Versorgung ein Teil der Daseinsversorgung ist mittlerweile. also wenn Mann und Frau eben keinen Anschluss hat oder einfach nicht ins Netz kommt, dann können sie zum Teil nicht teilhaben am Leben der Gemeinde oder eben auch, sie können sich teilhaben, um sich um Arzt oder um, was weiß ich, um eine Taxi zu kümmern, gerade wenn sie auf dem Plattenland irgendwo wohnen. Das heißt, die Digitalisierung ist Teil der Daseinsversorgung und diese Daseinsversorgung muss gewährleistet werden und ja, also ich kann nur sagen, wir haben häufig mit dem BMVI darüber gesprochen. Also ich höre schon, die Priorität ist erkannt, Herr Sauer, ich habe noch keine Antwort, aber Herr Löffler hat sich gemeldet. Ich glaube, die Bazooka ist nicht das Problem. Beispielsweise in Sachsen hat das Kultusministerium als erstes Ministerium bundesweit eine Förderrichtlinie für die Digitalisierung der Schulen herausgegeben. Das Problem ist eigentlich nicht im Moment das Geld. Das haben wir, glaube ich, sowieso auf fast allen Themen reichlich. Wir haben hier nicht genug Fachkräfte, die am Ende buddeln und anschließen. Und selbst wenn wir das haben, ist häufig die Digitalisierung der Schulen beispielsweise sehr technisch gedacht. Wir brauchen dann wieder den nächsten Schritt, entsprechende Bildungskonzepte, wie wir mit Digitalisierung umgehen. Das sind ja in erster Linie erst mal nur Techniken. Wir haben ja Landkreise, die haben die Kabel mittlerweile zweimal verlegt. Einmal haben das die Kreise selbst in die Hand genommen und danach kam die Telekom und hat das gemacht. Also ich glaube nicht, dass die Bazooka das Problem ist. Es ist manchmal vielleicht ein Tempo der Umsetzung und wir haben auch eigentlich klare Entscheidungswege, wer in den Kommunen Entscheidungen trifft oder wer in der Zivilgesellschaft Entscheidungen trifft. Wenn es Probleme gibt, muss man sich anschauen, wo liegen die genau? Das wird von Kreis zu Kreis und von Bundesland zu Bundesland durchaus unterschiedlich sein. Wir haben vielleicht manchmal ein Problem des Tempos und der Bürokratisierung. Da sind wir halt nicht China und das wollen wir auch nicht sein und darum ist manches bei uns ein bisschen umständlich. Aber ich glaube eigentlich, dass wir bei der Digitalisierung jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren entscheidend vorankommen, auch durch Corona, weil wir merken, es geht gar nicht anders. Die Gelder müssen an der richtigen Stelle schnell eingesetzt werden. Es ist aber nicht so, dass wir einen Mangel an Geldern haben, wie wir bei der Digitalisierung vorankommen. Okay, danke schön für den Beitrag. Herr Lübcke, noch eine Ergänzung? Ja, in der Tat. Das ist generell das Problem, was wir im Augenblick bei den vielen Förderprogrammen, für die wir ja dankbar sind, haben, dass wir in der Tat und das hört sich merkwürdig an, zum Teil ein Problem des Ausgebens haben. Auf der einen Seite brauchen Sie ja auch die Planungskapazitäten in den Kommunen. Die sind auch nur noch eingeschränkt vorhanden dann und dann gehen die ganzen Ausschreibungsverfahren und Vergabeverfahren los, die ja auch sehr aufwendig sind und das erschwert viele Prozesse und verzögert dann auch die Prozesse und beim Breitbandausbau haben wir eben unterschiedlichste Akteure. Es sind ja auch ein paar Anbieter gerade genannt worden oder eine angenannt worden und da ist das Zusammenspiel mit den Kommunen auch nicht ganz so einfach, was ja auch dazu geführt hat, dass einzelne Kommunen und das ist auch die Frage von Herr Sauer, was macht dann die Politik oder was machen dann diejenigen, die Entscheidungen treffen können, dass Kommunen hingegangen sind, Zweckverbände gegründet haben und dann den ganzen Ausbau alleine gemacht haben, um den Prozess zu beschleunigen, weil sie schlichtweg gesagt haben, wir müssen jetzt hier was tun, weil sonst kommen wir nicht weiter und dann machen wir das halt selber und verlassen uns nicht auf diese Systeme. Und dann kann es nämlich zu diesem Doppelausbau kommen, weil es dann durchaus Telekommunikationsanbieter gab, die dann gesagt haben, wunderbar, wenn sie das gemacht haben, dann springen wir jetzt mit auf das Pferd. Also das ist gerade, was die Digitalisierung angeht, muss man schon sagen, ist das kein vorbildliches Verfahren, wie man eigentlich effizient und effektiv und auf Tempo ein wichtiges Thema in Deutschland flächendeckend ausrollen kann. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt über das ganze Thema Verkehrsinfrastruktur sprechen, dass das etwas besser klappt. Okay, na dann... Ich möchte einen Satz nachschieben, weil wir ja eigentlich über gleichwertige Lebensverhältnisse sprechen. Das Thema Digitalisierung ist eins, wo Deutschland im OECD-Vergleich weit, weit abgeschlagen ist. Also da reden wir gar nicht darüber, geht Sachsen besser als München oder so, sondern ganz Deutschland ist weit abgeschlagen im OECD-Vergleich. Und übrigens auch kein Problem nur zwischen von ländlichen Räumen. Also selbst in großstädtischen Bereichen gibt es einzelne Bezirke, die eben genau die gleichen Probleme haben, wie manche ländliche Räume. Also selbst in Berlin, je nachdem, wo Sie in Berlin wohnen, verfügen Sie über sehr gute digitale Angebote. Und bei dem anderen möchte ich, wenn ich jetzt über Telemedizin rede, möchte ich mich nicht auf telemedizinische Anwendungen verlassen, weil ich genau weiß, das Internet funktioniert nicht. Ja, danke schön. Also Infrastruktur haben wir, ist jetzt, denke ich mal, vollkommen klar, ist ja eigentlich schon über den ganzen Tag hinweg klar geworden, Infrastruktur ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Angleichung der Lebensverhältnisse. Aber Herr Lübkin, wenn Sie jetzt schon gesagt haben, wir wollen noch mal hoffen, dass wir es bei der Verkehrsinfrastruktur besser machen. Ich hatte ja schon gesagt, ich komme aus Berlin und Brandenburg und es gibt zum Beispiel beim ESPA-Netz in Berlin ist, glaube ich, noch nicht allen klar, dass die Mauer weg ist. Und deswegen meine Frage, glauben Sie das im Ernst, dass das bei der Verkehrsinfrastruktur besser wird? Prinzip Hoffnung. Ich will es mal so formulieren. Ich zweifle manchmal auch daran, vor allen Dingen, wenn ich, und das müssen wir uns in Deutschland ehrlicherweise auch mal überlegen, wenn wir an die Planungszeiträume denken. Also wenn ich jetzt in Berlin verfolge, dass vielleicht mal eine neue S-Bahn-Strecke gebaut wird. Und von der Entscheidung, von der politischen Entscheidung bis zum Beginn der Maßnahme und dann höre ich plötzlich, naja, in Betriebnahme 2026, 2027. Da sage ich, das sind Zeiträume, wo man wirklich überlegen muss, woran hat es? Müssen wir nicht tatsächlich auch unsere Planungsverfahren beschleunigen? Ansonsten, manchmal beginnt der Bau, das haben wir ja auch bei Stuttgart 21 gesehen, es beginnt die Maßnahme, dann wissen die Leute, die sie mal beschlossen haben, gar nicht mehr, dass sie das mal beschlossen hatten. Also da hakt es natürlich auch, ohne jetzt irgendwelche Rechte abschneiden zu wollen. Oft wird ja dann gesagt, mit der Planungsbeschleunigung sollen dann Beteiligungsrechte abgewirkt werden und so weiter. Darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich einfach darum, dass wir gerade bei diesen Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland schlichtweg schneller werden müssen, und klar, das ist auch in unserem Rechtssystem etwas schwieriger als vielleicht in anderen, aber ich meine wirklich, dass es möglich sein muss. Ist das für Sie ein Beispiel, Herr von Schwanflügel, ich hoffe, Sie können mich weiterhin hören, ist das für Sie ein Beispiel, Herr von Schwanflügel, dass, wie wir jetzt gehört haben, ja schon von mehreren, dass in der Corona-Zeit ja plötzlich viele Sachen sehr schnell möglich waren, ist das ein Beispiel, wo Sie praktisch in allen Ministerien mal alles durchforsten, wo wir schneller werden können? Ja, glaube ich schon. Also ich meine, dass wir hier diese Art, diese Art der, der Veranstaltung heute hier haben, funktioniert ja irgendwie ganz gut. Ich kann Sie alle sehen, freue mich, Ton ist auch gut. Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen uns auch so gut, wie wir uns selber sehen. und das ist ein Zeichen, also dass wir, das geht ja irgendwie und auch als wir, wir haben ja jetzt hier wieder einen Shutdown und die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden gebeten, so weit das eben geht, eben von zu Hause aus zu arbeiten. In den ersten Tagen, jetzt im März war es, war das nicht ganz so einfach. Also da musste es mit den VPNs und so, musste alles verbessert werden und einfach nachgesteuert werden. Aber jetzt geht es und wir gewöhnen uns dran und es geht auch schneller. Wir haben im März, April, haben wir Gesetze übers Wochenende gemacht. Also jetzt diese ganzen Corona-Hilfsprogramme, ob es das Sodec war, ob es die Akuthilfe war, das ging alles übers Wochenende, über 600 Kilometer. So, das funktionierte. Das heißt, ich will damit sagen, dass die Bundesverwaltung, glaube ich, innerhalb dieses halben Jahres unheimlich gelernt hat. Aber auch, wenn ich mir angucke, wie die stationären Pflegeeinrichtungen sich jetzt aufgestellt haben, also mit ihrer Technik, soweit sie das eben haben. Da hat sich vieles verbessert innerhalb von kürzester Zeit. Und das finde ich gut. Und das ist eine Chance. Das ist eine Chance für uns alle, für die Zukunft, für die Nach-Corona-Zeit, eben uns dann das ein oder andere eben neu zu überdenken und das ein oder andere eben auch neu zu machen und im Interesse der Menschen, und um die geht es, im Interesse der Menschen, das ein oder andere eben auch schneller zu machen und effizienter zu machen. Ja, das klingt doch gut. Jetzt will ich Sie aber mal alle was fragen, weil wir das heute Morgen schon gehört haben von Herrn Koll, morgen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, das ist wie ein Pudding an die Wand nageln. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das denn überhaupt möglich? Ich habe eine Gegenfrage. Muss das denn überhaupt sein? Oder was ist gleichwertig? Was heißt das? Ich habe ja in meinem Vortrag vorhin über Werte gesprochen und wir wissen, Menschen haben unterschiedliche Werte. Es sollte eine Kombination sein aus individuellen Bedürfnissen, die in irgendeiner Form erfüllt werden können, also in Form von individueller Autonomie auch, die dann das Gefühl automatisch herstellt, dass man teilhaben kann an etwas anderem und darüber kann man uns dann unterhalten, was ist das, was uns gemeinsam verbindet. Und wenn diese Grundlage geklärt ist, dann können wir uns über Lebensverhältnisse und auch über gleichwertige Lebensverhältnisse unterhalten. Okay, danke, Herr Sauer. Was sagen die anderen? Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, wie ich ihr Schweigen deuten soll. Ist das überhaupt möglich? Gleichwertige Lebensverhältnisse? Ich weiß nicht, über einen langen Zeitraum, vielleicht in 100 Jahren, überall in Deutschland, egal wo du bist, ob von Flensburg bis Passau. Also ich glaube das nicht. Ich finde das ganz gut mit dem Pudding und der Wand. Es ist aber natürlich als Leitmotiv eines Staates, der Fairness und Gerechtigkeit gegenüber allen walten lassen will, als Zielvorstellung wichtig. Ob das für die praktische Politik heutzutage wirklich noch sehr hilfreich ist, darüber müssten wir wirklich reden. Es kann ja auch sein, dass es sehr viel wichtiger ist, dass man differenzierte politische Maßnahmen ergreift, um die unterschiedlichen Landesteile in ihrer Unterschiedlichkeit auch angemessen zu fördern. Aber natürlich, wir brauchen eine Grundversorgung. Das war ja nun bei allen Vorrednern, der Daseinsvorsorge, der Gesundheit, der Schulen, der Bildung. Das ist ja wichtig. Und wie man dann im Einzelfall vorgeht, sind die Bundesländer und sind da die Teilregionen in Bundesländern hoch unterschiedlich. Es ist ja Gott sei Dank auch nicht gleiche Lebensvereine, sondern gleichwertig. Es ist ein unklarer Begriff, der eine gewisse metaphorische Vielfalt entfaltet, der, glaube ich, aber für die praktische Ausgestaltung nicht immer hilfreich ist, sondern mehr als das große Leitmotiv, dass wir allen Menschen Chancen, Anteile geben wollen. Ja, danke schön, Herr Löffler. Und das passt auch ganz gut zu einer Frage, die hier gerade, ich habe Sie gesehen, Frau Witte, gleich. Das passt auch ganz gut zu einer Frage, die hier reingekommen ist. Das hatte ich ja zwischendurch gar nicht gesagt. Sie können auch weiterhin im YouTube-Chat, bitte melden Sie sich, wenn Sie eine Frage haben, eine Anmerkung und genauso auch über die E-Mail-Adresse der Deutschen Gesellschaft, also gl, also Gustav Ludwig at deutsche-gesellschaft-ev.de. Und die Frage, die jetzt hier über den Chat reingekommen ist, gleichwertige Lebensverhältnisse, so wie Herr Löffler es gerade gesagt hat, so wie Herr Sauer es gerade gesagt hat, wird das denn, was ist denn gleichwertig? Was wollen alle? Frau Witte. Ich glaube, das ist ja auch ein Begriff, der sich im Grundgesetz, in den Artikeln 72 fortfolgendem, wiederfindet. Und da wird eben ganz bewusst von Gleichwertigkeit gesprochen und nicht von gleichen Lebensverhältnissen. Und bei der Gleichwertigkeit, da wird darauf Rücksicht genommen, dass das natürlich ein Unterschied ist, per se, ob ich auf dem Land lebe oder eben ob ich in der Stadt lebe und es ist auch ein Unterschied, ob ich eben an der Küste lebe oder ob ich in den Bergen lebe. Und natürlich sind die Regionen unterschiedlich und das macht den Charme eben auch in Deutschland aus und von unterschiedlichen Regionen. Aber bei der Frage der Gleichwertigkeit, da ist, glaube ich, spielen für mich gerade bestimmte Angebote rein, die es überall geben sollte. Das ist vor allem die Frage der Bildung, dass die eben nicht gleich ist, aber eben zumindest gleichwertig ist in ihren Ergebnissen und auch in ihrem Verfahren. Und das spielt für mich eben auch rein, die Frage der Daseinsvorsorge, dass es eben überall in Deutschland eben einen Anschluss ans Internet geben sollte. Aber gleichzeitig wird bei der Frage der Gleichwertigkeit eben auch berücksichtigt, dass die Regionen in Deutschland eben auch unterschiedlich sind. Sonst würde es im Grundgesetz heißen müssen, gleiche Lebensverhältnisse. Und das heißt es nicht. Und da hat sich der Verfassungsgesetzgeber eben genau das überlegt. Ja, hat uns jetzt Herr von Schwanflügel noch mal ganz genau definiert. Frau Witte, was sagen Sie? Ich teile die Einschätzung, dass man es nicht genau definieren kann. Richtig ist, es gibt keine gleichen Lebensverhältnisse. Das ist, glaube ich, ganz klar. Gleichwertigkeit ist interpretationsbedürftig. Aber in der Tat wichtig ist, dass dieser Anspruch im Gesetz steht. Und die Frage ist, was sollte man denn sonst da reinschreiben? Für mich ist die interessante Frage, hören wir auf, danach zu streben, möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen? Schwierig wird es für mich dann, wenn die Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass wir es nicht bis hinters Komma definieren können, die Schlussfolgerung gezogen wird, dann brauchen wir es gar nicht erst zu versuchen. Richtig ist, dass man natürlich in Sachsen-Anhalt anders lebt als in München. Aber die Leute müssen, denke ich, in allen Regionen Deutschlands die Chance haben, ihr Leben zu verwirklichen. Schwierig wird es für mich dann, wenn man gezwungen ist, obwohl man Heimat als Heimat empfindet, wegzuziehen, weil man keine Bildungschancen hat, keine Arbeitsmarktschancen hat. Das ist für mich Gleichwertigkeit, dass man vor Ort in der Lage ist, sein Leben so zu leben, wie man das möchte. Das heißt nicht unbedingt, man muss eine U-Bahn vor der Haustür haben, aber das heißt, man muss in der Lage sein, seine Kinder eine gute Bildung angedeihen zu lassen. Man muss in der Lage sein, ein Einkommen zu erzielen. Und das kann der Staat unterstützen durch Infrastruktur, die dazu führt, dass solche Grundbedürfnisse erfüllt sind. Was nicht erfüllt ist, ist, dass man eine Dresdner Oper in der Uckermark hat. Aber da muss ich dann auch sagen, gut, wer Oper hören will, der muss nach Dresden ziehen. Ja, also es ist schon mehr als Daseinsvorsorge, sagt Frau Witte. Herr Lübking, Sie haben jetzt noch gar nichts dazu gesagt, zu dieser großen Frage, sind denn gleichwertige Lebensverhältnisse überhaupt irgendwann denkbar in Deutschland? Wenn das so einfach wäre, hätte es jetzt auch nicht der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse bedurft, die ja getagt hat und sehr intensiv getagt hat. Nein, aber ich würde mich der Bewertung von Frau Witte anschließen wollen. Es geht nicht um Gleichheit. Die werden wir auch nicht haben. Die wollen wir auch, glaube ich, gar nicht haben, weil Deutschland eben auch gerade von seiner Vielfalt lebt. Aber es gibt eben ganz bestimmte, wie er von Schwanenschlüge gesagt hat, notwendige Angebote der Daseinsvorsorge. Da müssen sich die Menschen drauf verlassen können, dass sie eine ärztliche Versorgung bekommen, dass die Bildungsgerechtigkeit gewahrt ist, dass auch Mobilität gewahrt ist in dem Land, unabhängig davon, ob ich mit dem Auto durch die Gegend fahren kann oder nicht. Aber darüber hinaus wird es Vielfalt geben. Und ich glaube, dass es auch gut ist, dass ich auch die Möglichkeit habe zu sagen, ja, ich möchte eben nicht in München wohnen. Ich möchte nicht in der Großstadt wohnen, weil ich da ganz bestimmte Dinge in Kauf nehmen muss, wie Lärm, wie weniger Bewegungsmöglichkeiten, Klimafragen, die da eine Rolle spielen. Und das sind dann eben Kompensationen. Wenn ich weiß, ich gehe in den ländlichen Raum, habe ich da andere Gegebenheiten, mit denen ich lebe. Aber das ist eine Kompensation dafür, dass ich eben ganz bestimmten Dingen nicht ausgesetzt bin. Und solange ich das entscheiden kann, weil ich eben weiß, auf diese notwendige Daseinsvorsorge, da kann ich mich verlassen, die wird sichergestellt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn man ins Detail schaut, wird es natürlich wieder ein bisschen komplizierter. Also mal ein Beispiel. In fast allen Bundesländern werden Berufsschulen zu Berufsschulzentren mit einer bestimmten Spezialisierung zusammengefasst. Technische Berufe, kaufmännische und so weiter. Wenn Sie in Vorpommern sind, dann fahren die Kinder mal schnell 50 Kilometer, um zu so einem Berufsschulzentrum zu kommen. Damit haben Sie die Bildungschance gewahrt. Aber das fordert von den jungen Menschen sehr viel, vor allem sehr viel Zeit. Und Sie müssen einen sehr gut getakteten ÖPNV haben, dass das alles klappt. Oder Sie müssen Internatslösungen finden. So, das ist nicht ganz harmlos. Das Gleiche ist in den östlichen Bundesländern haben wir mittlerweile Kreise, die sind so groß wie Saarland. Das, was Sie, Herr Lübking, vorhin gesagt haben, kommunale Selbstverwaltung, die lebt von engagierten Menschen. Die sind dann für den Kreistag einen halben Tag unterwegs. Weil das Irrwege sind. Das Gleiche ist, wenn Sie die Gerichte abbauen. Also wir brauchen diese öffentliche Daseinsvorsorge. Wir brauchen die öffentlichen Strukturen, haben wir alle gesagt. Aber in den Gebieten, oder auch in Nordhessen, oder im Bayerischen Wald, wo die Demografie sich jetzt nicht vorteilhaft entwickelt hat, werden natürlich auch die öffentlichen Infrastrukturen ausgedünzt. Sie sind vorhanden, aber sie fordern vom Einzelnen einen sehr viel höheren Aufwand, um an bestimmte Punkte zu gelangen. Meine nordhessische Heimat hatte früher jede Kleinstadt ein Krankenhaus. Das gibt es nicht mehr. Die Versorgung ist da. Für die alten Menschen ist das psychologisch aber eine große Belastung, dass man das Gefühl hat, der Notdienst ist nicht mehr um die Ecke, sondern ich muss 20 Kilometer fahren. So kann man diskutieren. War in den 70er Jahren die Kommunalpolitik zu großzügig? Die musste jeder Landrat sich selbst verwirklichen mit noch einem tollen Projekt und so weiter und so fort. Ist die Schrumpfung okay, die wir jetzt haben, dass wir dann medizinische Schwerpunktzentren schaffen? Oder ist das doch auch ein Verlust von Lebensqualität, auch im Sinne von gleichwertigen Lebensverhältnissen? Und da kommen wir in manchen Regionen durchaus in Stadt-Land-Gefälle, was nicht so krass ist, wie beispielsweise in Polen, wo ja immer von Polen A und Polen B geredet wird und wo die Unterschiede sehr viel größer sind. Aber wir merken, es verändert sich was. Und das ist nicht ganz trivial und das müssen wir auch weiter beobachten. Oder wir müssen die Differenzierung ganz anders gestalten und da auch vor allem ehrlich miteinander umgehen. Was ist denn das für ein Jahr? Ich habe gesehen, Herr Lübken, Sie haben statt Landgefälle gesagt, ist das der Hauptpunkt, was sich bei uns gesellschaftlich verändert? Oder ist es, weil das haben wir ja heute auch schon mehrfach diskutiert, ist es mehr Nord-Süd oder ist es doch immer noch Ost-West? Herr Lübken. Also es gibt natürlich mehr Gebiete jetzt auch in den ostdeutschen Bundesländern, die betroffen sind. Aber generell ist es kein Ost-West-Problem. Und selbst wenn ich in einzelne Bundesländer reinschaue, ich nehme jetzt einfach mal Niedersachsen, dann habe ich schon den erwähnten Kreis Vechta. Ich habe das Emsland auf der einen Seite, aber ich habe Lüchow-Dannenberg und habe den westlichen Teil des Harzes. Und da werden auch die Differenzen sehr, sehr deutlich. Und das eine ist, was Herr Löffler gesagt hat, ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich ehrlicher werden, auch in der Frage. Es gibt ja auch andere europäische Gebiete oder Länder mit ländlichen Räumen, wo man eben genau diese Frage, Internatlösung zum Beispiel bei Berufsschulen, geklärt hat. Da hat man eben gesagt, wir müssen eine Internatslösung nehmen, weil die Fahrwege zu lang sind. Und das sehe ich bei Berufsschulen auch noch mal anders als bei Grundschulen. Wenn ich gerade Sachsen sehe, auch die Rechtsprechung, was sie sagt bei Grundschulen, was an Fahrwegen erlaubt ist. Also das finde ich schon relativ unzumutbar für Kinder im Grundschulalter. Und deshalb glaube ich, muss man bei Grundschulen dann noch mal anders über die Ortsnähe nachdenken, wie das bei Berufsschulen der Fall ist, wo man dann eben auch eher Internatslösungen, wo die auch eher zumutbar sind. Und auch bei der Frage der ärztlichen Versorgung. Wir haben es in Dänemark gesehen, die ja auch Krankenhäuser durchaus bewusst abgebaut haben. Ich würde nicht den dänischen Weg gehen wollen. Aber wo man auch dann durch andere Systeme eben trotzdem die medizinische Versorgung mit einem hohen Qualitätsstandard sichergestellt hat. Aber man muss den Menschen natürlich dann die Ängste nehmen und muss sagen, wenn ein Kreiskrankenhaus jetzt geschlossen wird, heißt das noch lange nicht, dass die medizinische Versorgung nicht mehr sichergestellt ist. Wenn man nämlich dann mal die Bürger ernsthaft fragt, wenn du wirklich erkrankt bist, würdest du in das Krankenhaus gehen? Dann sagen viele nämlich auch, nee, ich glaube nicht, dass ich gerade in das Krankenhaus gehen möchte, weil ich nicht so sicher bin, wie die Qualität dort ist. Also es ist eine ganz spannende und schwierige Diskussion, Herr Löffler, wo wir aber viel mehr Ehrlichkeit brauchen und auch schauen müssen, was sind denn die alternativen Lösungen? Und wenn ich ein gutes Rettungssystem habe, wenn ich vielleicht tatsächlich auch mehr in Rettungsfahrzeuge, gute Rettungsfahrzeuge, Rettungshubschrauber investiere, dann kann ich natürlich auch etwas kompensieren. Und die Menschen haben trotzdem das Gefühl, wenn mir etwas passiert, kann mir auch gut geholfen werden. Aber die Diskussion wird oft nicht geführt oder halt falsch geführt. Und eins, das möchte ich allerdings noch mal betonen, was Herr Löffler gesagt hat, weil ich das für wichtig halte. Was ist mit dem Abbau von Infrastruktur im Sinne von kommunaler Selbstverwaltung, wenn es um Gebietszusammenlegungen, wenn es um Kreisgebietsreformen oder Gemeindereformen geht? Hier erleben wir in der Tat, wenn es da zu großen Reformen kommt, in Sachsen-Anhalt haben wir es gesehen, mit den Einheitsgemeinden, die riesengroß wurden. Es hat dann einen Verlust an bürgerschaftlichem Engagement und ein Interesse der Menschen auch an Kommunalpolitik gegeben. Weil vieles dann sehr weit von ihnen entfernt war und sie gesagt haben, wir identifizieren uns gar nicht mehr mit diesem neuen großen Gebilde. Und Ähnliches sehe ich in Mecklenburg-Vorpommern bei der Kreisgebietsreform mit diesen Riesenkreisen, die ja mittlerweile Radius haben, wie das Saarland. Und das ist, glaube ich, nicht politisch jedenfalls nicht klug. Ja, das ist interessant, was Sie sagen, denn in Brandenburg weiß ich es und in Thüringen bin ich der Meinung auch, mussten die Landesregierungen jeweils die Kreisgebietsreformen zurückziehen. Aber wieso passiert denn das, frage ich Sie, im Jahre 2020, dass die Leute dann meinen, die Gemeinde ist so weit weg. Es gibt Bürgerbusse. In irgendeiner Gemeinde oder in irgendeinem Landkreis, in Brandenburg, da fährt seit Jahren der Bürgerbus herum und da sitzt dann irgendwie die freundliche Mandy drin, die alle, die super, super ausgerüstet ist und sämtliche Passangelegenheiten und was man denn alles so macht, standesamtliche Sachen, sonst was, kann sie alles in ihrem Bus erledigen. Warum bedeutet, wenn du die Kreise neu fasst, einfach weil die Bevölkerungsentwicklung so ist, warum bedeutet das automatisch, dass die Leute sich abgehängt fühlen? Warum? Nicht abgehängt, aber sie vermissen die Identität. Also sie identifizieren sich nicht mit diesen neuen Räumen. Und was in Mecklenburg-Vorpommern noch eine Rolle spielte, wenn ich da Kreistagsmitglied bin, habe ich auch keine Lust zur Kreistagssitzung irgendwie 150 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Die digitalen Möglichkeiten werden da noch immer nicht genutzt. Die haben wir jetzt durch die Pandemie, haben wir natürlich neue Möglichkeiten auch der digitalen Nutzung von Sitzungen, von Gremiensitzungen. Das gab es bis dato nicht. Das war alles immer noch in Präsenz. Und das macht man dann schlichtweg nicht, weil das macht man ja in der Freizeit. Ja, noch Anmerkungen dazu? Interessanter Punkt. Ich würde gerne noch mal den Punkt stark machen, der von irgendjemandem heute auch schon angesprochen wurde, von Helden und Hürden. Das sind alles Themen, wo ich glaube, wo wir uns selbst in rechtlichen Fallstricken verheddert haben, die uns die Fantasie nehmen, tatsächlich auch mal neue Wege zu gehen. Also gerade Herr Lübking deutet das an beim Thema Gesundheitsversorgung. Es muss nicht jede Kleinstadt ein Krankenhaus haben, wo man am offenen Herzen operieren kann. Aber es muss jede Kleinstadt, ein Ärztezentrum oder so haben, wo ein Opa, der dehydriert ist, eingeliefert werden kann, damit Oma ihn noch mit dem Fahrrad besuchen kann. Das sind Strukturen, die es im Ausland gibt, wo wir aber so sehr rigide Vorschriften haben, wer was kann. Ein Beispiel in diesem Buch war, glaube ich, eine Frau, die versucht hat, eine mobile Arztpraxis aufzubauen. Das ist dann daran gescheitert, dass sie irgendwelche Stunden bei der Ärztekammer nicht nachweisen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ein anderes Beispiel war, dass ein Physiotherapeut und ein Arzt eine gemeinsame Praxis hatten. Die mussten sie schließen, weil sie zwei getrennte Eingänge nachweisen mussten. Solche Sachen stehen da drin, wo ich wirklich denke, da müssen wir auch Fantasie haben, einfach mal neue Wege zu gehen, innovativ zu sein und nicht einfach nur immer in den gegebenen gesetzlichen Bahnen zu denken. Ja, Herr von Schwanenflügel, ich meine, dass das auch Ihr Thema ist, unter anderem bei Ihnen da in Ihrem Ministerialbüro. Was ist Ihre Fantasie zu dem, was Frau Witte gerade gesagt hat? Also es wurde ja der Gesundheitsbereich angesprochen. Da muss man einfach sehen, dass es gerade bei der Krankenhausversorgung ist, wenn man auf der einen Seite möglich ist, ein Krankenhaus um die Ecke haben, auf der anderen Seite eben gleichzeitig auf höchster Qualitätsstufe. Und das ist schwer möglich. Und da glaube ich schon, dass die Möglichkeit der Telemedizin da eine Möglichkeit ist, die den Menschen helfen kann und die eben auch eine gute Krankenhaus- und eine gute ärztliche Versorgung insgesamt gewährleisten kann. Was ich so über die Jahre bitter fand, war einfach, wie die Deutsche Bahn, und das ist natürlich unterstützt auch durch den Bund, muss ich irgendwie auch selbstkritisch sagen, wie die immer mehr eben Strecken dicht gemacht haben und zurückgefahren haben und jetzt feststellen, ups, da fehlt ja was. Also das finde ich für die Menschen, gerade für ältere Menschen in den Regionen, in den ostdeutschen Ländern, aber nicht nur in den ostdeutschen Ländern, finde ich das bitter. Und da kann man nur hoffen, und da kommt es auch ein bisschen auf die Zivilgesellschaft an, dass sie da wirklich darauf dringt, gegenüber den Ländern, die Länder sind ja für die regionale Verkehrsunternehmen eben auch zuständig, gegenüber den Ländern, aber auch gegenüber dem Bund, darauf zu drängen, eben, dass die Versorgung besser wird. Weil das ist einfach schlicht wichtig. Die Menschen wollen mobil sein, gerade in den ländlichen Bereichen müssen sie mobil sein. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man eben ein gutes Schienennetz hat und eben nicht nur Autobahn. Also wir haben die Infrastruktur jetzt wieder am Wickel, verkehrliche Infrastruktur, aber vor allem auch die digitale Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge haben wir besprochen als ein wichtiges Kriterium. Und immer auch wieder da, wo ich mich wohlfühle, da, wo meine sozialen Kontakte sind, da bin ich zu Hause. Das ist Heimat. Aber wir haben vorhin gehört von Herrn Südekum, dass möglicherweise, wenn wir jetzt das mal so durchdenken, wie Sie gesagt haben, Herr von Schwanenflügel, dann gibt es eben wirklich eine superduper Verbindung nach Cottbus, wo die Menschen dann in weniger als einer Stunde, dann, weil sie ihre Arbeit zum Beispiel in der Braunkohle verloren haben, dann eben in Berlin oder irgendwo bei Berlin dann eben arbeiten können. Die, es möglicherweise bildet sich irgendwann eine Art Hauptstadtregion heraus, passiert ja schon. Er hat uns ja auch eine Grafik gezeigt, wie der Speckgürtel eben nach draußen wuchert. Nun lebe ich im Umland und die Belitzer, da, wo ich nämlich herkomme, die haben bis heute mit den Berlinern überhaupt nichts am Hut. Und wenn ich ihnen sage, ich kriege bei denen keinen Kalbschnitzel in der Metzgerei, dann sage ich, macht ja nichts, ich kann das ja in Berlin kaufen. Und dann sagt die Fleischfachverkäuferin zu mir, nach Berlin, um Gottes Willen. Kann sie sich überhaupt nicht vorstellen, dass ich jeden Tag nach Berlin fahre. Immer noch, und Belitz ist 50 Kilometer etwa von Berlin entfernt. Was wollen denn die Menschen? Herr Südekum hat zu mir gesagt, na, die müssen das dann eben wollen. Dann sind halt, können wir in jeder Stadt durchprobieren, Hamburg, München, Köln, Leipzig, Dresden. Die müssen dann eben, die müssen dann Teil einer Metropolenregion werden. Müssen die das? Na, der Trend zur Urbanisierung, der ist ja nur 150 Jahre alt. Das ist ja jetzt keine besonders neue Geschichte. Was sich demografisch in einem hohen Maße verändert hat, ist, früher hatten die Bauern viele Kinder und die gingen dann irgendwie weg. Und heute haben die genauso viele Kinder wie alle anderen auch. Da ist nicht mehr viel, der weggehen kann. Wenn die weggehen, wird der Bauernhof geschlossen. Wir müssen viel mehr in Lebensstilen denken. Ja, also wir, die Menschen entscheiden sich in bestimmten Lebensphasen durchaus unterschiedlich. Es gibt ja auch eine schöne Studie vom Berlin-Institut, was wir schon mal erwähnt haben. Im Osten auch Wanderschaft. Die jungen Leute wollen alle nach Leipzig. Das ist cool. Vielleicht noch Jena. Und wenn sie dann die Familie gründen, dann ziehen sie an den Stadtrand. Und wenn sie älter sind, dann ziehen sie noch mal mehr und wieder vielleicht in so eine Mittelstadt zurück. Und das macht das, glaube ich, für Kommunalpolitik sehr anspruchsvoll. Also sie müssen Städte entwickeln. Die Metropolen, die werden wachsen. Der ländliche Raum ist stabil oder wird in Teilen aber auch wieder abbauen. Und die Mittelzentren, die kommen ganz gut über die Runden. Aber sie müssen für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Angebote an Wohnen, an Umfeld entwickeln. Und die Menschen entscheiden ja selbst, wo will ich leben? Finde ich es mal cool, in der Großstadt ein bisschen anonym, dass ich abends weggehen kann? Oder brauche ich das Reihenhaus mit Garten für meine Kinder? Oder wie verändere ich mich? Bin ich jemand, der sehr danach schaut, dass das Geld stimmt, dass ich große Karriere mache? Oder bin ich zufrieden, wenn ich meinen Club habe, meinen Verein, meine Freunde? Und da verändern sich die Gewohnheiten, die sozialen Beziehungen. Da haben sie schon geändert in den letzten 25 Jahren. Und da werden unterschiedliche Städte unterschiedliche Angebote machen. Und die Wirtschaft, die versucht natürlich immer, um die besten Köpfe zu kämpfen. Und die, die am meisten Zahlen kriegen, die. Und die Wirtschaft ist ja auch schon unterwegs, auch bei Ihnen ja in Ostwestfalen, dann eben auch Angebote für die Familien zu machen, Pakete zu schnüren, dass die Familien mitkommen und sich wohlfühlen. Also ich glaube, das sind auch weltweite Trends. Da ist Deutschland auch nichts Spezielles. Das haben sie in ganz Europa so. Das haben sie in Amerika so. Da, wo sie Wissenschaft, Wirtschaft, Lebensstile haben, das sind die Städte, die wachsen. Und die das nicht in dem gleichen Maße haben, die kommen nicht immer hinterher. Und mittlere Städte können da so manchmal einen ganz guten Kompromiss finden. Haben Sie da Beispiele für mich, Herr Löffler oder auch Herr Lübken, von Mittelzentren, die das ganz gut gemacht haben? Oder zumindest auf einem guten Weg sind? Ich will mal ein Beispiel nennen, jetzt wieder Sachsen, weil ich mich jetzt da natürlich näher mit beschäftige. Nehmen Sie mal die Lehrer. Wir haben ein großes Problem des Lehrermangels. Wir haben 1,7 Milliarden Euro jetzt in die Hand genommen. Sachsen bezahlt mittlerweile die besten Lehrergehälter in ganz Deutschland. So, und wenn Sie dann den Kollegen vom Landesschulamt fragen und die Tabellen, dann wollen alle jungen Leute nach Leipzig. Und wer will nach Bautzen? Wer will nach Görlis? Da könnte den Leuten noch ein Tausender aufs Gehalt drauflegen. Die wollen trotzdem nach Leipzig. So, dann müssen Sie ganz elaboriert planen, wie Sie die Leute rund um Leipzig verteilen. Dann kommen wir wieder zur Verkehrsinfrastruktur. Fährt die S-Bahn, fährt ein Bus, fährt die Bahn, ist die Autobahn in der Nähe. Und dann können Sie so ein bisschen verteilen, dass alle irgendwie happy sind und noch ihre Wohnung in Leipzig haben. Dann eine kleinere Stadt wie Freiberg, wo eine Uni ist, eine tolle technische Uni-Berg-Akademie. Da sind mittlerweile viele kleinere, größere Firmen oder Außenstellen vorhanden. Die schaffen es ganz gut, eine Stabilität hinzubekommen. Die sind attraktiv, es ist eine hübsche Stadt. Es gibt Kinotheater und so weiter. Und es gibt gute Jobs. Und man hat die Autobahn vor der Nase, wenn man weg will. Da klappt das. Und bei anderen Städten ist das schon wesentlich wieder komplizierter, wenn diese Mischung aus gut bezahlten Jobs, Vereinswesen und einem kulturellen Angebot nicht in gleichem Maße vorhanden ist. Entweder die Leute haben großes Herzblut für ihre Heimat oder die gehen dann doch nach Bielefeld, nach Gütersloh, nach Leipzig, nach Berlin. Dankeschön. Ergänzung noch von Ihnen, Herr Lübken? Das sind unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, eins, was Herr Löffler eben gesagt hat, wenn ich noch Auslagerung einer Hochschule, eine Fachhochschule vor Ort habe, dann ist es auch für gerade mittlere Städte immer noch ein Vorteil, weil dann auch jüngere Menschen da sind. Da gibt es manchmal auch Klebeeffekte, auch für die Unternehmen dann. Also Nordhausen ist für mich zum Beispiel in Nordthüringen, wo drumherum ja riesendemografische Probleme sind. Nordhausen hat es jetzt noch einigermaßen auch durch den Fachhochschulstand auch da bewältigen können. Vechta ist auch so ein Beispiel, wo eben nicht nur gute mittelständische Unternehmen sind, sondern auch durch die Hochschule auch eben nochmal ein Sonderfaktor dazu kommt. Also das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Aber gerade bei jungen Menschen ist es eben auch eine sehr persönliche Entscheidung, wo wir nicht hingehen. Selbst eine Tochter, die Ärztin ist und wo dann die Frage war, nachdem sie dann hier an der Charité fertig war und die unbedingt Berlin verlassen wollte, muss man auch mal dazu sagen, also nicht alle jungen Menschen finden Berlin toll. Aber die Entscheidung einzelner Bürgermeister dann zu sagen, du kannst ja dann auch mal, wenn du die Facharztausbildung fertig hast, als Kinderärztin bei mir anfangen, da hast du dann schon geguckt, wo liegt denn das überhaupt? Und dann war die Begeisterung schon relativ gering. Also da war es dann eher schon größer, musste schon eine etwas größere Stadt dann sein, wo man eben auch als junger Mensch dann noch die Annehmlichkeiten hat, die man dann auch sucht. Also da ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, die dann dahinter steht. Aber diese, um auf ein anderes Thema nochmal zurückzukommen, wo ich ein großes Problem sehe, das ist das Vorhalten von Infrastruktur genau durch diese Wanderungsbewegungen. Wenn ich den Steckgürtel von Berlin sehe, wenn ich einzelne Städte sehe, die jetzt exorbitant wachsen, die mit der Infrastruktur teilweise gar nicht nachkommen, Kitas und Ähnlichem. Und dann habe ich plötzlich die umgekehrte Wanderungsbewegung. Dann habe ich nämlich dort eine leer werdende Infrastruktur. Das haben wir ja in einzelnen Regionen dann auch. Und das erschwert es natürlich nochmal für die Kommunalpolitik, irgendwie vorausschauend zu planen, weil so vorausschauend kann ich gar nicht planen. Und ich weiß auch nicht, ob manche Kommunen nicht auch einen Fehler machen, indem sie nicht gesund wachsen, sondern dann eben auch noch eine bewusste Ansiedlungspolitik machen, noch immer mehr Menschen dann reinholen und mit der Infrastruktur hinterher gar nicht mehr zurande kommen. Das erlebe ich im Umfeld von Berlin dann schon. Und ich glaube, da müssen auch die Kommunen schauen und für sich überlegen, ist das eigentlich klug, was ich da an Politik mache? Ja, ist das ungesunde Wachstum vielleicht auch schon bei manchen Kommunen oder auch Städten erreicht? Also Sie haben jetzt Berlin genannt, aber wie ist es auch in München, Köln oder Hamburg, wo einfach die, also Berlin ist jetzt eben, die Mieten steigen, sind natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, wie zum Beispiel in München, aber die Mieten steigen. Und Berlin ist durch verschiedene Faktoren, die ich jetzt nicht näher nennen möchte, wird unattraktiver, was die Menschen merken. Also möglicherweise ist da schon längst der Peak überwunden. Und vielleicht ist es in München längst auch so, weil die Leute sagen, das ist doch alles Irrsinn. Ein Polizist kann sich keine Wohnung mehr leisten in München. Nicht nur in München, auch in vielen Umlandgemeinden von München kann man sich seine Wohnung nicht mehr leisten, wenn man ganz normal im öffentlichen Dienst beschäftigt ist. Aber ich glaube, wichtiger wäre es, und das zeigt die Region Hannover, wenn man auch eine Regionalpolitik dann macht. Also wenn man dann eben nicht nur auf seine eigene Stadt schaut, sondern die Umlandgemeinden mit ins Boot holt und sagt, wie kriegen wir eigentlich eine vernünftige Regionalpolitik hin, sodass sich dann die Stadt Hannover mit dem Umland, und so hat sich auch der Landkreis mit der Stadt ja in die Region Hannover dann auch zusammengetan. Aber dass man dann gemeinsam entwickelt, sich entwickelt und dann auch ein vernünftiges Wachstum hat und die Gemeinden und die Städte um Hannover herum eben auch nicht nur reine Schlafstädte sind, sondern sich auch eigenständig entwickeln können. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wie man auch durch regionale Zusammenarbeit etwas gemeinsam gestalten kann und sich nicht gegenseitig abschottet oder auch einen ungesunden Wettbewerb gegeneinander startet. Ja, danke schön. Was sagen die anderen? Ungesundes Wachstum kontra vielleicht gesunde Mittelzentren? Frau Witte, sagen Sie was? Nee, Sie lacht nur. Ich würde gerne fragen, was heißt denn ungesundes Wachstum? Heißt es, dass ein Stadtplaner oder ein Infrastrukturplaner jetzt auf dem Reißbrett sagt, so hätten wir das gerne? Oder dass Dinge vergessen werden? Ich verstehe die Herausforderung nicht. Die Herausforderung, also wir haben ja eben gehört, dass Regionalplanung sehr, sehr schwierig ist und Sie, was wir jetzt in den vergangenen 30 Jahren gesehen haben, ja auch immer wieder falsch gelegen hat, weil Sie einfach Bevölkerungswachstum oder Bevölkerungsabbau vollkommen falsch berechnet hat. Richtig, Herr Lückling? Nicht nur. Also was ich auch meine ist, wenn Kommunen bewusst auch noch sagen, wir wollen wachsen, ohne jetzt die Folgen dieses Wachstums für sich zu bedenken, was eben die Frage von Infrastruktur, was die Möglichkeiten auch von Anbindungen angeht, indem man einfach, ich überspitze jetzt einfach mal, ein Bebauungsgebiet nach dem anderen ausweist und sage, ich hole die Menschen jetzt hierher, biete ihnen dann aber auch nicht die entsprechenden Angebote, das ist Teilhabe, das sind oft diese Schlafstädte, die wir ja manchmal haben, wo auch sich dann kein vernünftiges Vereinsleben entwickelt. Und das meine ich eben mit einem Baustein von ungesundem Wachstum. Dankeschön. Da habe ich dann einfach mal jetzt eine provozierende Frage. Warum passiert das überhaupt? Ich meine, es sind ja hoch ausgebildete Leute. Ein Stadtplaner ist ja jemand, der ausgebildet wurde. Das zu tun, jetzt mal so aus nur als Unternehmer gefragt. Ich stelle ja keine Leute ein, die Underperformance sind, so nennen wir das. Warum passiert das? Oder andere Frage, warum macht man dann nicht einen Soziologen zum Beispiel mal zum Stadtplaner? Oder jemand, der sich halt mit Softskills auskennt, der sich mit menschlichen Bedürfnissen auskennt. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte mal einen Beratungsauftrag bei der Deutschen Bahn. Da ging es um die Renovierung der Betriebsgastronomie. Das waren 600 Standorte. Und ich wurde als Feuerwehrmann geholt, weil das Projekt hat zu viel Geld gekostet, hat nichts funktioniert. Das erinnert so ein bisschen an den Flughafen in Berlin. Das war so ähnlich. Und dann habe ich mich mit dem Chefarchitekten hingesetzt und habe gefragt, sagen Sie mal, was machen Sie denn da eigentlich? Und dann hat er mir seine Pläne gezeigt. Es ging nur um Geld natürlich und so weiter. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht. Mein Vorschlag ist, dass Sie jetzt zum Chefplaner des ganzen Projektes einen Koch machen. Das war völlig abstrus. Der hat überhaupt keine Ahnung von Planung. Darum geht es gar nicht. Das könnt ihr ja machen. Der hat aber eine Ahnung von Küchen. Und das wurde dann tatsächlich so gemacht. Und siehe da, das Projekt hat funktioniert. Das nur so als kleine Geschichte, wenn man vielleicht den einen oder anderen Experten, der gar keiner ist, austauscht gegen jemand, der Ahnung hat. Und Ahnung hat nicht, also das ist meine Erfahrung, Menschen, die Ahnung haben, sind nicht die, die einen akademischen Titel haben, mit Verlaub in die Runde. Irgendwelche Antworten darauf oder noch Anmerkungen? Oder nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, was Herr Sauer sagt? Also ich glaube, das ist ein ganz weites Feld, weil das Spannende in den Kommunen ist, ja zum einen hat man eine Fachverwaltung, zum anderen hat man ein ehrenamtlich besetztes Kommunalparlament. Und die gemeinsam treffen Entscheidungen und werden dabei getrieben von Rahmenbedingungen, wie beispielsweise der Frage, woran bemisst sich das Steueraufkommen in unserer Kommune, unter anderem an der Zahl unserer Einwohner. Das heißt, das sind eben auch Anreizsysteme, die bestimmtes Verhalten begünstigen. Alle weisen Gewerbegebiete aus, in der Hoffnung, dass sich mal ein Unternehmen dahin verirrt, einfach weil es gut fürs Stadtsäckel ist. Das sind einfach auch falsche Anreize zum Teil. Und was diese Stadt-Umland-Geschichte angeht, denke ich, man merkt es ja an Indikatoren, wie den Wohnungspreisen in München beispielsweise, aber auch in Berlin, dass das, das ist für mich auch ungesundes Wachstum, dass einfach kein Platz mehr da ist und trotzdem wollen alle dahin. Und da finde ich es dann schwierig, wenn darauf reagiert wird mit Mietpreisbremsen und ich weiß nicht was, wohl wissend, dass der Wohnraum nicht vermehrbar ist. Da sind wir genau bei dem Punkt von Herrn Lübking. Da muss man dann regional denken und gucken, dass man die Attraktivität im Umland erhöht, damit nicht jeder gezwungen ist, nach München zu ziehen um seinen Lebensentwurf da zu verwirklichen und die Kita-Kraft morgens zwei Stunden zur Arbeit fahren muss, weil sie sich da die Wohnung nicht mehr leisten kann. Aber das ist eben Zusammenspiel von föderalen Vorgaben und Rahmenbedingungen und Akteuren vor Ort, wo ich grundsätzlich dabei bin, ist, wenn man sich überlegt, was für schwierige Entscheidungen ehrenamtliche Räte treffen müssen heutzutage. Also Feierabendparlamente muss man, also das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, im Gegenteil, Hut ab vor den Leuten, die sich das antun. Aber man kann schon in einer Kleinstadt eigentlich nicht mehr alles lesen, was man da beschließt. In einer Großstadt schon erst recht nicht. Und auf der anderen Seite Verwaltung sieht auch mit einer Einkommenssituation, wo ich mich bei manchen Verwaltungsmitarbeitern auch frage, Hut ab vor denen, die das machen. Die könnten in der freien Wirtschaft wahrscheinlich mehr verdienen mit dem Know-how, was sie an ihrem Arbeitsplatz brauchen und mit der Verantwortung, die sie tragen. Da liegt, glaube ich, da könnten wir noch eine ganze Tagung zu machen zu dem Thema. Aber wenn wir über Dezentralisierung reden, dann, glaube ich, muss man auch darüber reden, wie man professionell so eine Kommune steuert. Und da brauchen die Kommunen auch mehr Unterstützung, glaube ich. Finde ich aber gut, dass Sie den Punkt noch mal gemacht haben, eben weil das mehr Deregulierung, mehr Eigenverantwortung, das hat sich ja heute praktisch durch den ganzen Tag gezogen. Von Ihnen noch eine Anmerkung, Herr von Schwanflügel. Ja, mit der Deregulierung ist immer so eine Sache. Also wenn man dann alles im freien Spiel des Marktes überlässt, kommt man vielleicht auch nicht immer weiter. Und ich finde den Punkt von Herrn Sauer, finde ich, interessant. Also es ist von mir das Stichwort irgendwie Betroffene zu Beteiligten machen, wo es eben das Stichwort irgendwie Betroffene zu Beteiligten nimmt bei den Planungsprozessen. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Wir haben ein Projekt, Demografie-Werklatt-Kommun nennt sich das, wo wir die Kommunen beraten, wie sie den demografischen Wandel irgendwie gebacken kriegen, beziehungsweise wie sie sich da eben so aufstellen können, dass das kommunale Leben wirklich lebendig ist. Und da gibt es, haben wir verschiedene Kommunen in Ost und West, da gibt es eine Kommune in Adorf, die mit dem demografischen Wandel und eben mit der Wiedervereinigung umgehen muss, wo eben auch viele Menschen weggezogen sind. Und da war für uns die Frage, wie kann man der Kommune helfen, dass sie eben wieder, dass da Menschen wieder hinziehen. Und ein ganz interessantes Beispiel haben wir in Frees. Und Frees ist eine Gemeinde im Emsland, in Niedersachsen. Das war das Armhaus so in den 60er und 70er Jahren. Und da gibt es einen Bürgermeister, Heribert Kleene, der sich gesagt hat, ich möchte, dass die Menschen hier bei mir in Frees, das ist eine Gemeinde mit zwischen circa 1500 Einwohnern, ich möchte, dass die Menschen wirklich hier gut auf die Welt leben können und dann auch gut bis zum Ende ihres Lebens hier bei uns leben können. Und als das noch nicht ganz so hip war mit Kitas und der frühkindlichen Betreuung, hat Frees das schon gemacht, mit der Folge, dass da viele junge Familien hingezogen sind. Gleichzeitig hat Frees und auch eben Baugebiete ausgewiesen, aber vorsichtig und nicht irgendwie praktisch das ganze Land im Bebauungsplan entsprechend ausgewiesen, sondern ist vorsichtig vorgegangen. Das hatte zur Folge, dass da viele junge Familien tatsächlich hingezogen sind. Und das können die, das kann Frees, das kann der Bürgermeister eben mit seinen Statistiken, mit seinen Einwohnerstatistiken nachweisen. Jetzt ist Frees dabei, dass sie eben auch die Betreuung der älteren Menschen, wenn es eben in Richtung Pflegebedürftigkeit geht, wenn es in Richtung Demenz geht, dass sie da eben auch Einrichtungen mit Hilfe der freien Wohlfahrtspflege geschaffen haben, dass die Menschen dann, wenn sie älter werden, wenn sie gebrechlich werden, nicht wegziehen müssen. Und der Gipfel ist jetzt wirklich, dass Frees eben dabei ist, eben auch ein Hospiz anzusiedeln. Das heißt, sie haben es geschafft, und das finde ich, glaube ich, ganz groß hoch, Achtung, praktisch, wie der Bürgermeister sagt, von der Wiege bis zur Ware, wirklich dafür zu sorgen, dass die Menschen dort gut leben können. Und das Ganze wurde eben mithilfe der Einwohnerschaften, da komme ich zu Herrn Sauer, Betroffene zu Beteiligten zu machen, das wurde mit den Bürgerinnen und Bürgern eben organisiert. Die haben auch ein, zwei Vereine da gehabt, oder haben sie immer noch, wo sehr aktive Bürger sind. Und das finde ich einfach toll. Das heißt, durch solche Angebote, wo die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wo die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und auch Pflege thematisiert wird und eben den Menschen auch entsprechend geholfen wird, mit solchen Angeboten hat Frees es geschafft, auch tatsächlich, und das wiederhole mich, können Sie in Ihrer Einwohnerstatistik nachweisen, kontinuierlich mehr Menschen da ins Emsland zu holen. Auch verglichen mit den Umlandgemeinden. Wo arbeiten die Leute von Frees? Also Sie haben es eben auch geschafft, Unternehmen anzusiedeln. Aha, okay. Also indem Sie eine geschickte Bodenpolitik gemacht haben. Ja, so wurde es mir erklärt. Ja, also wir müssen offenbar alle uns beim nächsten Mal, also nach Corona müssen wir uns mal in diesem Zauberort Frees treffen und uns das mal ganz genau angucken, was der Herr von Schwanenflügel sagt. Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt. Danke für die Frage, die jetzt eben noch gekommen ist, wie sich der Klimawandel auf die Lebensverhältnisse auswirkt. Aber das ist jetzt so groß, dass ich es jetzt an dieser Stelle nicht mehr diskutieren kann, denn wir sind jetzt schon, 16.15 Uhr ist schon durch. Aber ich möchte Sie noch das fragen, was ich die Runde heute Morgen schon gefragt habe, nämlich wie Sie das einschätzen, die Corona-Krise. Keine Ahnung, wie lange das dauert, wie wir da rauskommen. Ich will nur hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Inwieweit beeinflusst die Corona-Krise dieses Heere-Ziel gleiche oder gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland? Vielleicht macht Herr Löffler den Anfang? Ich weiß nicht, ob man die Frage wirklich so beantworten kann, wie Sie sie gestellt haben. Eigentlich würde ich das umdrehen. In der Öffentlichkeit gibt es den großen Wunsch, bei Corona immer einheitliche Regelungen zu haben. Ich finde, eigentlich ist die Chance, gerade bei dieser Pandemie differenzierte Lösungen anzubieten. Wenn Sie dünn besiedelte Regionen haben, wo die Ansteckungsquote niedriger ist, können Sie eigentlich mit anderen Maßnahmen rausgehen als in dicht besiedelten Städten, wo die Ansteckungsgefahr höher ist und wo vielleicht auch wirklich objektiv einfach höhere Krankenzahlen vorhanden sind. Zugleich wäre jetzt im Sinne der Gleichwertigkeit zu fragen, sind auch in dünn besiedelten Gebieten ausreichend Notversorgung, Intensivbetten vorhanden. Oder wenn die nicht vorhanden sind, sind da schnell die Krankenwagen oder Hubschrauber, wie Herr Lübking erwähnte, unterwegs, dass die Menschen auch im Ansteckungsfall optimal versorgt werden können. Bei der Gleichwertigkeit kommen wir dann auch zu dem Thema, was wir anfangs diskutiert haben, die Digitalisierung, also die Schulen, aber auch die älteren Leute, die nicht abgehängt werden wollen, sind die Leitungen so stabil, dass das funktioniert, dass das wirklich einen Austausch ermöglicht. Also ich glaube, das ist ganz schwer abzusehen, was wird Corona, Corona wird uns verändern, ob es uns so stark verändert, dass wir unsere Gesellschaft an vielen Punkten nochmal überarbeiten und die Frage stellen, hängt wahrscheinlich von der Länge der Pandemie ab und wie stark uns diese Krise letzten Endes treffen wird. Ich bin aber eigentlich ein Fan davon, und es hat sich auch bewährt, dass wir den Föderalismus ernst nehmen und individuelle Lösungen schaffen. Die jetzigen Schutzverordnungen sind da eher von oben, aber ich glaube, wenn die Corona-Krise noch länger geht, werden wir wieder zu einer Differenzierung kommen, in die Regionen hinein, wo die Gesundheitsämter ja eigentlich auch die Kompetenz haben, das entsprechend festzulegen. Okay, Herr Lübking. Wenn Sie denn gut ausgestattet sind, und das ist ja auch gerade sicher in der Pandemie ja auch gezeigt, dass wir hier durchaus Defizite hatten, und von daher sehe ich durchaus auch eine Chance in der Pandemie. Einerseits, dass wir schon gesehen haben, wo müssen wir stärker investieren. Das ist eben der öffentliche Gesundheitsdienst. Das ist auch bei der Frage, wie eine zukunftsfähige Krankenversorgung aussieht. Wir merken jetzt, alles das, was wir in dem Stichwort digitale Bildung versäumt haben, ist ja jetzt auch nochmal sehr, sehr augenfällig geworden und wird hoffentlich dazu führen, dass jetzt auch die Kultusministerkonferenz endlich mal in die Pötte kommt und so ihre schwulrechtlichen Bestimmungen in dem digitalen Zeitalter anpasst. Aber ich sehe insgesamt, sehe ich durchaus eine Chance auch für die lokale Selbstverwaltung in der Pandemie. Weil vieles, was wir gerade in den kleineren Gemeinden und das Beispiel Fräß, ließe sich fortsetzen, erleben an Nachbarschaftshilfe, auch im Rahmen der Pandemie. Also mir hat mein Bürgermeister gesagt, der hatte doch ein paar Quarantäne-Fälle, gerade auch von älteren, allein lebenden Menschen. Und da hat sich plötzlich die Bürgergesellschaft aufgemacht, hat gesagt, das ist doch unsere Aufgabe, jetzt diesen Menschen zu helfen, dafür zu sorgen, dass man mit ihnen noch Kontakt halten konnte, im Rahmen des Möglichen. Die haben dafür gesorgt, dass die Versorgung sichergestellt worden ist. Also hier ist nochmal so ein Zusammenhalt auch wieder gewachsen, den es, glaube ich, eher in den großstädtischen Bereichen weniger gibt. Und ich erlebe das auch in der Diskussion mit dem Sport, wo wir immer sagen, was ist jetzt die Auswirkungen für euch, für die Vereine, wenn ihr jetzt plötzlich keinen Vereinssport mehr betreiben könnt. Und da sagen mir die Vereine in den kleineren Orten, bei uns klappt das, weil die Leute sind in den Vereinen nicht nur, weil sie Sport machen wollen, sondern weil das ihr Verein ist. Und die lassen ihn jetzt auch in Pandemiezeiten nicht im Stich, nur weil sie den Sport nicht machen können. Sondern wir sagen, wir möchten auch, dass wenn die Pandemie vorbei ist, dieser Verein weiter existent ist. Von den großen Vereinen aus den größeren Städten höre ich, Austritte oder auch keine Eintritte. Weil die schlichtweg sagen, ich habe jetzt keine Gegenleistung, warum muss ich überhaupt noch in dem Verein sein? Dann suche ich mir eben später etwas anderes. Also da gibt es durchaus Strukturen, die verloren gehen können. Auf der anderen Seite Strukturen, die sich auch wieder stärken und vielleicht auch einen größeren Zusammenhalt bekommen. Und im Kulturbereich sehe ich Ähnliches. Es gibt viele Kultureinrichtungen, die sich jetzt auf die digitalen Angebote eingerichtet haben, auch dort aktiv sind. Und es gibt natürlich auch Einrichtungen, gute Einrichtungen, die einfach schlichtweg nichts machen und hoffen, dass sie weiter staatlich gefördert werden. Und da muss man auch fragen, ob das so klug ist, wenn man überleben will. Das ist eine andere Frage. Herr Lübken, Sie reißen schon wieder das nächste Thema ab. Aber bei mir gefällt es, dass Sie jetzt beide schon ein so positives Bild malen. Herr von Schwanflügel, was sagen Sie denn? Bringt uns die Corona-Krise näher ran? An irgendwie gleichwertige Lebensverhältnisse oder eher weiter weg davon? Nicht ganz so mutig, dass ich jetzt schon mich traue, eine Prognose abzugeben. Es ist natürlich für uns alle echt ein Jahrhundertereignis. Es macht vielen Menschen Angst. Es sterben Menschen. Und das ist bitter. Das ist bitter für die gesamte Gesellschaft. Das ist bitter für uns alle, für die Einzelnen, aber eben auch für die Gesellschaft. Gleichzeitig erleben wir natürlich auch, und da bin ich bei Herrn Lübken, also dass die Menschen sich überlegen, wie gehe ich jetzt damit um und rücken tatsächlich näher zusammen. Wir haben das so in dem Modellprojekt, also was Sie vielleicht kennen, eine Mehrgenerationenhäuser, da wollen die Menschen sich gegenseitig weiterhin helfen, auch wenn wir einen Shutdown haben. Und was machen Sie? Da haben wir Sie bei unterstützt. Sie gehen ins Internet, beziehungsweise Sie vernetzen sich mit Hilfe der Stiftung nebenan.de, vernetzen Sie sich und helfen sich gegenseitig. Das heißt, ich glaube, in der Tat ist es so, dass das schon ein Mehr, also das ist, wenn wir Glück haben und wenn wir alle gut zusammenhalten, dass es tatsächlich eben die Zivilgesellschaft stärken kann und den Zusammenhalt vor Ort stärken kann. Und da ist das Beispiel von Herrn Lübken, finde ich, interessant. Und das glaube ich, das überzeugt mich auch. Und da können wir nur alle hoffen, dass es eben auch tatsächlich in diese Richtung geht und die zentrifugalen Kräfte, die hier und da da sind, dass sie sich eben nicht durchsetzen werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie sich nicht durchsetzen werden, sondern dass es am Ende des Tages, am Ende der Pandemie vielleicht hoffentlich und zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft kommen wird. Frau Witte, damit haben Sie das Schlusswort. Bringt es uns näher ran oder bringt es uns weiter weg von den gleichwertigen Lebensverhältnissen? Ich glaube, dass wir das in der Hand haben und dass es nicht zwangsläufig so oder so passiert. Mein Eindruck ist, dass man die Zukunftstrends und Herausforderungen, die wir sowieso schon hatten, durch Corona nochmal wie durch ein Brennglas sieht. Das eine ist das Thema Digitalisierung. Wir sehen jetzt, wie abhängig wir von digitaler Infrastruktur sind, mehr als wir je waren. Und ich glaube, das wird auch sich in Zukunft so fortsetzen, dass es mehr Homeoffice gibt, dass es mehr digitale Veranstaltungen gibt. Dass man auch in der Schule Digitalisierung anders nutzt als bisher. Und da muss es jetzt eben gelingen, Infrastruktur dahin zu bringen, wo die Menschen, die brauchen, wenn wir das nicht schaffen, wird es zu mehr Unterschiedlichkeit in den Regionen führen. Wenn wir es schaffen, wird es dazu führen, dass die Regionen gleicher werden. Wir haben gesehen, dass es soziale Unterschiede gibt. Es gab die Akademikerfamilien, die ihren Kindern zu Hause das beibringen konnten, was sie in der Schule nicht mehr gelernt haben. Es gab prekär Arbeitende, die mussten weiterhin zum Job. Die Kinder waren zu Hause und haben nichts gelernt. Wenn wir es schaffen, das Schulsystem jetzt endlich zukunftsfähig aufzustellen, ist es die Chance für uns, das endlich zu überwinden, weil wir den Anstoß bekommen haben. Wenn wir weitermachen wie bisher, wird es dazu führen, dass die Verhältnisse weiter auseinander driften. Und besonders, das ist ein Punkt, der noch nicht angesprochen war, interessant finde ich die Entwicklung im Bereich Kultur und Einzelhandel und Gastronomie. Da mache ich mir in der Tat ein bisschen Sorgen, jetzt mit einem Shutdown nach dem nächsten, wie viel eigentlich von den Einzelhändlern Gastronomen überhaupt noch wieder die Pforten aufmachen hinterher, wie viel zivilgesellschaftliche Kultureinrichtungen das überstehen. Und auch das ist ein Trend, der ja nicht neu ist in den Innenstädten, dass die Leute im Internet einkaufen und so, aber auch der wird jetzt nochmal beschleunigt. Und ich glaube, das ist auch die Aufforderung an uns, uns endlich damit auseinanderzusetzen. Das wäre auch ohne Corona gekommen, aber es kommt jetzt alles eben schneller. Und da braucht es jetzt Antworten, da braucht es Fantasie, da müssen wir auch mal neue Wege gehen und denken, die Idee der dritten Orte, was auch immer. Also ich glaube, diese Corona-Pandemie, die macht es noch nötiger zu handeln. Aber vielleicht ist sie der endlich der Tropfen, der uns auch nicht das Fass zum Überlaufen bringt, aber der dazu führt, dass wir es dann auch tun. Und dann wäre es am Ende des Tages gut, dass wir daraus gelernt haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie jetzt nochmal diesen Rundumschlag gemacht haben, weil genau das ist ja dann wieder der nächste Punkt. Aber auch das können wir jetzt nicht diskutieren. Was macht das aus unseren Städten und Gemeinden, wenn eben jedes zweite Restaurant und jedes zweite Geschäft zu ist. Meine Lieben, es gibt schon den nächsten Hochkaräter, der wartet, nämlich hier noch seinen Vortrag zu halten. Ich hätte niemals gedacht, dass wir echt im Netz anderthalb Stunden diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihr Sitzfleisch und für Ihre Konzentration. Das ist wirklich, also wirklich mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Danke, danke, danke. Und bleiben Sie bitte weiter dabei, denn Herr Kreibich kommt noch. Erster Präsident der FU Berlin und der entwirft mal ein Zukunftsszenario, was wir uns vielleicht gar nicht so trauen. Wozu, lieber Herr Sauer, die Regionalplaner nicht fähig sind? Aber ich weiß es nicht. Wir hören gleich Herrn Kreibich und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Wir sind wieder da bei der Tagung der Deutschen Gesellschaft, beim Symposium der Deutschen Gesellschaft und es geht um gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir haben schon so viel heute gehört, können wir sie erreichen. Was bedeutet überhaupt gleichwertige Lebensverhältnisse? Welche Indikatoren sind da wichtig? Was wollen die Menschen? Was wollen die Kommunen? Viele, viele Punkte. Und wir sind jetzt gerade rausgegangen nach unserer letzten Diskussionsrunde mit, ja, Regionalplanung, das ist auch immer eine schwierige Sache. Also wie, wissen Sie, wie schaffen wir lebenswerte Kommunen, dass eben zum Beispiel es nicht diese Abwanderung in die Stadt geht, da ist die Regionalplanung eine schwierige Sache, weil wir wissen ja nicht, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Und da kommt Professor Dr. Rolf Kreibich ins Spiel, Direktor und Geschäftsführer des Sekretariats für Zukunftsforschung an der FU Berlin. Er ist jetzt wirklich der Mann der Stunde. Jetzt bei uns rundet unseren Tag ab. Sein Arbeitsschwerpunkt sind Nachhaltigkeits- und Zukunftsforschung. Und dann sitzt er da in seinem schönen Arbeitszimmer, guckt in die Glaskugel und lieber Herr Kreibich. Einen guten Tag nach Berlin. Ja, guten Tag. Ich freue mich. Was bringt die Zukunft? 1990, 2020, 2060? Gleichwertige Lebensverhältnisse überall. So heißt Ihr Vortrag. Das Thema hat ja die deutsche Gesellschaft gewählt. Aber ich habe das angenommen. Und zwar, weil es mir sehr gut in die ganze Entwicklung meiner eigenen wissenschaftlichen und persönlichen Lebenswelt passt. Aber deshalb bedarf es einer kurzen Erklärung, weshalb ich gleichwohl meine, sowohl aus konzeptioneller als auch aus praktischer Sicht hierzu etwas beitragen zu können. Also in der Zeit um die Jahreszahlen 1989 und 90 habe ich neben meinen Verpflichtungen als Hochschullehrer und Leiter von zwei Zukunftsinstituten in Berlin und Gelsenkirchen recht intensiv an Konzepten und Projekten zur Stadt- und Raumplanung gearbeitet. In Nordrhein-Westfalen zunächst in enger Zusammenarbeit mit dem ILS, das ist das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund, und mit der Sozialforschungsstelle in Dortmund. Später auf Bundesebene habe ich engen Kontakt mit dem BBR, also dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung gehabt. Und als Zukunftswissenschaftler und Technikforscher ging es damals natürlich um zukunftsfähige Visionen der Stadt- und Raumentwicklung, vorrangig um die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen. Das war sicher der Grund, weshalb mich dann später der Ministerpräsident von NRW, Johannes Rau, und der Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, Christoph Zöpel, noch vor dem Fall der Mauer Ende 1989 in das Direktorium der Internationalen Bauausstellung Emscher Park an die Seite von Karl Ganser berief. Was ich anfangs nicht so wahrnahm, dass wir in den kommenden zehn Jahren, also ich habe dort zehn Jahre mitgemacht, mit der IBA Emscher Park, so hieß sie abgekürzt, am weltweit größten Strukturprojekt zur nachhaltigen Entwicklung arbeiten. Aber die Perspektive, die gebeutelste Region der Bundesrepublik Deutschland, das nördliche Ruhrgebiet, also ein Gebiet von einem Ausmaß in Ost-West-Richtung von etwa 70 Kilometern und von Duisburg bis Berghamen reichte und in Nord-Süd-Richtung von etwa 20 bis 30 Kilometern wieder in eine lebenswerte Region mit etwa gleichwertigen Lebensverhältnissen zu verwandeln, die möglichst auch mit den Lebensverhältnissen in der sonstigen Bundesrepublik gleich sein sollten. Das war natürlich eine große Herausforderung, aber auch eine fantastische Aufgabe. Sie müssen wissen, dass das gesamte Gebiet von der Montanindustrie, also Kohle, Stahl, Chemie, Energie, geprägt war. Diese brach nun systematisch zusammen, sodass das Gebiet zu einer unvergleichbaren Wüste nahe von alten Industrieanlagen, Schienen- und Autostraßen, Ruß und Dreck und nur wenigen gut bewohnten Wohnungen und Stadtqualitäten hinterlassen war. Die meisten der dort lebenden Menschen waren durch Arbeitslosigkeit, relative Armut und wenig kulturellen und touristischen Ausgleich geprägt. Aber, und das muss ich immer wieder betonen, sie waren und sind in keiner Weise la moyante gewesen, was hier in Berlin manchmal ein bisschen anders läuft. In dieser Region fehlte fast jede Art von Klein- und Mittelbetrieben. Die Montanindustrie bildete eine Monostruktur, auf die das Leben weitgehend zugeschnitten war. Ich kann hier nicht die ganze Geschichte des Ruhrgebiets und der Iber-Emscher Park erzählen, aber die 148 Projekte, die wir gemacht haben, auch zahlreiche Großprojekte, wie die Verwandlung des Duisburger Hüttenwerks oder die Industrie- und Landschaftsentwicklung oder die Erhaltung des wunderbaren Gasometers in Oberhausen und dessen Verwandlung in einen Eventbau für Ausstellungen, Veranstaltungen und auf dem 106 Meter hohen Dach als Touristenattraktion, haben der Region genauso neues Leben eingehaucht wie die qualitativ hochwertigen Wohnungsbauten. Ein besonderes Highlight, und das sollte sich vielleicht mal jeder anschauen, war auch die Sanierung der alten Arbeitersiedlungen. Die wurden zu einmalig schönen Lebensbereichen saniert und etwas verändert. Ebenso die zahlreichen Wissenschafts- und Technologiezentren, etwa die Neuen in Gelsenkirchen, Oberhausen und Dortmund. Es gab zwar viele niedergeschlagene Menschen, die aber bald über Bürgerinitiativen gemeinsame Experten-Bürgernetzwerke wieder Mut fassten und begeistert mit Anpakten und zahlreiche neue Klein- und Mittelbetriebe aufbauten und diese häufig in den alten Zechengebäuden, die wir saniert hatten, dann unterbrachten. Lassen Sie mich noch drei kleine Erlebnisse von Hunderten erzählen, die ich erzählen könnte. Ich habe mehrfach erlebt, dass Kohlekumpel und Stahlarbeiter neue Arbeitsverhältnisse anfangs in den Klein- und Mittelbetrieben, etwa in den Bereichen Feinmechanik oder Medizintechnik oder Fahrzeugtechnik und so weiter, einfach nicht annahmen. Das hat uns natürlich sehr verblüfft. Aber das war ihnen zu publisch. Sie wollten in großen Unternehmen arbeiten und es waren eben ihre alten Arbeitsplätze. Die Menschen waren ja sehr gut ausgebildet in Stahlbau, Holzbau, Elektronik und hatten eine wirklich sehr schwere Arbeit. Das ist ganz klar, wenn die Kumpel auf der Zeche dann in den Untergrund fahren und schwerste Arbeit verrichten müssen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und dann habe ich auf die dumme Frage oder dumme Neugier, ich habe gesagt, wie ist denn das eigentlich, wenn ihr immer in den dunklen Untergrund fahrt und dann also schwarz wieder rauskommt, das muss doch fürchterlich sein, dann ist doch das, was wir euch jetzt anbieten mit kleinen und mittelständischen Unternehmen eine völlig neue und schöne Welt. Und dann haben die mir immer geantwortet, wirklich also durchweg. Wir haben die schönste Arbeit der Welt. Ich war total verblüfft und die meisten Menschen natürlich glauben auch, dass die Kumpel in den Zechen und auch in den großen Stahlwerken und so weiter ganz schreckliche Arbeitsbedingungen haben. Aber da gibt es viele Gründe, weshalb die das als schönste Arbeit der Welt ansehen. Trotzdem, ein besonders schmerzendes Objekt war zum Beispiel die Schließung der berühmten Zeche Zollverein 12, die ja wahrscheinlich fast jeder kennen müsste oder zumindest sollte, und die Schließung der großen Kuckerei in Essen. Nach der Erneuerung der Zeche Zollverein und der großen Kuckerei in Essen als bedeutende kulturelle Bauwerke des Hogebiets und einmalige Industriedenkmäler kippte allmählich die Stimmung und die Menschen fühlten sich geehrt, viele Jahre ihres Lebens in einem so bedeutenden Gebäude tätig gewesen zu sein. Die spätere Auszeichnung als Weltkulturerbestätte hatten wir alle nicht vermutet, hat aber dem Ruhrgebiet und dessen Menschen unglaublichen Stolz eingebracht. Also es gibt noch viele andere Dinge zu erzählen. Ich könnte jetzt über den Ämscher Landschaftspark berichten, der also in drei ganz großen Bereichen das gesamte Ruhrgebiet jetzt durchzieht. Und wenn ich heute mit irgendwelchen Freunden oder Bekannten ins Ruhrgebiet fahre, dann glauben die überhaupt nicht, dass das noch Ruhrgebiet ist, weil dort also wirklich wunderbare ökologische Bereiche entstanden sind. Und noch eine ganz wichtige Sache, die mich selbst auch sehr stark natürlich motiviert hat, weiterzumachen. Wir haben die erste große Veranstaltung zur regenerativen Energie, also Solarenergie, Windenergie, Geothermie und so weiter in Gelsenkirchen gemacht. Und damals war es ganz schwierig, nicht dort überhaupt einen Raum zu kriegen. Wir mussten dann in die Zeche selbst gehen. Es waren viele Leute da, viele Fachleute. Und damals hieß Gelsenkirchen mit dem Logo Gelsenkirchen die Stadt der tausend Feuer. Wir haben dann im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Instituten und auch Kleinunternehmen, Mittelunternehmen angesiedelt. War alles sehr schwierig, weil natürlich eine völlig andere Mentalität herrscht da ist in Süddeutschland oder in Norddeutschland. Und konnten dann tatsächlich erreichen, dass Nordrhein-Westfalen und insbesondere auch das nördliche Ruhrgebiet zum Vorreiter mit der Solarenergie und der Windenergie wurde. Und es ist für mich natürlich besonders ermutigend gewesen, dass im Millenniumsjahr, also zehn Jahre später, die Stadt ihr Logo umbenannt hat und dann gesagt hat, wir sind die Stadt der tausend Sonnen. Ich springe jetzt in das nächste Feld, und zwar in das Jahr Wiedervereinigung 1990-91. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung baden mich Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Herr Stolpe und der damalige Umweltminister Matthias Platzig, den Vorsitz der Landeskommission für Entwicklung und Emissionsschutz zu übernehmen. Ich habe das gerne gemacht, war ein ehrenamtlicher Job und habe das dann auch zwölf Jahre geleitet. Ich brauche nicht zu betonen, dass es zunächst fast keine Strukturpolitik des Landes Brandenburg gab und alle Beteiligten vor einem Berg von Problemen standen. Wir haben dann versucht, erste Konzepte zu entwickeln und dann schon bald praktische Umsetzungsmaßnahmen eingeleitet. Meine Kommission war zwar eine Kommission des Landes Brandenburg, in ihrer Arbeit, aber weitgehend unabhängig. Die Mitglieder, 24 Personen, waren relevante Vertreter der Parteien, Kirchen, des Städter- und Landkreistages, der Arbeitgeberverbände, NGOs, also eine Nichtregierungsorganisation, vom Landesumweltamt und fachlich einschlägige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Natürlich stand man damals vor enormen Problemen und speziell vor der Frage, wie bekommt man die einzelnen Regionen des Landes nach den enormen Strukturbrüchen überhaupt entwickelt. Sie wissen, dass neben den krassen Strukturbrüchen die Treuhandgesellschaft noch ganz miserable Schneisen in das ohnehin geflätterte Land geschlagen hat. Ich brauche nicht zu betonen, dass die noch gering vorhandenen Industriebetriebe in den Mittelstädten und im Umkreis von Berlin fast vollständig zusammengebrochen waren. Was hat das mit dem Thema gleichwertige Lebensverhältnisse zu tun? Ohne zu übertreiben, hat sich die Landesregierung von Anfang an bemüht, dieses Ziel bei den Strukturmaßnahmen im Auge zu behalten. Das war ja natürlich nicht so einfach zu realisieren. Also selbst bei der insgesamt geringen Produktivität noch ein gravierendes Gefälle zwischen städtischen und den relativ großen ländlichen Bereichen gab. Hinzu kam, dass in der Mitte die Metropole Berlin liegt oder immer noch liegt und es war nicht zu verhindern, dass sich mehr und mehr Unternehmen und natürlich auch Menschen, zunächst Klein- und Mittelbetriebe, eher im Umkreis von Berlin ansiedelten. Die Flucht der relativ gut ausgebildeten Arbeitskräfte, vorwiegend junge Frauen und Männer, verließen in Scharen das Land in Richtung Westen. Es wurde immer schwieriger, das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse zu realisieren. Das gelang ja kaum und wenn, dann trotz starker Ostförderung auf relativ niedrigem Niveau. Eine neue Strukturpolitik erfolgte 2004 mit der Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung durch Konzentration der Mittel auf 15 sogenannte regionale Wachstumskerner. Diese bestehen aus Städten und Stadtverbünden, die vorrangig bei der Stärkung ihrer besonderen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Potenziale unterstützt wurden und werden. Immerhin hat die Politik der Förderung von regionalen Wirtschafts- und Wachstumskernen zu kleinen und mittleren Wirtschafts- und Arbeitsplatzzentren mit zum Teil höchst innovativen und produktiven Unternehmen geführt. Sie sollten und sind zu Motoren der Regionalentwicklung geworden und spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung des gesamten Landes. Basierend auf Analysen der Wirtschaftsstruktur wurden außerdem Branchenkompetenzfelder ermittelt, die sich dynamisch entwickelt haben und Wachstumspotenziale für die Zukunft aufweisen. Damit soll die Standortattraktivität des Landes Brandenburg weiter verbessert werden, Entwicklung und Beschäftigung gestärkt, sowie eine sozial- und ökologisch ausgerichtete Perspektive für das Land unterstützt werden. Im Rahmen der Weiterentwicklung erfolgte eine noch stärkere strategische Ausrichtung auf prioritäre Vorhaben und auf wichtige Schwerpunktthemen und vor allem auf Fachkräftesicherung, Wissens- und Technologietransfer, sowie Umlandkooperation. Unter dem Motto Stark für die Zukunft, Kräfte bündeln, erfolgte die Weiterentwicklung der Branchen, Kompetenzfelder zu Clustern im Rahmen einer wissenschaftlich-technisch-ökonomischen Clusteranalyse und Strategie. Bei den Wachstumskernen handelt es sich jetzt um insgesamt 26 Städte und Gemeinden, die ihre besondere wirtschaftliche beziehungsweise wissenschaftliche Potenziale und über Mindesteinwohnerzahlen verfügten. Die regionalen Wachstumskerne sollten eine Motorfunktion für die Region übernehmen und möglichst auf das Umland ausstrahlen. Sie genießen in entwicklungsrelevanten Förderprogrammen der Landesministerium einen ersten Fördervorteil. Sie werden vorrangig behandelt, indem der Mitteleinsatz stärker auf diese Standorte konzentriert wird. Ich will jetzt nicht im Einzelnen sagen, wer da alles dazugehört. Das sind dann solche Städte wie die Prignitz, Neuruppin, Oranienburg-Hennigsdorf, Schwedt oder Eberswalde, Fürstenwalde und Frankfurt usw. Ein kurzes Fazit aus meiner Sicht. Das ist jetzt für unser Thema hier durchaus wichtig und aus der Sicht insbesondere auch des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung, Erkner. Zweifellos hat die Strukturpolitik der Wachstumskerne für einen großen Teil der Menschen in Brandenburg erhebliche Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt erbracht und zudem eine deutliche Wohlstandssteigerung. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass wegen der einseitig konzentrierten Fördermaßnahmen einige ländliche Gebiete enorm abgehängt wurden. Damit bleibt für einen erheblichen Teil der Brandenburger Bevölkerung das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse im Prinzip unerfüllt. Ich bin der Auffassung, dass nunmehr eine Konzentration der Landespolitik auf die unterprivilegierten Regionen gelegt werden sollte. Und in diesen strukturschwachen Regionen sollten jetzt gezielt Fördermittel eingesetzt werden. Man kann überall Chancen eröffnen, ob mit touristischer Infrastruktur, ländlichen Arbeitsplätzen. Und dazu brauchen wir natürlich die, auch von der Kommission, die jetzt die ganzen interessanten Informationen zu Tage befördert hat, nämlich lebenswerte Strukturänderungen, solche Dinge wie zum Beispiel touristische Infrastruktur verbessern, ländliche Arbeitsplätze, Breitband, Mobilfunk, öffentliche Verkehrsanbindung, Versorgung mit Lebensmitteln, auch in kleinen Orten, Arztpraxen, ein ganz wichtiges Thema, Dorfkern, Sanierung und so weiter. Ich springe jetzt in das Jahr 2020. Heute sehe ich die Hauptaufgabe zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse darin, das Land und möglichst alle Menschen im Denken und Handeln auf die Leitziele einer nachhaltigen Entwicklung beziehungsweise nachhaltigen Gesellschaft zu verpflichten. Das heißt, die Menschen in Richtung einer nachhaltigen Zukunft auszubilden und zu bilden und die Wirtschaft in eine sozial-ökologische Zukunft zu führen. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Problem der Schaffung neuer Lebensverhältnisse auch ganz neu. Seit Jahrzehnten lebt die Menschheit unter der Bedrohung zahlreicher Megatrends, die sich kontinuierlich zu Megakrisen unseres Daseins aufgeschaukelt haben. Heute im Jahr 2020 beherrscht die Corona-Pandemie, der wachsende Rechtsextremismus, die Gegenaufklärung und der wieder virulent werdende Tourismus, Deutschland, Europa und die demokratische Welt. Jetzt erst nehmen viele Menschen wahr, dass wir uns kurz vor mehreren Entwicklungspunkten befinden, sogenannten Tip-Points, die real die Möglichkeit eines Suizids der Menschheit wahrscheinlich machen, was wir schon vor 30, 40 Jahren gesagt haben. Mit dem Rückfall zahlreicher Staaten weltweit in despotische und populistische Systeme, also ich nenne hier beispielsweise Türkei, Brasilien, USA, Ungarn, Polen und dann eine Reihe von Ländern in Afrika und Südamerika. Mit dieser Entwicklung erscheint plötzlich eine Flut von Publikationen, beschwörten Deklarationen und Verkündigungen bis hin zu Verschwörungstheorien, vor allem in den neuen Medien, dass das Ende der Welt kurz bevorstehe. Tatsächlich ist es ja nicht die Welt, die sich am Abgrund befindet, sondern die Gattung Mensch, die sich auf dem wunderbaren Planeten Erde ihre eigenen Lebensgrundlagen beraubt. Richtig ist, dass wir uns nah an mehreren solchen Tipping Points befinden, von denen eine reversible Rückkehr des Menschen nicht mehr möglich ist. Nicht nur die Zukunftswissenschaft hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir seit Jahrzehnten über sicheres Zukunft, über sicheres Zukunftswissen verfügen, wonach wir Menschen auf zahlreichen Entwicklungspfaden wandeln, auf denen ein langfristiges Überleben der Spezies Homo sapiens höchst unwahrscheinlich ist. Auch die Vereinten Nationen haben auf zahlreichen Konferenzen, zum Beispiel in Rio 1992, 2000 die Millenniums-Erklärung aus New York, 2002 die Johannesburg-Erklärung für nachhaltige Entwicklung. Dann, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber nur stichwortartig, Paris 2015 mit der entsprechenden, wirklich sehr wichtigen Klimaerklärung. Und jetzt neuerdings natürlich sehr wichtig, die Sustainable Development Goals und die Agenda 2030 oder eingebettet in die Agenda 2030. Meine Damen und Herren, es ist wirklich bedauerlich, dass bisher nur wenige der Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft diese wirklich wichtigen Signale und die Erklärungen nur wenig oder fast gar nicht wahrgenommen haben. Obwohl fast alle Länder, einschließlich Deutschland, sich auf diese Erklärungen, auf diese Umsetzungsmaßnahmen verständigt haben. Nach vielen Jahren der Warnung durch Forschung und Wissenschaft zahlreiche Thinktanks oder durch die UNO eben und durch viele zivilgesellschaftliche Organisationen verharren wir noch immer im Mainstream der neoliberalen Wachstumsideologie und einer weitgehend an dieser Ideologie angepassten Politik. Sowohl in Deutschland als auch in Europa und in anderen wichtigen Industrieländern. Jetzt rütteln uns erstmals, und das ist das Tolle an der jetzigen Situation, junge Menschen, Schülerinnen und Schüler mit ihrer fantastischen Bewegung Fridays for Future auf, dass der bisherige Energiepfad und die Zerstörung eines stabilen Klimas durch die fortgesetzten gigantischen Kohlendioxid-Emissionen, Methan-Emissionen und so weiter hauptsächlich in den Industrie- und Schwellenländern schon relativ bald in die Katastrophe führt. Die weltweiten Demonstrationen an ihrer Spitze, die unnachahmliche schwedische Schülerin Greta Thunberg, nehmen eine seit vielen Jahren vorhandene zukunftswissenschaftliche Erkenntnis auf und handeln mit dem Slogan, und das ist wirklich wunderbar. Es ist wichtiger, am Freitag nicht in die Schule zu gehen, in der wir ohnehin nur das lernen, was uns bisher die Zukunft traubt, und stattdessen auf die Straße, um unsere Zukunft zu erhalten und im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu retten. Ich würde jetzt gerne noch die weitere Perspektive entwickeln, wie die nachhaltige Entwicklung aussehen soll. Das wird vielleicht ein bisschen umfangreicher, aber das ist wichtig. Wir haben an meinem Institut und auch mit anderen zusammen... Herr Professor, greibe ich nur, ich will nur ganz kurz mich reinschalten. Also Sie dürfen nicht zu umfangreich werden, denn wir haben nur noch einen Stream von einer Viertelstunde und vielleicht können Sie es auf zehn Minuten noch begrenzen, das wäre super, weil sonst sind wir einfach weg. Ja, 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 länger brauche ich nicht. Länger brauche ich nicht. Super, danke. Ich habe das alles abgekriegt. Ha, gut, gut. Nein, ich wollte nur sagen, wir haben über diese Sache natürlich viel gearbeitet und dann entsprechende Leitperspektiven für eine nachhaltige Entwicklung herausgearbeitet. Also das geht so vor, ich will nur drei davon ganz kurz nennen, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Schonung der Naturressorten und Verhinderung irreversibler Zerstörung von Natur und Kultur, Verbesserung der Lebensqualität sowie Sicherung von ökologischer Wirtschaft und Agrarentwicklung und Beschäftigung, Sicherung von sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit und so weiter. In dieser Situation propagierten wir, dass es wichtig ist, eben auch für die Entwicklung und gerade für die Entwicklung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die entsprechenden Bemühungen der Kommission und der Regierung, diese Problematik der nachhaltigen Entwicklung unbedingt aufzunehmen. Unter der bisherigen wirtschaftlichen und politischen Prämisse der neoliberalen Entwicklungsperspektive erscheinen die vielen Vorschläge zur Umsteuerung in Richtung gleichwertiger Lebensverhältnisse durchaus relevant und auch fruchtbar. Nur, Sie kennen die alle, das sind diese zwölf Highlights, die aus der Kommission durch die Bundesregierung auch mit selektiert wurden, also strukturschwache Regionen in ganz Deutschland gezielt fördern, Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen bringen und so weiter und so weiter. Es stimmt mich ein wenig optimistisch, dass sich die Bundesregierung relativ zügig mit den gut begründeten Vorschlägen der Kommission befasst hat und bereits ein Maßnahmenbündel für konkretes Regierungshandeln beschlossen hat. Dort heißt es, die Bundesregierung wird die folgenden Maßnahmen umsetzen, die von jedem Ressort im Rahmen seiner Zuständigkeit und im Rahmen der nach Haushaltslage zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll bereits in dieser Legislaturperiode erste Veränderungen bringen, hoch, hoch. Denn wir haben ja leider in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass alles verschleppt wurde, was in diese Richtung tendiert. Die Umsetzung der Maßnahmen soll auch nach Bundesregierung in der nächsten Dekade abgeschlossen werden. Finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Ich hoffe nur, dass es stimmt und dass es so läuft. So, jetzt gehe ich in den letzten Bereich hinein. Das ist das Jahr 2060. Ich könnte jetzt drei Szenarien vorlegen. Mache ich nicht. Aber ich will sie ganz kurz benennen. In unserer Bundesrepublik Deutschland geht alles wie bisher weiter. Das ist das erste Szenario. Was folgt für das Jahr 2016? Das zweite Szenario. Deutschland hat sich unter starken Schmerzen und Konflikten auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit begeben. Was folgt da für Deutschland? Und drittes Szenario. Deutschland hat weitgehend eine zweite Aufklärung durchlaufen und sich gut in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft entwickelt. Nur ganz kurz. Szenario eins. Die Bürger und das Land befinden sich in einem chaotischen Zustand, wenn das erste Szenario verwirklicht wurde. Die Menschen haben weitgehend ihre positive Einstellung zur Demokratie und zum Schutz ihrer Freiheit und Unabhängigkeit verloren. Der sorgende und schützende Staat und der Rechtsstaat haben jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Die Angst vor einem baldigen Tipping Point beherrscht das Leben der Menschen. Die autoritären Kräfte und Wissenschaftsleugner haben in allen Teilen der Gesellschaft die Oberhand gewonnen. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Das zweite Szenario, also die mühsame Anpassung an die nachhaltige Entwicklung. Nur immer ringt das Land um einen lebenswerten Weg in die Zukunft. Weder die Wirtschaft noch die Politik haben erkannt und anerkannt, dass die Voraussetzung für eine sichere und zukunftsfähige Zukunft die Bildung unserer nachfolgenden Generation auf der Basis der Werte und Instrumente einer zweiten Aufklärung konsequent durchgeführt wird. Die Angst vor einem nicht mehr beherrschbaren Weg zu einem der zahlreichen Tipping Points ist gewachsen. Das Vertrauen in die Politik und Wirtschaftsländer ist geschrumpft. Die Menschen und die Verantwortlichen sind weitgehend polarisiert und die Auseinandersetzungen treiben auf einen Höhepunkt zu. Vor diesem Hintergrund der bisherigen Erkenntnisse kann es meiner Ansicht keinen Zweifel geben, dass wir für die Bewältigung der großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte eine zweite Aufklärung brauchen. Wie soll die aussehen? Erstens. Der entscheidende Punkt ist, dass die Bürger erkennen können, welche Kräfte ihr eigenes Leben in welcher Weise bestimmen. Das ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass sie wirklich frei entscheiden können, ob sie beispielsweise den massiven Einfluss des Kapitals in den verschiedenen Lebenswelten akzeptieren oder aber zurückweisen. Zweitens. Ein vorrangiges Ziel ist deshalb, dass jeder Bürger durch eine gute Ausbildung und Bildung befähigt und motiviert wird, sich seine eigene Meinung zu bilden und zwar unabhängig von anderen und auf der Grundlage der eigenen Erkenntnis und Vernunft. Drittens. Jeder Mensch sollte in die Lage versetzt werden, bewusst auszusortieren, was für ihn plausibel, glaubwürdig und mit seinen Werten vereinbar ist. Er sollte hinreichend gebildet werden, dass er erkennt, erkennt, ob er wahrhafte Informationen erhält oder instrumentalisiert werden soll. Viertens. Der aufgeklärte Mensch sollte die suggestive Kraft der Wirtschaft und ihr verlockendes Angebot an Produkten allmählich und möglichst bald zurückdrängen. Um diesen großen Schritt der Affektkontrolle machen zu können, muss seine Erkenntnis und sein Bewusstsein gewachsen sein. Dass er verinnerlicht, dass wir haben und besitzen nicht mit einem guten und erfüllten Leben korreliert. Das bedeutet keine Einschränkung der freiheitlichen Entscheidung, sondern im Gegenteil die Erkenntnis, dass mehr immaterieller Besitz wie Kultur, Zeitfreiheit, Kultur, Sozialkontakte befriedigender ist, als die Natur und ihre Ressourcen übermäßig auszubeuten. Zentraler Ansatzpunkt und Hebel ist das Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungswesen. So sollte vorrangig und frühzeitig gelehrt und gelernt werden. Erstens, also A, welche Interessen verschiedene Menschen und Institutionen der Wirtschaft, den Medien, dem Staat und so weiter verfolgen und in welcher Weise sie das eigene Land beeinflussen wollen. B, das andere Lebensmodell und Werte außerhalb der wirtschaftlichen Dominanz existieren und wie diese zu einem befriedigenden Leben führen können. Und C, die Bildung und Erziehung sollte ganz primär Empathie vermitteln und die Fähigkeit zwischen Wahrheit und Fake News zu unterscheiden. Ich komme zum Schluss. Sobald die gesamtgesellschaftlichen Voraussetzungen für den individuellen Erkenntnis- und Entscheidungsprozess auf breiter Basis geschaffen sind, werden immer mehr Menschen diesen auch nutzen. Ähnlich wie bei der ersten Aufklärung sich die Menschen von den sozialen Ketten einer alles beherrschenden Religion und Kirche und der politischen Übermacht von König, Fürsten und absoluten Herrschern und des Adels befreit haben, wird sich eine gesellschaftliche Mehrheit bilden, die ihre Lebenswelten breitgehend durch Selbstbeamung herstellen will. Das bedeutet auch, dass die Menschen den Einfluss der mächtigen Kapitaleigner aus den Bereichen Politik, Bildung, Freizeit, Kultur, Medien und so weiter zurückdrängen. Im Rahmen der zweiten Aufklärung setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Nutzen materieller Güter begrenzt ist. Dies bedeutet, im Umkehrschluss aber nicht, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland so bleiben kann wie bisher. Die enormen Diskrepanzen zwischen Reich und Arm sind pures Gift einer jenen Gesellschaft. Natürlich muss das auch im Rahmen der Entwicklung zu gleichwertigen Lebensverhältnissen beachtet werden. Zentral ist das Prinzip der Einhaltung der internationalen Menschenrechte und das Verhalten von Menschlichkeit. Fast jeder sagt, die wirklich glücklichsten Momente meines Lebens seien positive Erlebnisse zwischenmenschlicher Zusammenkunft. Da stehen nicht materielle Güter im Mittelpunkt, sondern das befriedigende Erlebnis eines empathischen Zusammenlebens. Sein und Haben schließen sich auch nach meiner Auffassung nicht prinzipiell aus. Vielmehr kann auch Haben Teil eines vernunftbetonten Lebensstils sein. Sofern sich der Besitz in Grenzen hält und nicht durch eine räuberische kapitalistische Wirtschaft erworben wurde. Das neue Denken und das ist jetzt mein Schluss Absatz und Handeln der zweiten Aufklärung. Es wird heute auch häufig von Aufklärung 2.0 gesprochen. Das muss ja alles immer in Richtung Digitalisierung laufen, was ich nicht unbedingt erforderlich halte. Also jedenfalls das neue Denken muss vor allem die Wissenschaft und das Bildungssystem durchdringen. Nur so werden wir zu neuen sozialen ökologischen Perspektiven und Regeln kommen. Ebenso zu neuen Anreizen, Gewohnheiten und Institutionen auf dem Weg in eine zukunftsfähige Zukunft. Die zweite Aufklärung verlangt vor allem eine Abkehr von einem primitiven anthropozentrischen Weltbild und Fortschrittsmythos Stattdessen geht es um die Einsicht, dass wir Menschen ein Teil des gesamten Universums sind und nur dann überleben werden, wenn wir uns in die natürliche Mitwelt einschließen sowie Denken und Handeln darauf ausrichten. Meine Damen und Herren, es ist zu hoffen, dass der Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland Erfolg hat und zu einem gewichtigen Baustein einer nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung wird. Vielen Dank. Jetzt höre ich Sie nicht. Wie soll ich sagen? Einfach informativ, so wie der ganze Tag wahnsinnig informativ und sehr munter war von Nord und Süd und Ost und West waren uns Wissenschaftler und Politiker und Unternehmer und Entscheider zugeschaltet und was haben wir für einen Input bekommen? Gleichwertige Lebensverhältnisse, das ist wie Pudding an die Wand nageln, haben wir vorhin gehört. die Indikatoren, was soll denn das sein, gleichwertige Lebensverhältnisse, die Indikatoren, die müssen unbedingt verändert werden. Es geht um Infrastruktur, haben wir lange diskutiert und zwar digitale Infrastruktur und analoge Infrastruktur, also Datenautobahnen und Autoautobahnen. Wichtig auch, haben wir gerade eben noch besprochen, wir brauchen mehr Deregulierung, wir brauchen mehr Eigenverantwortung für die Kommunen, wir haben die Generationenaufbruch Ost skizziert bekommen, wir haben von der Innovationslücke erfahren, Mentalitätswechsel ist auch so ein Schlagwort, generell Change, wie wollen wir leben, das haben wir ja eben gehört von Herrn Professor Kreibich, er spricht von einer zweiten Aufklärung, die es braucht. Und was wollen die Menschen eigentlich? Friede, Freude, Eierkuchen. Vielleicht sollen wir nicht über vergleichbare Lebensverhältnisse reden, sondern über ein vergleichbares Lebensgefühl in Deutschland. Das sind wirklich nur ein paar Schlagworte, die wir heute seit 10 Uhr hier gehört haben. Sie könnten alles nachhören, nachgucken nochmal auf der Seite der Deutschen Gesellschaft, denn wir haben natürlich die ganze Tagung aufgezeichnet. Dafür ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Martin und Felix von Streamio hier aus Leipzig und natürlich auch ein riesen Dankeschön an die Kollegen bei der Deutschen Gesellschaft, die diese Tagung so wunderbar vorbereitet haben, nämlich Heike Tuchscherer, Vincent Regente und Frank Lüdecke. Ich weiß den Vornamen gar nicht. Ich glaube, er heißt Frank Lüdecke. Lars. Na, wir nehmen auch den Lars Lüdecke, der hat das auch gut gemacht. Mein Vornamen weiß ich jedenfalls noch, Sabine Dahl ist mein Name. Ich danke Ihnen Ich danke Vielen Dank.